theodor fontane frau jenni treibel dies ist eine librivoxaufnahme alle librivoxaufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivoxorg erstes kapitel an einem der letzten maitage das wetter war schon sommerlich bog ein zurückgeschlagener landauer vom spittelmarkt her in die kur und dann in die adlerstraße ein und hielt gleich danach vor einem trotz seiner front von nur fünf fenstern ziemlich ansehnlichen im übrigen aber altmodischen hause dem ein neuer gelbbrauner ölfarben anstrich wohl etwas mehr sauberheit aber keine spur von gesteigerter schönheit gegeben hatte beinahe das gegenteil im fond des wagens saßen zwei damen mit einem bologneser hündchen das sich der hell und warm scheinenden sonne zu freuen schien die links sitzende dame von etwa dreißig augenscheinlich eine erzieherin oder gesellschafterin öffnete von ihrem platz aus zunächst den wagenschlag und war dann der andern mit geschmack und sorglichkeit gekleideten und trotz ihrer fünfzig jahre noch sehr gut aussehenden dame beim aussteigen behilflich gleich danach aber nahm die gesellschafterin ihren platz wieder ein während die ältere dame auf einem vortreppe zuschritt und nach passierung derselben in den hausflur eintrat von diesem aus stieg sie so schnell ihre corpulenz es zuließ eine holzstege mit abgelaufenen stufen hinauf unten von sehr wenig licht weiter oben aber von einer schweren luft umgeben die man füglich als eine doppelluft bezeichnen konnte gerade an der stelle gegenüber wo die treppe mündete befand sich eine entretür mit guckloch und neben diesem ein grünes knittriges blechschild darauf professor willibald schmidt ziemlich undeutlich zu lesen war die so ein wenig asthmatische dame fühlte zunächst das bedürfnis sich auszuruhen und musterte bei der gelegenheit den ihr übrigens vor langer zeit her bekannten vorflur der viergelbgestrichene wände mit etlichen haken und riegeln und dazwischen einen hölzernen halbmond zum bürsten und ausklopfen der röcke zeigte dazu wehte der ganzen atmosphäre aber auch hier den charakter gebend von einem nach hinten zuführenden korridor her ein sonderbarer küchengeruch heran der wenn nicht alles täuschte nur von rührkartoffeln und karbonade gedeutet werden konnte beides mit seifenrasen untermischt also kleine wäsche sagte die von dem allen wieder ganz eigentümlich berührte stattliche dame still vor sich hin während sie zugleich weit zurückliegender tage gedachte wo sie selbst hier in eben dieser adlerstraße gewohnt und in dem gerade gegenüber gelegenen materialwaren laden ihres vaters mit im geschäft geholfen und auf einem über zwei kaffeesäcke gelegten brett kleine und große tüten geklebt hatte was ja jedesmal mit zwei pfennig für's hundert gut getan worden war eigentlich viel zu viel jenny pflegte dann der alte zu sagen aber du sollst mit geld umgehen lernen ach das waren zeiten gewesen mittags schlag zwölf wenn man zu tische ging saß sie zwischen dem gummiherrn milke und dem lehrling louis die beide so verschieden sie sonst waren dieselbe hochstehende kamtholle und dieselben erfrorenen hände hatten und louis schielte bewundernd nach ihr hinüber aber wurde jedesmal verlegen wenn er sich auf seinen blicken ertappt sah denn er war zu niedrig entstandes aus einem obstkeller in der spreegasse ja das alles stand jetzt wieder vor ihrer seele während sie sich auf dem flur umsah und endlich die klingel neben der türe zog der überall verbogene draht raschelte denn auch aber kein anschlag ließ sich hören und so faßte sie schließlich den klingelgriff noch einmal und zog stärker jetzt klang auch ein bimmelton von der küche her bis auf den flur herüber und ein paar augenblicke später ließ sich erkennen daß eine hinter dem guckloch befindliche kleine holzklappe beiseite geschoben wurde sehr wahrscheinlich war es des professors wirtschaftlerin die jetzt von ihrem beobachtungsposten aus nach freund oder feind aussah und als diese beobachtung ergeben hatte daß es gut freund sei wurde der türriegel ziemlich geräuschvoll zurückgeschoben und eine ramassierte frau von ausgangsvierzig mit einem ansehnlichen haubenbau auf ihrem vom herdfeuer geröteten gesicht stand vor ihr ach frau treibel frau kommerzienrätin welche ehre guten tag liebe frau schmolke was macht der professor und was macht fräulein corinna ist das fräulein zu hause ja frau kommerzienrätin eben wieder nach hause gekommen aus der philharmonie wie wird sie sich freuen und dabei trat frau schmolke zur seite um den weg nach dem einfenster hin zwischen den zwei vorderstuben gelegenen und mit einem schmalen leinwandläufer belegten entree freizugeben aber ehe die kommerzienrätin noch eintreten konnte kam ihr fräulein corinna schon entgegen und führte die mütterliche freundin wie sich die rätin gern selber nannte nach rechts hin in das eine vorderzimmer das war ein hübscher hoher raum die jalousien herabgelassen die fenster nach innen auf vor deren einem eine blumenestrade mit goldlack und auf dem sofatische präsentierte sich gleichzeitig eine glasschale mit apfelsinen und die porträtts der eltern des professors des rechnungsrates schmidt aus der herolzkammer und seiner frau geborene schwerin sahen auf die glasschale hernieder der alte rechnungsrat in frack und rotem adlerorden die geborene schwerin mit starken backenknochen und trotz einer ausgesprochenen bürgerlichkeit immer noch mehr auf die pomberschuckermärkischen träger des berühmten namens als auf die spätere oder wenn man will auf viel frühere posensche linie hindeutete liebe corinna wie nett du dies alles zu machen verstehst und wie hübsch es doch bei euch ist so kühl und so frisch und die schönen jazinten mit den apfelsinen verträgt es sie freilich nicht recht aber das tut nichts es sieht so gut aus und nun legst du mir in deiner sorglichkeit auch noch das sofakissen zurecht aber verzeih ich sitze nicht gern auf dem sofa das ist immer so weich und man sinkt so tief dabei ein ich setze mich lieber hier in den lehnstuhl und sehe zu den alten lieben gesichtern da hinauf ach war das ein mann gerade wie dein vater aber der alte rechnungsrat war beinahe noch verbindlicher und einige sagten auch immer er sei so gut wie von der kolonie was auch stimmte denn seine großmutter die du freilich besser weißt als ich war eine unter diesen worten hatte die kommerzienrätin in einem hohen lehnstuhle platz genommen und sah mit dem lorgnon nach den lieben gesichtern hinauf deren sich ebenso huldvoll erinnert hatte während corinna fragte ob sie nicht etwas mosel und selterwasser bringen dürfe es sei so heiß nein corinna ich komme eben vom lunch und selterwasser steigt mir immer so zu kopf sonderbar ich kann scherry vertragen und auch port wenn er lange gelagert hat aber mosel und selterwasser das benimmt mich ja sieh kind dies zimmer hier das kenn ich nun schon vierzig jahre und darüber noch aus zeiten her wo ich ein halb wachsen ding war mit kastanienbraunen locken die meine mutter so viel sie sonst zu tun hatte doch immer mit rühr oder sorgfalt wickelte denn damals meine liebe corinna war das rotblonde noch nicht so in mode wie jetzt aber kastanienbraun galt schon besonders wenn es locken waren und die leute sahen mich auch immer darauf an und dein vater auch er war damals noch ein student und dichtete du wirst es kaum glauben wie reizend und wie rührend das alles war denn die kinder wollen es immer nicht wahrhaben daß die eltern auch einmal jung waren und gut aussahen und ihre talente hatten und ein paar gedichte waren an mich gerichtet die hab ich mir aufgehoben bis diesen tag und wenn mir schwer ums herz ist dann nehme ich das kleine buch das ursprünglich einen blauen deckel hatte jetzt aber habe ich es in grünen marokkan binden lassen und setze mich ans fenster und sehe auf unseren garten und weile mich still aus ganz still daß es niemand sieht am wenigsten treibel oder die kinder ach jugend meine liebe corinna du weißt gar nicht welch ein schatz die jugend ist und wie die reinen gefühle die noch kein rauer hauch getrübt hat doch unser bestes sind und bleiben ja lachte corinna die jugend ist gut aber kommerzienrätin ist auch gut und eigentlich noch besser ich bin für einen landauer und einen garten um die villa herum und wenn ostern ist nun gäste kommen natürlich recht viele so werden ostereier in dem garten versteckt und jedes ei ist eine attrappe voll konfitüren von hövel oder kranzler oder auch ein kleines necessaire ist drin und wenn dann all die gäste die eier gefunden haben dann nimmt jeder herr seine dame und man geht zu tisch ich bin durchaus für jugend aber für jugend mit wohl leben und hübschen gesellschaften das höre ich gern corinna wenigstens gerade jetzt denn ich bin hier um dich einzuladen und zwar auf morgen schon es hat sich so rasch gemacht ein junger mr nelson ist nämlich bei otto treibels angekommen das heißt aber er wohnt nicht bei ihnen ein sohn von nelson und company aus liverpool mit denen mein sohn otto seine hauptgeschäftsverbindung hat und helene kennt ihn auch das ist so hamburgisch die kennen alle engländer und wenn sie sie nicht kennen so tun sie wenigstens so mir unbegreiflich also mr nelson der übermorgen schon wieder abreist um den handelte sich und lieber geschäftsfreund den otters durchaus einladen mußten das verbot sich aber leider weil helene mal wieder pletttag hat was nach ihrer meinung allen andern vorgeht sogar im geschäft da haben wir's denn übernommen offen gestanden nicht allzu gern aber doch nicht auch geradezu ungern und du war nämlich während seiner englischen reise wochenlang in dem nelson'schen hause zu gast du siehst daraus wie steht und wie sehr mir an deinem kommen liegen mußt du sprichst englisch und hast alles gelesen und hast vorigen winter auch mr booth als hamlet gesehen ich weiß noch recht gut wie du davon schwärmtest und englische politik und geschichte wirst du natürlich auch wissen dafür bist du ja deines vaters tochter nicht viel weiß ich davon nur ein bißchen ein bißchen lernt man ja ja jetzt liebe corinna du hast es gut gehabt und alle haben es jetzt gut aber zu meiner zeit da war es anders und wenn mir nicht der himmel dem ich dafür danke das herz für das poetische gegeben hätte was wenn es mal in einem lebt nicht wieder auszurotten ist so hätt ich nichts gelernt und wüßte nichts aber gott sei dank ich habe mich an gedichten herangebildet und wenn man viele davon auswendig weiß so weiß man doch manches und daß es so ist sie das verdanke ich nächst gott der es in meine seele pflanzte deinem vater er hat das blümlein großgezogen das uns drüben in dem ladengeschäft unter all den prosaischen menschen und du glaubst gar nicht wie prosaische menschen es gibt verkümmert wäre wie geht es denn mit deinem vater es muß ein vierteljahr sein oder länger daß ich ihn nicht gesehen habe den vierzehnten februar an ottos geburtstag aber er ging so früh weil soviel gesungen wurde ja das liebt er nicht wenigstens dann nicht wenn er damit überrascht wird es ist eine schwäche von ihm und manche nennen es eine unart o nicht doch corinna das darfst du nicht sagen dein vater ist bloß ein origineller mann ich bin unglücklich daß man seiner so selten habhaft werden kann ich hätte ihn auch zu morgen gerne mit eingeladen aber ich bezweifle daß mr nelson ihn interessiert und von den andern ist schon gar nichts zu sprechen unser freund krola wird morgen wohl wieder singen und assessor goldhammer seine polizeigeschichten erzählen und sein kunststück mit dem hut und den zwei talern machen da freu ich mich aber freilich papa tut sich nicht gerne zwang an und seine bequemlichkeit und seine pfeife sind ihm lieber als ein junger engländer der vielleicht dreimal um die welt gefahren ist papa ist gut aber einseitig und eigensinnig das kann ich nicht zugeben corinna dein papa ist ein juwel das weiß ich am besten er unterschätzt alles äußerliche besitz und geld und überhaupt alles was schmückt und schön macht nein corinna sagt das nicht er sieht das leben von der richtigen seite an er weiß daß geld eine last ist und daß das glück ganz woanders liegt sie schwieg bei diesen worten und seufzte nur leise dann aber fuhr sie fort ach meine liebe corinna glaube mir kleine verhältnisse das ist das was allein glücklich macht corinna lächelte das sagen alle die die darüber stehen und die kleinen verhältnisse nicht kennen ich kenne sie corinna ja von früher her aber das liegt nun zurück und ist vergessen oder wohl gar verklärt eigentlich liegt es doch so alles möchte reich sein und ich verdenke es keinem papa freilich der schwört noch auf die geschichte von dem kamel und dem aber die junge welt ist leider anders nur zu wahr aber so gewiß das ist so ist es doch nicht so schlimm damit wie du dirs denkst es wäre auch zu traurig wenn der sinn für das so ideale verloren ginge vor allem in der jugend und in der jugend lebt er auch noch da ist zum beispiel dein vetter marcell den du beiläufig morgen auch treffen wirst er hat schon zugesagt und an dem ich wirklich nichts weiter zu tadeln wüßte als daß er wetterkopp heißt wie kann ein so feiner mann einen so störrischen namen führen aber wie dem auch sein möge wenn ich ihn bei ottos treffe so spreche ich immer so gern mit ihm und darum bloß weil er die richtung hat die man haben soll selbst unser guter krola sagte mir erst neulich marcell sei eine von grund aus ethische natur was er noch höher stelle als das moralische worin ich ihm nach einigen aufklärungen von seiner seite beistimmen mußte nein corinna gib den sinn der sich nach oben richtet nicht auf jenen sinn der von dorther allein das heil erwartet ich habe nur meine beiden söhne geschäftsleute die den weg ihres vaters gehen und ich muß es geschehen lassen aber wenn mich gott durch eine tochter gesegnet hätte die wäre mein gewesen auch im geist und wenn sich ihr herz einem armen aber edlen manne sagen wir einem manne wie marcel wetterkopp zugeneigt hätte so wäre das ein paar geworden lachte corinna der arme marcell da hätte er uns ein glück machen können und muß gerade die tochter fehlen die kommerzienrätin nickte überhaupt ist es schade daß es so selten klappt und paßt fuhr corinna fort aber gott sei dank gnädigste frau haben ja noch den leopold jung und unverheiratet daß sie solche macht über ihn haben so sagt er wenigstens selbst und sein bruder otto sagt es auch und alle welt sagt es so könnt er ihnen da der ideale schwiegersohn nun mal eine unmöglichkeit ist wenigstens eine ideale schwiegertochter ins haus führen eine reizende junge person vielleicht eine schauspielerin ich bin nicht für schauspielerinnen oder eine malerin oder eine pastors oder eine professorentochter die kommerzienrätin stutzte bei diesem letzten worte und streifte corinna stark wenn auch flüchtig indessen wahrnehmend daß diese heiter und unbefangen blieb schwand ihre furchtanwandlung ebenso schnell wie sie gekommen war ja leopold sagte sie den hab ich noch aber leopold ist ein kind und seine verheiratung steht jedenfalls noch in weiter ferne wenn er aber käme und die kommerzienrätin schien sich allen ernstes vielleicht weil es sich um etwas noch in so weiter ferne liegendes handelte der vision einer idealen schwiegertochter hingeben zu wollen kam aber nicht dazu weil in eben diesem augenblicke der aus seiner obersekunda kommende professor eintrat und seine freundin die rätin mit vieler artigkeit begrüßte störe ich in ihrem eigenen hause nein lieber professor sie können überhaupt nie stören mit ihnen kommt immer das licht und wie sie waren so sind sie geblieben aber mit corinna bin ich nicht zufrieden sie spricht so modern und verleugnet ihren vater der immer nur in einer schönen gedankenwelt lebte nun ja ja sagte der professor man kann es so nennen aber ich denke sie wird sich noch wieder zurückfinden freilich einen stich ins moderne wird sie wohl behalten schade das war anders als wir jung waren da lebte man noch in phantasie und dichtung er sagte das so hin mit einem gewissen pathos als ob er seinen sekundanern eine besondere schönheit aus dem horatz oder aus dem persifal denn er war klassiker und romantiker zugleich zu demonstrieren hätte sein pathos war aber doch etwas theatralisch gehalten und mit einer feinen ironie gemischt die die kommerzienrätin auch klug genug war herauszuhören sie hielt es indessen trotzdem für angezeigt einen guten glauben zu zeigen nickte deshalb nur und sagte ja schöne tage die nie wiederkehren nein sagte der in seiner rolle mit dem ernst eines großinquisitors fortfahrende willibald es ist vorbei damit man muß eben weiterleben eine halbverlegene stille trat ein während welcher man von der straße her einen scharfen peitschenknips hörte das ist ein mahnzeichen warf jetzt die kommerzienrätin ein eigentlich froh der unterbrechung johann unten wird ungeduldig und wer hätte den mut es mit einem solchen machthaber zu verderben niemand erwiderte schmidt an der guten laune unserer umgebung hängt unser lebensglück ein minister bedeutet mir wenig aber die schmolke sie treffen es wie immer lieber freund und unter diesen worten erhob sich die kommerzienrätin und gab corinna einen kuß auf die stirn während sie willibald die hand reichte mit uns lieber professor bleibt es beim alten unentwegt und damit verließ sie das zimmer von corinna bis auf den flur und die straße begleitet unentwegt wiederholte willibald als er allein war herrliches modewort und nun auch schon bis in die villa treibel gedrungen eigentlich ist meine freundin jenny noch gerade so wie vor vierzig jahren wo sie die kastanienbraunen locken schüttelte das sentimentale liebte sie schon damals aber doch immer unter bevorzugung von kur machen und schlagsahne jetzt ist sie nun rundlich geworden und beinah gebildet oder doch was man so gebildet zu nennen pflegt und adular krola trägt ihr arjen aus lohengring und tannhäuser vor denn ich denke mir daß das ihre lieblingsopern sind ach ihre mutter die gute frau bürstenbinder die das püppchen drüben im apfelsinenladen immer so hübsch herausputzen mußte sie hat in ihrer weiber klugheit damals ganz richtig gerechnet nun ist das püppchen eine kommerzienrätin und kann sich alles gönnen auch das ideale und sogar unentwegt ein musterstück von einer bourgeoisie und dabei trat er ans fenster hob die jalousien ein wenig und sah wie corinna nachdem die kommerzienrätin ihren sitz wieder eingenommen hatte den wagenschlag ins schloß warf noch ein gegenseitiger gruß an dem die gesellschaftsdame mit sauer süßer miene teilnahm und die pferde zogen an und trabten langsam auf die nach der spree hingelegene ausfahr zu weil es schwer war in der engen adlerstraße zu wenden als corinna wieder oben war sagte sie du hast doch nichts dagegen papa ich bin morgen zu treibels zu tisch geladen marcell ist auch da und ein junger engländer der sogar nelson heißt ich was dagegen gott bewahr wie könnt ich was dagegen haben wenn ein mensch sich amüsieren will ich nehme an du amüsierst dich gewiss amüsier ich mich es ist doch mal was anderes was distelkamp sagt und rindfleisch und der kleine friedeberg das weiß ich ja schon alles auswendig aber was nelson sagen wird denk dir nelson das weiß ich nicht viel gescheites wird es wohl nicht sein das tut nichts ich sehne mich manchmal nach ungescheitheiten da hast du recht corinna zweites kapitel die treibelsche villa lag auf einem großen grundstücke das in bedeutender tiefe von der köppnicker straße bis an die spree reichte früher hatten hier in unmittelbarer nähe des flusses nur fabrikgebäude gestanden in denen alljährlich ungezählte zentner von blutlaugen salz und später als sich die fabrik erweiterte kaum geringere quantitäten von berliner blau hergestellt worden waren als aber nach dem siebzigerkriege die milliarden ins land kamen und die gründeranschauungen selbst die nüchtersten köpfe zu beherrschen anfingen fand auch kommerzienrat treibel sein bis dahin in der alten jakobstraße gelegenes wohnhaus trotzdem es von ja nach einigen sogar von knobelsdorf herrühren sollte nicht mehr zeit und standesgemäß und baute sich auf seinem fabrikgrundstücke eine modische villa mit kleinem vorder und parkartigem hintergarten diese villa war ein hochparterbau mit aufgesetztem ersten stock welcher letztere jedoch um seiner niedrigen felster willen eher den eindruck eines mezzanin als einer belletage machte hier wohnte treibel seit sechzehn jahren und begriff nicht daß er es einem noch dazu bloß gemutmaßten friderizianischen baumeister zuliebe so lange zeit hindurch in der unvornehmen und aller frischen luftentbehrenden alten jakobstraße ausgehalten habe gefühle die von seiner frau jenny mindestens geteilt wurden die nähe der fabrik wenn der wind ungünstig stand hatte freilich auch allerlei mäßliches im geleite nordwind aber der den qualm herantrieb war notorisch selten und man brauchte ja die gesellschaften nicht gerade bei nordwind zu geben außerdem ließ treibel die fabrik schorsteine mit jedem jahre höher hinaufführen und beseitigte damit den anfänglichen übelstand immer mehr das diner war zu sechs uhr festgesetzt aber bereits eine stunde vorher sah man hustorsche wagen mit runden und viereckigen körben vor dem gittereingange halten die kommerzienrätin schon in voller toilette beobachtete von dem fenster ihres boudoirs aus alle diese vorbereitungen und nahm auch heute wieder und zwar nicht ohne eine gewisse berechtigung anstoß daran das treibel es auch versäumen mußte für einen nebeneingang sorge zu tragen wenn er damals nur ein vier fuß breites terrains von dem nachbargrundstück zukaufte so hätten wir einen eingang für die radleute gehabt jetzt marschiert jeder küchenjunge durch den vorgarten gerade auf unser haus zu wie wenn er mit eingeladen wäre das sieht lächerlich aus und auch anspruchsvoll als ob die ganze köpnicker straße wissen solle treibels geben heute ein diner außerdem ist es unklug dem neid der menschen und dem sozialdemokratischen gefühl so ganz nutzlos neue nahrung zu geben sie sagte sich das ganz ernsthaft gehörte jedoch zu den glücklichen die sich nur weniges andauernd zu herzen nehmen und so kehrte sie denn vom fenster zu ihrem toilettentisch zurück um noch einiges zu ordnen und den spiegel zu befragen ob sie sich neben ihrer hamburger schwiegertochter auch werde behaupten können helene war freilich nur halb so alt ja kaum das aber die kommerzienrätin wußte recht gut daß jahre nichts bedeuten und das konversation und augenausdruck und namentlich die welt der formen im einen und im andern sinn ja im andern sinne noch mehr den ausschlag zu geben pflegen und hierin war die schon stark an der grenze des enbonpoint angelangte kommerzienrätin ihrer schwiegertochter unbedingt überlegen in dem mit dem boudoir korrespondierenden an der andern seite des frontsaales gelegenen zimmer saß kommerzienrat treibel und las das berliner tageblatt es war gerade eine nummer der der ulk beilag er weidete sich an dem schlußbild und las dann einige von nunnes philosophischen betrachtungen ausgezeichnet sehr gut aber ich werde das blatt doch beiseite schieben oder mindestens das deutsche tageblatt darüber legen müssen ich glaube vogelsang gib mich sonst auf und ich kann ihn wie die dinge mal liegen nicht mehr entbehren so wenig daß ich ihn zu heute habe einladen müssen überhaupt eine sonderbare gesellschaft erst dieser mr nelson den sich helene weil ihre mädchen mal wieder am plättbrett stehen gefälligst abgewälzt hat und zu diesem nelson dieser vogelsang dieser leutnant a d und agent provocateur in wahlsachen er versteht sein metier so sagt man mir allgemein und ich muß es glauben jedenfalls scheint mir das sicher hat er mich erst in teubitz zossen und an den ufern der wendischen spree durchgebracht so bringt er mich auch hier durch und das ist die hauptsache denn schließlich läuft doch alles darauf hinaus dass ich in berlin selbst wenn die zeit dazu gekommen ist den singer oder irgendeinen andern von der guleur beiseite schiebe nach der beredsamkeitsprobe neulich bei buckenhagen ist ein sieg sehr wohl möglich und so muß ich ihn mir warm halten er hat einen sprechanismus um den ich ihn beneiden könnte trotzdem ich doch auch nicht in einem trappistenkloster geboren und großgezogen bin aber neben vogelsang null und kann auch nicht anders sein denn bei lichte besehen hat der ganze kerl nur drei lieder auf seinem kasten und dreht eins nach dem andern von der walze herunter und wenn er damit fertig ist fängt er wieder an so steht es mit ihm und darin steckt seine macht guta cavat lapidem der alte willibald schmidt würde sich freuen wenn er mich so zitieren hörte vorausgesetzt daß es richtig ist oder vielleicht auch umgekehrt wenn drei fehler drin sind amüsiert er sich noch mehr gelehrte sind nun mal so vogelsang das muß ich ihm lassen hat freilich noch eines was wichtiger ist als das ewige wiederholen er hat den glauben an sich und ist überhaupt ein richtiger fanatiker ob es wohl mit allem fanatismus ebenso steht mir sehr wahrscheinlich ein leidlich gescheites individuum kann eigentlich gar nicht fanatisch sein wer an einen weg und eine sache glaubt ist allemal ein poveretto und ist seine glaubenssache zugleich er selbst so ist er gemeingefährlich und eigentlich reif für und von solcher beschaffenheit ist just der mann dem zu ehren ich wenn ich von mr nelson absehe heute mein diner gebe und mir zwei adlige fräuleins eingeladen habe blaues blut das hier in der köpnicker straße so gut wie gar nicht vorkommt und deshalb aus berlin west von mir verschrieben werden mußte ja zur hälfte sogar aus charlottenburg o vogelsang eigentlich ist mir der kerl ein greuel aber was tut man nicht alles als bürger und patriot und dabei sah treibel auf das zwischen den knopflöchern ausgespannte kettchen mit drei orden unter denen ein rumänischer der vollgültigste war und seufzte während er zugleich auch lachte rumänien früher moldau und es ist mir wirklich zu wenig das erste coupé das vorfuhr war das seines ältesten sohnes otto der sich selbstständig etabliert und ganz am ausgange der köpnicker straße zwischen dem zur pionierkaserne gehörigen pontonhaus und dem schlesischen tor einen holzhof errichtet hatte freilich von der höheren observanz denn es waren farbehölzer fernambuc und campeggioholz mit denen er handelte seit etwa acht jahren war er auch verheiratet im selben augenblick wo der wagen hielt zeigte er sich seiner jungen frau beim aussteigen behülflich bot ihr verbindlich den arm und schritt nach passierung des fuhrgartens auf die freitreppe zu die zunächst zu einem verandaartigen vorbau der väterlichen villa hinaufführte der alte kommerzienrat stand schon in der glastür und empfing die kinder mit der ihm eigenen gleich darauf erschien auch die kommerzienrätin aus dem seitwärts angrenzenden und nur durch eine portiere von dem großen empfangssaal geschiedenen zimmer und reichte der schwiegertochter die backe während ihr sohn otto ihr die hand küßte gut daß du kommst helene sagte sie mit einer glücklichen mischung von behaglichkeit und ironie worin sie wenn sie wollte meisterin war ich fürchtete schon du würdest dich auch vielleicht behindert sehen ach mama verzeih es war nicht bloß des blättags halber unsere köchin hat zum ersten juni gekündigt und wenn sie kein interesse mehr haben so sind sie so unzuverlässig und auf elisabeth ist nun schon gar kein verlaß mehr sie ist ungeschickt bis zur unschicklichkeit und hält die schüsseln immer so dicht über den schultern besonders der herrn als ob sie sich ausruhen wollte die kommerzienrätin lächelte halb versöhnt denn sie hörte gern dergleichen und aufschieben fuhr helene fort verbot sich auch nelson wie du weißt reist schon morgen abend wieder übrigens ein schaumanter junger mann der euch gefallen wird etwas kurz und einsilbig vielleicht weil er nicht recht weiß ob er sich deutsch oder englisch ausdrücken soll aber was er sagt ist immer gut und hat ganz die gesetztheit und wohlerzogenheit die die meisten engländer haben und dabei immer wie aus dem ei gepellt ich habe nie solche manschetten gesehen und es bedrückt mich geradezu wenn ich dann sehe womit ich sich mein armer otto behelfen muß bloß weil man die richtigen kräfte beim besten willen nicht haben kann und so sauber wie die manschetten so sauber ist alles an ihm ich meine an mr nelson auch sein kopf und sein haar wahrscheinlich daß er es mit honeywater bürstet oder vielleicht ist es auch bloß mit hülfe von der so rühmlich gekennzeichnete war der nächste der am gartengitter erschien und schon im herankommen die kommerzienrätin einigermaßen in erstaunen setzte diese hatte nach der schilderung ihrer schwiegertochter einen ausbund von eleganz erwartet stattdessen kam ein menschenkind daher an dem mit ausnahme der von der jungen frau treibel gerühmten manschettenspezialität eigentlich alles die kritik herausforderte den ungebürsteten zylinder im nacken und reisemäßig in einen gelb und braun quadrierten anzug steckend stieg er von links nach rechts sich wiegend die freitreppe herauf und grüßte mit der bekannten heimatlichen mischung von selbstbewußtsein und verlegenheit otto ging ihm entgegen um ihn seinen eltern vorzustellen mr nelson from liverpool derselbe lieber papa mit dem ich ah mr nelson sehr erfreut mein sohn spricht noch oft von seinen glücklichen tagen in liverpool und von dem ausfluge den er damals mit ihnen nach dublin und wenn ich nicht ihre auch nach glasgow machte das geht jetzt ins neunte jahr sie müssen damals noch sehr jung gewesen sein o nicht sehr jung mr treibel bald sixteen nun ich dächte doch sechzehn o sechzehn nicht sehr jung nicht für uns diese versicherungen klangen um so komischer als mr nelson auch jetzt noch wie ein junge wirkte zu weiteren betrachtungen darüber war aber keine zeit weil eben jetzt eine droschke zweiter klasse vorfuhr der ein langer hagerer mann in uniform entstieg er schien auseinandersetzungen mit dem kutscher zu haben während deren er übrigens eine beneidenswert sichere haltung beobachtete und nun rückte er sich zurecht und warf die gittertür ins schloß er war in helm und degen aber ehe man noch der schilderhäuser auf seiner achselklappe gewahr werden konnte stand es für jeden mit militärischem blick nur einigermaßen ausgerüsteten fest daß er seit wenigstens dreißig jahren außer dienst sein müsse denn die grandezza mit der er daherkam war mehr die steifheit eines alten irgendeiner ganz seltenen sekte zugehörigen dorf oder salzinspektors als die gute haltung eines offiziers alles gab sich mehr oder weniger automatenhaft und der in zwei gewirbelten spitzen auslaufende schwarze schnurrbart wirkte nicht nur gefärbt was er natürlich war sondern zugleich auch wie angeklebt desgleichen der dabei lag sein untergesicht im schatten zweier vorspringender backenknochen mit der ruhe die sein ganzes wesen auszeichnete stieg er jetzt die freitreppe hinauf und schritt auf die kommerzienrätin zu sie haben befohlen meine gnädigste hoch erfreut herr leutnant inzwischen war auch der alte treibel herangetreten und sagte lieber vogelsang erlauben sie mir daß ich sie mit den herrschaften bekannt mache meinen sohn otto kennen sie aber nicht seine frau meine liebe schwiegertochter hamburgerin wie sie leichter kennen werden und hier und dabei schritt darauf mr nelson zu und der sich mit dem inzwischen ebenfalls erschienenen leopold treibel gemütlich und ohne jede rücksicht auf den rest der gesellschaft unterhielt und hier ein junger lieber freund unseres hauses mr nelson vom liverpool vogelsang zuckte bei dem wort nelson zusammen und schienen einen augenblick zu glauben denn er konnte die furcht des gefopptwerdens nie ganz loswerden daß man sich einen witz mit ihm erlaube die ruhigen minen aller aber belehrten ihn bald eines bessern weshalb er sich artig verbeugte und zu dem jungen engländer sagte nelson ein großer name sehr erfreut mr nelson dieser lachte dem alt und aufgesteift vor ihm stehenden leugnant ziemlich ungeniert ins gesicht denn solche komische person war ihm noch gar nicht vorgekommen daß er in seiner art ebenso komisch wirkte dieser grad der erkenntnis lag ihm fern vogelsang biss sich auf die lippen und befestigte sich unter dem eindruck dieser begegnung in der lang gehegten vorstellung von der impertinenz englischer nation im übrigen war jetzt der zeitpunkt da wo das eintreffen immer neuer ankömmlinge von jeder anderen betrachtung abzog und die sonderbarkeiten eines engländers rasch vergessen ließ einige der befreundeten fabrikbesitzer aus der köpnickerstraße lösten in ihren schäsen mit niedergeschlagenem verdeck die wie es schien noch immer sich besinnende vogelsangsche droschkerasch und beinah gewaltsam ab dann kam corinna samt ihrem vetter marcell wetterkopp beide zu fuß und schließlich fuhr johann der kommerzienrat reibelsche kutscher vor und von dem mit blauem atlas ausgeschlagenen landauer derselbe darin gestern die kommerzienrätin ihren besuch bei corinna gemacht hatte entstiegen zwei alte damen die von johann mit ganz besonderem und beinah überraschlichem respekt behandelt wurden es erklärte sich dies aber einfach daraus daß treibel gleich bei beginn dieser ihm wichtigen und jetzt etwa um dritthalb jahre zurückliegende bekanntschaft zu seinem kutscher gesagt hatte johann ein für allemal diesen damen gegenüber immer hut in der hand das andere du verstehst mich ist meine sache dadurch waren die guten manieren johanns außer frage gestellt beiden alten damen ging treibel jetzt bis in die mitte des vorgartens entgegen und nach lebhaften bekomplimentierungen an denen auch die kommerzienrätin teilnahm stieg man wieder die gartentreppe hinauf und trat von der veranda her in den großen empfangssalon der bis dahin weil das schöne wetter zum verweilen im freien einlud nur von wenigen betreten worden war fast alle kannten sich von früheren treibelschen guinees her nur vogelsang und nelson waren fremde was den partiellen vorstellungsakt erneuerte darf ich sie wandte sich treibel an die zuletzt erschienenen alten damen mit zwei herren bekannt machen die mir heute zum erstenmal die ehre ihres besuches geben leutnant vogelsang präsident unseres wahlkomitees und mr nelson from liverpool man verneigte sich gegenseitig dann nahm treibel vogelsangs arm und flüsterte diese mumien einigermaßen zu orientieren zu zwei damen von wofe die korpulente frau majorin von ziegenhals die nicht korpulente worin sie mir zustimmen werden fräulein edwine von bomst merkwürdig sagte vogelsang ich würde die wahrheit gestehen eine vertauschung der namenhör angezeigt halten da treffen sie's vogelsang und es freut mich daß sie ein auge für solche dinge haben da bezeugt sich das alte leutnants blut ja diese ziegenhals einen meter brustweite wird sie wohl haben und es lassen sich allerhand betrachtungen darüber anstellen werden wohl auch seinerzeit angestellt worden sein im übrigen es sind das so die scherzhaften widerspiele die das leben erheitern klopstock war dichter und ein anderer den ich noch persönlich kannte habe hieß griepenkerl es trifft sich daß uns beide damen erspräßliche dienste leisten können wie das wieso die ziegenhals ist eine rechte cousine von dem zossener landesältesten und ein bruder der bomst hat sich mit einer pastorstochter aus der storkower gegend ehelich vermählt halbe messallianz die wir ignorieren müssen weil wir vorteil daraus ziehen man muss wie bismarck immer ein dutzend eisen im feuer haben gott sei dank johann hat den rock gewechselt und gibt das zeichen allerhöchste zeit eine viertelstunde warten geht aber zehn minuten darüber ist zuviel ohne mich ängstlich zu belauschen ich höre wie der hirsch nach wasser schreit bitte vogelsang führen sie meine frau liebe corinna bemächtigen sie sich nelsons victory und westminster abbey das entern ist diesmal an ihnen und nun meine damen darf ich um ihren arm bitten frau majorin und um den ihren mein gnädigstes fräulein und die ziegenhals am rechten die bomst am linken arm ging er auf die flügeltür zu und die sich während dieser seiner letzten worte mit einer gewissen langsamen feierlichkeit geöffnet hatte ende des zweiten kapitels drittes kapitel das eßzimmer entsprach genau dem vorgelegenen empfangszimmer und hatte den blick auf den großen parkartigen hintergarten mit plätschern dem springbrunnen ganz in der nähe des hauses eine kleine kugel stieg auf dem wasserstrahl auf und ab und auf dem querholz einer zur seite stehenden stange saß sein kakadu und sah mit dem bekannten auge voll tiefsinn abwechselnd auf den strahl mit der balancierenden kugel und dann wieder in den esssaal dessen oberes schiebefenster der ventilation halber etwas herabgelassen war der kronleuchter brannte schon aber die niedrig geschraubten flämmchen waren in der nachmittagssonne kaum sichtbar und führten ihr schwaches vorleben nur deshalb weil der kommerzienrat um ihn selbst sprechen zu lassen nicht liebte durch manipulationen im laternenansteckerstil in seiner dinerstimmung gestört zu werden auch der bei der gelegenheit hörbar werdende kleine puff den er gern als moderierten salutschuss bezeichnete konnte seine gesamtstellung zu der frage nicht ändern der speisesaal selbst war von schöner einfachheit gelber stuck in den einige reliefs eingelegt waren reizende arbeiten von professor franz seitens der kommerzienrätin war als es sich um diese ausschmückung handelte reinhold pegas in vorschlag gebracht aber von treibel als einen etat überschreitend abgelehnt worden das ist für die zeit wo wir generalkonsuls sein werden eine zeit die nie kommt hat die jenny geantwortet doch doch jenny teubitz zossen ist die erste staffel dazu er wußte wie zweifelhaft seine frau seiner wahl agitation und allen daran sich knüpfenden hoffnungen gegenüberstand weshalb er gern durchklingen ließ daß er von dem baum seiner politik auch für die weibliche eitelkeit noch goldene früchte zu heimsen gedenke draußen aber setzte der wasserstrahl sein spiel fort drinnen im saal aber in der mitte der tafel die statt der üblichen riesen vase mit flieder und goldregen ein kleines blumenparkett zeigte saß der alte treibel neben sich die beiden adligen damen ihm gegenüber seine frau zwischen leutnant vogelsang und dem ehemaligen opernsänger adolar krola krola war seit fünfzehn jahren hausfreund worauf ihm dreierlei einen gleichmäßigen anspruch gab sein gutes äußere seine gute stimme und sein gutes vermögen er hatte sich nämlich kurz vor seinem rücktritt von der bühne mit einer millionärstochter verheiratet allgemein zugestanden war er ein sehr liebenswürdiger mann was er vor manchem seiner ehemaligen kollegen ebenso sehr voraus hatte wie die mehr als gesicherte finanzlage frau jenny präsentierte sich in vollem glanz und ihre herkunft aus dem kleinen laden in der aderstraße war in ihrer erscheinung bis auf den letzten rest getilgt alles wirkte reich und elegant aber die spitzen auf dem feilchenfarbigen brokatkleide so viel mußte gesagt werden taten es nicht allein auch nicht die kleinen brillantohrringe die bei jeder bewegung hin und her blitzen nein was ihr mehr als alles andere eine gewisse vornehmheit lieh war die sichere ruhe womit sie zwischen ihren gästen thronte keine spur von aufregung gab sich zu erkennen zu der allerdings auch keine veranlassung vorlag sie wußte was in einem reichen und auf repräsentation gestellten hause brauchbare dienstleute bedeuten und so wurde denn alles was sich nach dieser seite hin nur irgendwie bewährte durch hohen lohn und gute behandlung festgehalten alles ging infolgedessen wie am schnürchen auch heute wieder und ein blick jenny's regierte das ganze wobei das untergeschobene luftkissen das ihr eine dominierende stellung gab ihr nicht wenig zustatten kam in ihrem sicherheitsgefühl war sie zugleich die liebenswürdigkeit selbst ohne furcht wirtschaftlich irgendetwas in stocken kommen zu sehen konnte sie sich selbstverständlich auch den pflichten einer gefälligen unterhaltung widmen und weil sie's störend empfinden mochte den ersten begrüßungsmoment abgerechnet zu keinem einzigen intimeren gesprächsworte mit den adeligen damen gekommen zu sein so wandte sie sich jetzt über den tisch hin an die bomst und fragte voll anscheinender oder vielleicht auch wohl wirklicher teilnahme haben sie mein gnädigstes fräulein neuerdings etwas von prinzess anisettchen gehört ich habe mich immer für diese junge prinzessin lebhaft interessiert ja für die ganze linie des hauses sie soll glücklich verheiratet sein ich höre so gern von glücklichen ehen namentlich in der obersphäre der gesellschaft und ich möchte dabei bemerken dürfen es scheint mir eine törichte annahme daß auf den höhen der menschheit das eheglück ausgeschlossen sein solle gewiß unterbrach hier treibel übermütig ein solcher verzicht auf das denkbar höchste lieber treibel fuhr die rätin fort ich richtete mich an das fräulein von bomst das bei jedem schuldigen respekt vor deiner sonstigen allgemeinkentnis mir in allem was hof angeht doch um ein erhebliches kompetenter ist als du zweifellos sagte treibel und die bomst die dies eheliche in der metzung mit einem sichtlichen behagen begleitet hatte nahm nun ihrerseits das wort und erzählte von der prinzessin die ganz die großmutter sei denselben teint und vor allem dieselbe gute laune habe das wisse so dürfe sie wohl sagen niemand besser als sie denn sie habe noch des vorzugs genossen unter den augen der hochseligen die eigentlich ein engel gewesen ihr leben bei hofe beginnen zu dürfen bei welcher gelegenheit sie so recht die wahrheit begriffen habe daß die natürlichkeit nicht nur das beste sondern auch das vornehmste sei ja sagte treibel das beste und das vornehmste da hörst du's jenny von einer seite her die du pardon mein gnädiges fräulein eben selbst als kompetenteste seite bezeichnet hast auch die ziegenhals mischte sich jetzt mit ein und das gesprächsinteresse der kommerzienrätin die wie jede geborene berlinerin für hof und prinzessinnen schwärmte schien sich mehr und mehr in ihren beiden vis vis zuwenden zu wollen als plötzlich ein leises augenzwinkern treibel sehr zu verstehen gab daß auch noch andere personen zu tische säßen und daß es des landes der brauch sei sich was das gespräch angehe mehr mit seinem nachbarn zur linken und rechten als mit seinem gegenüber zu beschäftigen die kommerzienrätin erschrak denn auch nicht wenig als sie wahrnahm wie sehr treibel mit seinem stillen wenn auch halb scherzhaften vorwurf im rechte sei sie hatte versäumtes nachholen wollen und war dadurch in eine neue schwere versäumnis hineingeraten ihr linker nachbar krola nun das mochte gehend er war hausfreund und harmlos und nachsichtig von natur aber vogelsang es kam mit einem male zum bewußtsein daß sie während des prinzessinnengesprächs von der rechten seite her immer etwas wie einen sich einbohrenden blick empfunden hatte ja das war vogelsang gewesen vogelsang dieser furchtbare mensch dieser mephisto mit hahnenfeder und hinkefuß wenn auch beides nicht recht zu sehen war er war ja widerwärtig und doch mußte sie mit ihm sprechen es war die höchste zeit ich habe herr leutnant von ihren beabsichtigten reisen in unsere liebe markt brandenburg gehört sie wollen bis an die gestade der wendischen spreevordringen ja noch darüber hinaus eine höchst interessante gegend wie mir treibel sagte mit allerlei wendengöttern die sich bis diesen tag in dem finstern geiste der bevölkerung aussprechen sollen nicht daß ich wüßte meine gnädigste so zum beispiel in dem städtchen storkow dessen burgermeister wenn ich recht unterrichtet bin der burgermeister tschech war jener politische rechtsfanatiker der auf könig friedrich wilhelm den vierten schoß ohne rücksicht auf die nebenstehende königin es ist eine lange zeit aber ich entsinne mich der einzelheiten als ob es gestern gewesen wäre und entsinne mich auch noch des eigentümlichen liedes das damals auf diesen vorfall gedichtet wurde ja sagte vogelsang ein erbärmlicher gassenhauer darin ganz der frivole geist spuckte der die lyrik jener tage beherrschte was sich anders in dieser lyrik gibt ganz besonders auch in dem in rede stehenden gedicht ist nur schein lug und trug er erschoss uns auf ein haar unser teures königspaar da haben sie die ganze perfidie das sollte loyal klingen und unter umständen vielleicht auch den rückzug decken ist aber schnöder und schändlicher als alles was jene verlogene zeit sonst noch hervorgebracht hat den großen hauptsünder auf diesem gebiete nicht ausgenommen ich meine natürlich herrweg george herrweg ach da treffen sie mich herr leutnant wenn auch ungewollt an einer sehr empfindlichen stelle herrweg war nämlich in der mitte der vierziger jahre wo ich eingesegnet wurde mein lieblingsdichter es entzückte mich weil ich immer sehr protestantisch fühlte wenn er seine flüche gegen rom herbeischleppte wobei sie mir vielleicht beistimmen werden und ein anderes gedicht worin er uns aufforderte die kreuze aus der erde zu reißen las ich beinah mit großem vergnügen ich muß freilich einräumen daß es keine lektüre für eine konfirmandin war aber meine mutter sagte ließ es nur jenny der könig hat es auch gelesen und herrweg war sogar bei ihm in charlottenburg und die besseren klassen lesen es alle meine mutter wofür ich ihr noch im grabe danke war immer für die besseren klassen und das sollte jede mutter denn es ist bestimmend für unsern lebensweg das niedere kann dann nicht heran und bleibt hinter uns zurück vogelsang zog die augenbrauen zusammen und jeder den die vorstellung von seiner mephistopheles schafft bis dahin nur gestreift hatte hätte bei diesem minenspiel unwillkürlich nach dem hinkefuß suchen müssen die kommerzienrätin aber fuhr fort im übrigen wird mir das zugeständnis nicht schwer daß die patriotischen grundsätze die der große dichter predigte vielleicht sehr anfechtbar waren wiewohl auch das nicht immer das richtige ist was auf der großen straße liegt vogelsang der stolz darauf war durchaus eine nebenstraße zu wandeln nickte jetzt zustimmend aber lassen wir die politik herr leutnant ich gebe ihnen herweg als politischen dichter preis da das politische nur ein tropfen fremden blut es in seinen adern war in dessen groß ist er wo er nur dichter ist erinnern sie sich ich möchte hingehen wie das abendrot und wie der tag mit seinen letzten gluten mich in den schoß des ewigen verbluten ja das kenn ich meine gnädigste das hab ich damals auch nachgebetet aber wer sich als es galt durchaus nicht verbluten wollte das war der herr dichter selbst und so wird es immer sein das kommt von den hohlen leeren worten und der glauben sie mir frau rätin das sind überwundene standpunkte der prosa gehört die welt jeder nach seinem geschmack herr leutnant vogelsang sagte die durch diese worte tief verletzte jenny wenn sie prosa vorziehen so kann es sie daran nicht hindern aber mir gilt die poetische welt und vor allem gelten mir auch die formen in denen das poetische herkömmlich seinen ausdruck findet ihm allein verlohnt es sich zu leben alles ist nichtig am nichtigsten aber ist das wonach alle welt so begehrlich drängt äußerlicher besitzvermögen gold gold ist nur chimäre da haben sie den ausspruch eines großen mannes und künstlers der seinen glücksgütern nach ich spreche von meyerbeer wohl in der lage war zwischen dem ewigen und vergänglichen unterscheiden zu können ich für meine person verbleibe dem ideal und werde nie darauf verzichten am reinsten aber habe ich das ideal im liede vor allem in dem liede das gesungen wird denn die musik hebt es noch in eine höhere sphäre habe ich recht lieber krola krola lächelte gutmütig verlegen vor sich hin denn als tenor und billionär saß er zwischen zwei stühlen endlich aber nahm er seiner freundin hand und sagte jenny wann hätten sie je nicht recht gehabt der kommerzienrat hatte sich mittlerweile ganz der majorin von ziegenhals zugewandt deren hoftage noch etwas weiter zurücklagen als die der bombst ihm treibel ward es natürlich gleichgültig denn so sehr ihm ein gewisser glanz paßte den das erscheinen der hofdamen trotz ihrer außer dienststellung seiner gesellschaft immer noch lieh so stand er doch auch wieder völlig darüber ein standpunkt den ihm die beiden damen selbst eher zum guten als zum schlechten anrechneten namentlich die den freuden der tafel überaus zugeneigte ziegenhals nahm ihrem kommerzienrätlichen freunde nichts übel am wenigsten aber verdroß es sie wenn er außer adels und geburtsfragen allerlei sittlichkeitsprobleme streifte zu deren lösung er sich als geborener berliner besonders berufen fühlte die majorin gab ihm dann einen tipp mit dem finger und flüsterte ihm etwas zu das vierzig jahre früher bedenklich gewesen wäre jetzt aber beide renommierten beständig mit ihrem alter nur heiterkeit weckte meist waren es harmlose sentenzen aus büchmann oder andere gefügelte worte denen erst der ton aber dieser oft sehr entschieden den erotischen charakter aufdrückte sagen sie schertreibel hob die ziegenhals an wie kommen sie zu dem gespenst da drüben erscheint noch ein vor damals war ja die epoche des sonderbaren leutnants aber dieser übertreibt es karikatur durch und durch entsinnen sie sich noch eines bildes aus jener zeit das den don quixote mit einer langen lanze darstellte dicke bücher rings um sich her das ist er wie er leibt und lebt treibel fuhr mit dem linken zeigefinger am innenrand seiner krawatte hin und her und sagte ja wie ich zu ihm komme meine gnädigste nun jedenfalls mehr der not gehorchend als dem eigenen triebe seine gesellschaftlichen meriten sind wohl eigentlich gering und seine menschlichen werden dasselbe niveau haben aber er ist ein politiker das ist unmöglich er kann doch nur als warnungsschatten vor den prinzipien stehen die das unglück haben von ihm vertreten zu werden überhaupt kommerzienrat warum verirren sie sich in die politik was ist die folge sie verderben sich ihren guten charakter ihre guten sitten und ihre gute gesellschaft ich höre daß sie für teubitz zossen kandidieren wollen nun meinetwegen aber wozu lassen sie doch die dinge gehen sie haben eine charmante frau gefühlvoll und hochpoetisch und haben eine villa wie diese darin wir eben ein raguffin einnehmen das seinesgleichen sucht und haben draußen im garten einen springbrunnen und einen kakadu um den ich sie beneiden könnte denn meiner ein grüner verliert gerade die federn und sieht aus wie die schlechte zeit was wollen sie mit politik was wollen sie mit teubitz zossen ja mehr um ihnen einen vollbeweis meiner vorurteilslosigkeit zu geben was wollen sie mit konservatismus sie sind ein industrieller und wohnen in der köpniker straße lassen sie doch diese gegend ruhig bei singer oder lübich löwe oder wer sonst hier gerade was brä hat jeder lebensstellung entsprechen auch bestimmte politische grundsätze rittergutsbesitzer sind agrarisch professoren sind nationale mittelpartei und industrielle sind fortschrittlich seien sie doch fortschrittler was wollen sie mit dem kronenorden ich wenn ich an ihrer stelle wäre lancierte mich ins städtische hinein und ränge nach der sonst unruhig wenn einer lange sprach was er nur sich selbst ausgiebig gestattete war diesmal doch aufmerksam gefolgt und winkte zunächst einen diener heran um der majorin ein zweites glas schabli zu präsentieren sie nahm auch er mit und nun stieß er mit ihr an und sagte auf gute freundschaft und noch zehn jahre so wie heut aber das mit dem fortschrittlertum und der bürgerkrone was ist da zu sagen meine gnädigste sie wissen unsereins rechnet und rechnet und kommt aus der regula de tri gar nicht mehr heraus aus dem alten ansatze wenn das und das soviel bringt wieviel bringt das und das und sehen sie freundin und gönnerin nach demselben ansatz habe ich mir auch den fortschritt und den konservatismus berechnet und bin dahintergekommen daß mir der konservatismus ich will nicht sagen mehr abwirft das wäre vielleicht falsch aber besser zu mir paßt mir besser kleidet besonders seitdem ich kommerzienrat bin ein titel von fragmentarischem charakter der doch natürlich seiner vervollständigung entgegensieht ah ich verstehe nun sehen sie la petit vient en mangeant und wer a sagt will auch b sagen außerdem aber ich erkenne die lebensaufgabe des weisen vor allen dingen in herstellung des sogenannten harmonischen und dies harmonische wie die dinge nun mal liegen oder vielleicht kann ich auch sagen wie die zeichen nun mal sprechen schließt in meinem spezialfalle die fortschrittliche bürgerkrone so gut wie aus sagen sie das im ernste ja meine gnädigste fabriken im allgemeinen neigen der bürgerkrone zu fabriken im besonderen aber und dahin gehört ausgesprochenermaßen die meine konstatierenden ausnahmefall ihr blick fordert beweise nun denn ich will es versuchen ich frage sie können sie sich einen handelsgärtner denken der sagen wir auf der lichtenberger oder der rummelsburger gemarkung kornblumen im großen zieht kornblumen dies symbol königlich preußischer gesinnung und der zugleich petroleur und dynamitarde ist sie schütteln den kopf und bestätigen dadurch mein nein und nun frage ich sie weiter was sind alle kornblumen der welt gegen eine berliner blaufabrik im berliner blau haben sie das symbolisch preußische sozusagen in höchster potenz und je sicherer und unanfechtbarer das ist desto unerlässlicher ist auch mein verbleiben auf dem boden des konservatismus der ausbau des kommerzienrätlichen bedeutete in meinem spezialfall das natürlich gegebene jedenfalls mehr als die bürgerkrone die ziegenhals schien überwunden und lachte während krola der mit halbem ohr zugehört hatte zustimmend nickte so ging das gespräch in der mitte der tafel aber noch heiterer verlief es am unteren ende derselben wo sich die junge frau treibel und corinna gegenüber saßen die junge frau zwischen marcell wetterkopp und dem referendar enghaus corinna zwischen mr nelson und leopold treibel dem jüngeren sohne des hauses an der schmalseite des tisches mit dem rücken gegen das breite gartenfenster war das gesellschaftsfräulein fräulein honig platziert worden deren derbe züge sich wie ein protest gegen ihren namen ausnahmen je mehr sie zu lächeln suchte je sichtbarer wurde der sie verzehrende neid der sich nach rechts hin gegen die hübsche hamburgerin nach links hin gegen ihn fast noch ausgesprochenerweise gegen corinna richtete diese halbe kollegin die sich trotzdem mit einer sicherheit benahm als ob sie die majorin von ziegenhals oder doch mindestens das fräulein von pomst gewesen wäre die junge frau treibel sah sehr gut aus blond klar ruhig beide nachbarn machten ihr den hof marcell freilich nur mit erkünsteltem eifer weil er eigentlich corinna beobachtete die sich aus dem einen oder andern grunde die eroberung des jungen engländers vorgesetzt zu haben schien bei diesem vorgehen voll koketterie sprach sie übrigens so lebhaft so laut als ob ihr daran läge daß jedes wort auch von ihrer umgebung und ganz besonders von ihrem vetter marcell gehört werde sie führen einen so schönen namen wandte sie sich an mr nelson so schön und berühmt dass ich wohl fragen möchte ob ihnen nie das verlangen gekommen ist sich der fernambuk und capetscheholzbranche darin sie soviel ich weiß auch tätig sind für immer zu entschlagen ich fühle deutlich daß ich wenn ich nelson hieße keine ruhige stunde mehr haben würde bis ich meine battle at the nile ebenfalls geschlagen hätte sie kennen natürlich die einzelheiten der schlacht oh to be sure nun da wär ich denn endlich denn hier landes weiß niemand was rechtes davon an der richtigen quelle sagen sie mr nelson wie war das eigentlich mit der idee der anordnung zur schlacht ich habe die beschreibung vor einiger zeit dem walter scott gelesen und war seitdem immer im zweifel darüber was eigentlich den ausschlag gegeben habe ob mir eine geniale disposition oder ein heroischer mut british oaks und british hearts ich freue mich diese frage durch sie beglichen zu sehen und in einer weise die meinen sympathien entspricht denn ich bin für das heroische weil es so selten ist aber ich möchte doch auch annehmen daß das geniale kommando certainly miss corinna no doubt ja das waren herrliche worte von denen ich übrigens bis heute geglaubt hatte daß sie bei trafalgar gesprochen seien aber warum nicht auch bei abukir etwas gutes kann immer zweimal gesagt werden und dann eigentlich ist eine schlacht wie die andere besonders seeschlachten ein knall eine feuersäule und alles geht in die luft es muß übrigens großartig sein und entzücken für alle die die zusehen können ein wundervoller anblick ja leopold fuhr corinna fort indem sie sich plötzlich an ihren andern tischnachbar wandte da sitzen sie nun und lächeln und warum lächeln sie weil sie hinter diesem lächeln ihre verlegenheit verbergen wollen sie haben eben nicht jene heroical courage zu der sich dirmester nelson so bedingungslos bekannt hat ganz im gegenteil sie haben sich aus ihres vaters fabrik die doch in gewissem sinne wenn auch freilich nur geschäftlich die blut und eisentheorie vertritt ja es klang mir vorhin fast als ob ihr papa der frau majorin von ziegenhalse etwas von diesen dingen erzählt hätte sie haben sich sag ich aus dem blutlaugenhof in dem sie verbleiben mußten in den holzhof ihres bruders otto zurückgezogen das war nicht gut auch wenn es fern am buckholz ist da sehen sie meinen vetter marcell drüben der schwört jeden tag wenn er mit seinen hanteln umherficht daß es auf das reck und das turnen ankomme was ihm ein für allemal die heldenschaft bedeutet und das vater jan doch schließlich noch über nelson geht marcell drohte halb ernst halb scherzhaft mit dem finger zu corinna hinüber und sagte cousine vergiß nicht daß der repräsentant einer andern nation dir zur seite sitzt und daß du die pflicht hast einigermaßen für deutsche weiblichkeit einzutreten sagte nelson nichts weiblichkeit always quick and clever das was wir lieben an deutsche frauen nichts weiblichkeit fräulein corinna is quite on the right way da hast du's marcell mr nelson für den du so sorglich eintrittst damit er nicht falsche bilder mit in sein mehrumgürte des albion hinübernimmt mr nelson läßt dich im stich und frau treibel denk ich läßt mich auch im stich und herr enghaus auch und mein freund leopold auch und so bin ich gut des muts und bleib nur noch fräulein honig diese verneigte sich und sagte ich bin gewohnt mit der majorität zu gehen und ihre ganze verbittertheit lag in diesem tone der zustimmung ich will mir meines vetters mahnung aber doch gesagt sein lassen fuhr corinna fort ich bin etwas übermütig mr nelson und außerdem aus einer plauderhaften familie just what i like miß corinna plauderhafte leute gute leute so sagen wir in england und das sage ich auch mr nelson können sie sich einen immer plaudernden verbrecher denken oh no certainly not und zum zeichen dass ich tross ewigen schwatzens doch eine weibliche natur und eine richtige deutsche bin soll mr nelson von mir hören daß ich auch noch nebenher kochen nähen und blätten kann und daß ich im letteverein die kunststopferei gelernt habe ja mr nelson so steht es mit mir ich bin ganz deutsch und ganz weiblich und bleibt eigentlich nur noch die frage kennen sie den letteverein und kennen sie die kunststopferei no fräulein corinna neither the one nor the other nun sehen sie dear mr nelson der letteverein ist ein verein oder ein institut oder eine schule für weibliche handarbeit ich glaube sogar nach englischem muster was noch ein besonderer vorzug wäre not at all german schools are all is to be preferred wer weiß ich möchte das nicht so schroff hinstellen aber lassen wir das um uns mit dem weit wichtigeren zu beschäftigen mit der kunststopferei frage das ist wirklich was bitte wollen sie zunächst das wort nachsprechen mr nelson lächelte gutmütig vor sich hin nun ich sehe daß es ihnen schwierigkeiten macht aber diese schwierigkeiten sind nichts gegen die der kunststopferei selbst sehen sie hier ist mein freund leopold treibel und treib wie sie sehen einen untadeligen rock mit einer doppelten knopfreihe und auch wirklich zugeknöpft ganz wie es sich für einen gentleman und einen berliner kommerzienratssohn gezieht und ich taxiere den rock auf wenigstens hundert mark überschätzung wer weiß du vergißt marcell daß es verschiedene skalen auch auf diesem gebiete gibt eine für oberlehrer und eine für kommerzienräte doch lassen wir die preisfrage jedenfalls ein feiner rock prima und nun wenn wir aufstehen mr nelson und die zigarren herumgereicht werden ich denke sie rauchen doch werde ich sie um ihre zigarre bitten und meinem freunde leopold treibel ein lock in den rock brennen hier gerade wo sein herz sitzt und dann werde ich den rock in einer drotschchen mit nach hause nehmen und morgen um dieselbe zeit wollen wir uns hier im garten wieder versammeln und um das bassin herum stühle stellen wie bei einer aufführung und der kakadu kann auch dabei sein und dann werde ich auftreten wie eine künstlerin die ich in der tat auch bin und werde den rock herumgehen lassen und wenn sie dear mr nelson dann noch im stande sind die stelle zu finden wo das loch war so will ich ihnen einen kuß geben und ihnen als sklavin nach liverpool hin folgen aber es wird nicht dazu kommen soll ich sagen leider ich habe zwei medaillen als kunststopferin gewonnen und sie werden diese stelle sicherlich nicht finden oh ich werde finden no doubt i will find it entgegnete mr nelson leuchtenden auges weil er seiner immer wachsenden bewunderung passend oder nicht einen ausdruck geben wollte schloss er mit einem in kurzen ausrufungen gehaltenen hymnus auf die berlinerinnen und der sich daran anschließenden und mehrfach wiederholten versicherung daß sie decidedly clever seien leopold und der referendar vereinigten sich mit ihm in diesem lob und selbstfräulen honig lächelte weil sie sich als landsmännin mitgeschmeichelt fühlen mochte nur im auge der jungen frau treibel sprach sich eine leise verstimmung darüber aus eine berlinerin und kleine professorstochter in dieser weise gefeiert zu sehen auch vetter marcell so sehr er zustimmte war nicht recht zufrieden weil er davon ausging daß seine cousine ein solches hasten und sich in szene setzen nicht nötig habe sie war ihm zu schade für die rolle die sie spielte corinna sah ihrerseits auch ganz deutlich was in ihm vorging und würde sich ein vergnügen daraus gemacht haben ihn zu necken wenn nicht in eben diesem momente das eis wurde schon herumgereicht der kommerzienrat an das glas geklopft und sich um einen toast auszubringen von seinem platz erhoben hätte meine damen und herren ladies and gentlemen das gilt ihnen flüsterte corinna mr nelson zu ich bin fuhr treibel fort an dem hammelrücken vorübergegangen und habe diese verhältnismäßig späte stunde für einen meinerseits auszubringenden toast herankommen lassen eine neuerung die mich in diesem augenblick freilich vor die frage stellt ob der schmelzezustand eines rot und weißen panache nicht doch etwas vermeidenswerteres ist als der hammelrücken im zustand der erstarrung wie dem aber auch sein möge jedenfalls gibt es zur zeit nur ein mittel ein vielleicht schon angerichtetes übel auf ein mindestmaß herabzudrücken kürze genehmigen sie denn meine herrschaften in ihrer gesamtheit meinen dank für ihr erscheinen und gestatten sie mir des ferneren und im besonderen im hinblick auf zwei liebe gäste die hier zu sehen ich heute zum erstenmal die ehre habe meinen toast in die britischerseits nahezu geheiligte formel kleiden zu dürfen on our army and navy auf heer und flotte also die wir das glück haben hier an dieser tafel einerseits er verbeugte sich gegen vogelsang durch beruf und lebensstellung andererseits verbeugung gegen nelson durch einen weltberühmten heldennamen vertreten zu sehen noch einmal also our army and navy es lebe leutnant vogelsang es lebe mr nelson der toast fand allseitige zustimmung und der in eine nervöse unruhe geratene mr nelson wollte sofort das wort nehmen um zu danken aber corinna hielt ihn davon ab vogelsang sei der ältere und würde vielleicht den dank für ihn mit aussprechen und der zappelige heldennamensvetter machte wiederholte versuche sich von seinem platze zu erheben und zu sprechen aber vogelsang kam ihm wirklich zuvor und nachdem er den bart mit der serviette geputzt und in nervöser unruhe seinen waffenrock erst auf und dann wieder zugeknöpft hatte begann er mit einer ankomisch streifenden würde meine herren unser liebenswürdiger wirt hat die armee leben lassen und mit der armee meinen namen verknüpft ja meine herren ich bin soldat oh for shame brummte der über das wiederholte meine herren und das gleichzeitige unterschlagen aller anwesenden damen aufrichtig empörte mr nelson oh for shame und ein kichern ließ sich allerseits hören das auch anhielt bis des redners immer finsterer werden des augenrollen eine wahre kirchenstille wieder hergestellt hatte dann erst fuhr dieser fort ja meine herren ich bin soldat aber mehr als das ich bin auch streiter im dienste einer idee zwei große mächte sind es denen ich diene volkstum und königtum alles andere stört schädigt verwirrt englands aristokratie die mir von meinem prinzip ganz abgesehen auch persönlich widerstreitet veranschaulicht eine solche schädigung eine solche verwirrung ich verabscheue zwischenstufen und überhaupt die das sind mittelalterlichkeiten ich erkenne mein ideal in einem plateau mit einem einzigen aber alles überragenden pick die ziegenhals wechselte ihr blicke mit träbel alles sei von volkes gnaden bis zu der stelle hinauf wo die gottesgnadenschaft beginnt dabei streng geschiedene machtbefugnisse das gewöhnliche das massenhafte werde bestimmt durch die masse das ungewöhnliche das große werde bestimmt durch das große das ist thron und krone meiner politischen erkenntnis nach ruht alles heil alle besserungsmöglichkeit in der aufrichtung einer royaldemokratie zu der sich soviel ich weiß auch unser kommerzienrat bekennt und in diesem gefühle darin wir uns eins wissen erhebe ich das glas und bitte sie mit mir auf das wohl unseres hochverirrten wirtes zu trinken zugleich unseres gonfaloniere der uns die fahne trägt unser kommerzienrat treibel erlebe hoch alles erhob sich um mit vogelsang anzustoßen und ihn als erfinder der royaldemokratie zu beglückwünschen einige konnten als aufrichtig entzückt gelten besonders das wort gonfaloniere schien gewirkt zu haben andere lachten still in sich hinein und nur drei waren direkt unzufrieden treibel weil er sich von den eben entwickelten vogelsangschen prinzipien praktisch nicht viel versprach die kommerzienrätin weil er das ganze nicht fein genug vorkam und drittens mr nelson weil er sich aus dem gegen die englische aristokratie gerichteten satze vogelsangs einen neuen haß gegen eben diesen gesogen hatte stuffen the nonsense what does he know of our aristocracy to be sure he doesn't belong to it that's all ich weiß doch nicht lachte corinna hat er nicht was von einem peer of the realm nelson vergaß über dieser vorstellung beinahe all seinen groll und bot corinna während er eine knackmantel von einem der tafelaufsätze nahm eben ein vielliebchen an als die kommerzienrätin den stuhl hob und dadurch das zeichen zur aufhebung der tafel gab die flügeltüren öffneten sich und in derselben reihenfolge wie man zu tisch gegangen war schritt man wieder auf den mittlerweile gelüfteten frontsaal zu wo die hirren treibel an der spitze den älteren und auch einigen jüngeren damen respektvoll die hand küßten nur mr nelson verzichtete darauf weil er die kommerzienrätin a little pompous und die beiden hofdamen a little ridiculous fand und begnügte sich an corinna herantretend mit einem kräftigen shake hands viertes kapitel die große glastür die zur freitreppe führte stand auf dennoch war es schwül und so zog man es vor den kaffee draußen zu nehmen die einen auf der veranda die anderen im vorgarten selbst wobei sich die tischnachbarn in kleinen gruppen wieder zusammenfanden und weiterplauderten nur als sich die beiden adeligen damen von der gesellschaft verabschiedeten unterbrach man sich in diesem mit medisans reichlich gewürzten gespräch und sah eine kleine weile dem landauer nach der die köpenicker straße hinauf erst auf die frau von ziegenhalssche wohnung in unmittelbarer nähe der marschallsbrücke dann aber auf charlottenburg zufuhr wo die seit fünfunddreißig jahren in einem seitenflügel des schlosses einquartierte bombs der lebensglück und zugleich ihren besten stolz aus der betrachtung zog in erster zeit mit des hochseligen königs majestät dann mit der königin witwe und zuletzt mit den meiningenschen herrschaften dieselbe luft geatmet zu haben es gab ihr all das etwas verklärtes was auch zu ihrer figur paßte treibel der die damen bis an den wagenschlag begleitet hatte mittlerweile vom straßendamm her die veranda wieder erreicht wo vogelsang etwas verlassen aber mit uneingebüßter würde seinen platz behauptete nun ein wort unter uns leutnant aber nicht hier ich denke wir absentieren uns einen augenblick und rauchen ein blatt das nicht alle tage wächst und namentlich nicht überall dabei nahm er vogelsang unter den arm und führte den gern gehorchenden in sein neben dem saale gelegenes arbeitszimmer wo der geschulte diesen lieblingsmoment im dinerleben seines herrn von lange her kennende diener bereits alles zurechtgestellt hatte das zigarrenkistchen den likörkasten und die karaffe mit eiswasser die gute schulung des diners beschränkte sich aber nicht auf diese vorarrangements vielmehr stand er im selben augenblick wo beide herren ihre plätze genommen hatten auch schon mit dem tablett vor ihnen und präsentierte den kaffee das ist recht friedrich auch der aufbau hier alles zu meiner zufriedenheit aber gib doch lieber die andere kiste hier die flache und dann sage meinem sohn otto ich ließe ihn bitten ihnen doch recht vogelsang oder wenn du otto nicht triffst so bitte den polizei assessor ja lieber den er weiß doch besser bescheid sonderbar alles was in der wolkenmarktluft groß geworden ist dem rest der menschheit um ein beträchtliches überlegen und dieser goldamer hat nun noch gar den vorteil ein richtiger pastorssohn zu sein was allen seinen geschichten einen eigentümlich bekannten beigeschmack gibt und dabei klappte treibel den kasten auf und sagte cognac oder alasch oder das eine tun und das andere nicht lassen vogelsang lächelte schob den zigarrenabknipser ziemlich demonstrativ beiseite und biß die spitze mit seinen raffzähnen ab dann griff er nach einem streichhölzchen im übrigen schien er abwarten zu wollen womit treibel beginnen würde der ließ denn auch nicht lange warten eh bien vogelsang wie gefielen ihnen die beiden alten damen etwas feines nicht wahr besonders die bomst meine frau würde sagen ätherisch nun durchsichtig genug ist sie aber offen gestanden die ziegenhals ist mir lieber drall und prall kapitales weib und muß ihrer zeit ein geradezu formidables festungsviereck gewesen sein rasse temperament und wenn ich recht gehört habe so pendelt ihre vergangenheit zwischen verschiedenen kleinen höfen hin und her lady milford aber weniger sentimental alles natürlich alte geschichten alles beglichen man könnte beinahe sagen schade den sommer über ist sie jetzt regelmäßig bei den kratschinskis in der zossener gegend weiß der teufel wo seit kurzem all die polnischen namen herkommen aber schließlich ist es gleichgültig was meinen sie wenn ich die ziegenhals in anbetracht dieser kratschinskischen bekanntschaft unsern zwecken dienstbar zu machen suchte kann zu nichts führen warum nicht sie vertritt einen richtigen standpunkt ich würde mindestens sagen müssen einen nicht richtigen wieso sie vertritt einen durchaus beschränkten standpunkt und wenn ich das wort wähle so bin ich noch ritterlich übrigens wird mit diesem ritterlich ein wachsender und geradezu horrender mißbrauch getrieben ich glaube nämlich nicht daß unsere rittersee ritterlich das heißt im ritterlichem sinne von artig und verbindlich gewesen sind alles bloß historische fälschungen und was diese ziegenhals angeht die wir uns wie sie sagen dienstbar machen sollen so vertritt sie natürlich den standpunkt des feudalismus den der pyramide daß sie zum hofe steht ist gut und ist das was sie mit uns verbindet aber das ist nicht genug personen wie diese majorin und selbstverständlich auch ihr adeliger anhang gleichviel ob er polnischen oder deutschen ursprungs ist alle leben mehr oder weniger in einem wust von einbildungen will sagen von mittelalterlichen standes vorurteilen und das schließt ein zusammengehen aus trotzdem wir die königsfahne mit ihnen gemeinsam haben aber diese gemeinsamkeit frummt nicht schadet uns nur wenn wir rufen es lebe der könig so geschieht es vollkommen selbstsuchtlos um einem großen prinzip die herrschaft zu sichern für mich bürge ich und ich hoffe daß ich es auch für sie kann gewiß vogelsang gewiß aber diese ziegenhals von der ich beiläufig fürchte daß sie nur zu sehr recht haben mit der von ihnen angedeuteten wenn auch gott sei dank weit zurückliegenden auflehnung gegen moral und gute sitte diese ziegenhals und ihresgleichen wenn die rufen es lebe der könig so heißt das immer nur es lebe der der für uns sorgt unser nährvater sie kennen nichts als ihren vorteil es ist ihnen versagt in einer idee aufzugehen und sich auf personen stützen die nur sich kennen das heißt unsere sache verloren geben unsere sache besteht nicht bloß darin den fortschrittlichen drachen zu bekämpfen sie besteht auch in der bekämpfung des vampiradels der immer bloß saugt und saugt weg mit der ganzen interessenpolitik in dem zeichen absoluter selbstlosigkeit müssen wir siegen und dazu brauchen wir das volk nicht das quizotum das seit dem gleichnamigen stücke wieder obenauf ist und das heft in die hände nehmen möchte nein kommerzienrat nichts von pseudokonservatismus kein königtum auf falscher grundlage das königtum wenn wir es konservieren wollen muß auf etwas soliderem ruhen als auf einer ziegenhals oder einer bombs nun hören sie vogelsang die ziegenhals wenigstens und treibel schien ernstlich gewillt diesen faden der ihm paßte weiter zu spinnen aber ehe er dazu kommen konnte trat der polizei vom salon her ein die kleine meißerner tasse noch in der hand und nahm zwischen treibel und vogelsang platz gleich nach ihm erschien auch otto vielleicht von friedrich benachrichtigt vielleicht auch aus eigenem antriebe weil er von langer zeit her die der erotik zugewendeten wege kannte die goldammer bei likör und zigarren regelmäßig und meist sehr rasch so daß jede versäumnis sich strafte zu wandeln pflegte der alte treibel wußte dies selbstverständlich noch viel besser hielt aber ein auch seinerseits beschleunigtes verfahren doch für angezeigt und hob deshalb ohne weiteres an und nun sagen sie goldammer was gibt es wie steht es mit dem lützoblas wird die panke zugeschüttet oder was so ziemlich dasselbe sagen will wird die friedrichstraße sittlich gereinigt offengestanden ich fürchte daß unsere bekannteste verkehrsader nicht allzu viel dabei gewinnen wird sie wird um ein geringes moralischer und um ein beträchtliches langweiliger werden da das ohr meiner frau bis hierher nicht trägt so läßt sich dergleichen allenfalls aufs tapet bringen im übrigen soll ihnen meine gesamte fragerei keine grenzen ziehen je freier je besser ich habe lange genug gelebt um zu wissen daß alles was aus einem polizeimunde kommt immer stoff ist immer frische brise freilich mitunter auch girocco ja geradezu samum sagen wir samum also was schwimmt obenauf eine neue soubrette kapital sehen sie goldammer jede kunstrichtung ist gut weil jede das ideal im auge hat und das ideal ist die hauptsache soviel weiß ich nachgerade von meiner frau aber das idealste bleibt doch immer eine soubrette name zürrliche figur etwas großer mund leberfleck um gottes willen goldammer das klingt ja wie ein steckbrief übrigens leberfleck ist reizend großer mund geschmackssache und und protégé von wem goldammer schwieg ah ich verstehe obersphäre je höher hinauf je näher dem ideal übrigens da wir mal bei der obersphäre sind wie steht es denn mit der grußgeschichte hat er wirklich nicht gegrüßt und ist es wahr daß er natürlich der nichtgrüßer einen urlaub hat antreten müssen es wäre eigentlich das beste weil es so nebenher einer absage gegen den ganzen katholizismus gleich käme sozusagen zwei fliegen mit einer klappe goldammer heimlicher fortschrittler aber offener antikatholik zuchte die achseln und sagte so gut steht es leider nicht und kann auch nicht die macht der gegenströmung ist zu stark der der den gruß verweigerte wenn sie wollen der wilhelm tell der situation hat zu gute rückendeckung wo nun das bleibt in der schwebe gewisse dinge darf man nicht bei namen nennen und ehe wir nicht der bekannten hydra den kopf zertreten oder was dasselbe sagen will dem alten fritzischen écasin infame zum siege verholfen haben in diesem augenblicke hörte man nebeneinander singen eine bekannte komposition und treibel der eben eine neue zigarre nehmen wollte warf sie wieder in das kistchen zurück und sagte meine ruh ist hin und mit der ihrigen meine herren steht es nicht viel besser ich glaube wir müssen wieder bei den damen erscheinen um an der ära adular krola teilzunehmen denn die beginnt jetzt damit erhoben sich alle vier und kehrten unter vortritt treibels in den saal zurück wo wirklich krola am flügel saß und seine drei hauptstücke mit denen er rasch hintereinander aufzuräumen pflegte vollkommen virtuos aber so mit einer gewissen absichtlichen klapprigkeit zum besten gab es waren der r könig herr heinrich saß am vogelherd und die glocken von speyer diese letztere nummer mit dem geheimnisvoll einfallenden glocken bim bam machte jedesmal den größten eindruck und bestimmte selbst treibel zu momentan ruhigem zuhören er sagte dann auch wohl mit einer gewissen höheren miene von löwe ex ungveillonem das heißt von karlöwe ludwig komponiert nicht viele von denen die den kaffee im garten oder auf der veranda genommen hatten waren gleich als krola begann ebenfalls in den saal getreten um zuzuhören andere dagegen die die drei balladen schon von zwanzig treibelschen dinners herkannten hatten es doch vorgezogen im freien zu bleiben und ihre gartenpromenade fortzusetzen unter ihnen auch mr nelson der als ein richtiger vollblutengländer musikalisch auf schwächsten füßen stand und rundheraus erklärte das liebste sei ihm ein nicker mit einer pauke zwischen den beiden so ging er denn mit corinna auf und ab leopold an der andern seite während marcell mit der jungen frau treibel in einiger entfernung folgte beide sich über nelson und leopold halb ärgernd halb erheiternd die wie schon bei tische von corinna nicht los konnten es war ein prächtiger abend draußen von der schwüle die drinnen herrschte keine spur und schräg über den hohen pappeln die in den hintergarten von den fabrikgebräuten abschnitten stand die mondsichel der kakadu saß ernst und verstimmt auf seiner stange weil es versäumt worden war ihn zu rechter zeit in seinen käfig zurückzunehmen und nur der wasserstrahl stieg so lustig in die höhe wie zuvor setzen wir uns sagte corinna wir promenieren schon ich weiß nicht wie lange und dabei ließ sie sich ohne weiteres auf den rand der fontäne nieder take a seat mr nelson sehen sie nur den kakadu wie er bös aussieht er ist ärgerlich daß sich keiner um ihn kümmert to be sure und sieht aus wie leutnant sange vogel doesn't he wir nennen ihn für gewöhnlich vogelsang aber ich habe nichts dagegen ihn umzutaufen helfen wird es freilich nicht viel no no there is no help for him vogelsang ah ein häßlicher vogel kein singevogel no finch no trussle nein er ist bloß ein kakadu ganz wie sie sagen aber kaum daß dies wort gesprochen war so folgte nicht nur ein lautes kreischen von der stange her wie wenn der kakadu gegen den vergleich protestieren wollte sondern auch corinna schrie laut auf freilich nur um im selben augenblicke wieder in ein helles lachen auszubrechen in das gleich danach auch leopold und mr nelson einstimmten ein plötzlich sich aufmacher der windstoß hatte nämlich dem wasserstrahl eine richtung genau nach der stelle hingegeben wo sie saßen und bei der gelegenheit allesamt den vogel auf seiner stange mit eingeschlossen mit einer flut von spritzwasser überschüttet das gab nun ein klopfen und abschütteln an dem auch der kakadu teilnahm freilich ohne seinerseits seine laune dabei zu verbessern drinnen hatte krola mittlerweile sein programm beendet und stand auf um den andern kräften den platz einzuräumen es sei nichts mäßlicher als ein solches kunstmonopol außerdem dürfe man nicht vergessen der jugend gehöre die welt dabei verbeugte er sich huldigend gegen einige junge damen in deren familien er ebenso verkehrte wie bei den treibels die kommerzienrätin ihrerseits aber übertrug diese ganz allgemein gehaltene huldigung gegen die jugend in ein bestimmteres deutsch und forderte die beiden fräulein felgentreus auf durch einige der reizenden sachen zu singen die sie neulich als ministerialdirektor storkenius in ihrem hause gewesen sei so schön vorgetragen hätte freund krola werde gewiß die güte haben die damen am klavier zu begleiten krola sehr erfreut einer gesanglichen mehrforderung die sonst die regel war entgangen zu sein drückte sofort seine zustimmung aus und setzte sich an seinen eben erst aufgegebenen platz ohne ein ja oder nein der beiden felgentreus abzuwarten aus seinem ganzen wesen sprach eine mischung von wohlwollen und ironie die tage seiner eigenen berühmtheit lagen weit zurück aber je weiter sie zurücklagen desto höher waren seine kunstansprüche geworden so daß es ihm bei dem totalen unerfüllt bleiben derselben vollkommen gleichgültig erschien was zum vortrage kam und wer das wagnis wagte von genuß konnte keine rede für ihn sein nur von amüsement und weil er einen angeborenen sinn für das heitere hatte durfte man sagen sein vergnügen stand jedesmal dann auf der höhe wenn seine freundin jenny treibel wie sie das liebte durch vortrag einiger lieder den schluß der musikalischen soirée machte das war aber noch weit im felde vorläufig waren noch die beiden felgentreus da von denen denn auch die ältere schwester oder wie es zu krolas jedesmaligem gaudium hieß die weitaus talentvollere mit pechlein laß dein rauschen sein ohne weiteres einsetzte daran reihte sich ich schnitt es gern in alle rinden ein was als allgemeines lieblingsstück zu der kommerzienrätin großem wenn auch nicht geäußertem verdruß von einigen indiskreten stimmen im garten begleitet wurde dann folgte die schlußnummer ein duett aus figaros hochzeit alles war hingerissen und treibel sagte zu vogelsang er könne sich nicht erinnern seit den tagen der milanollos etwas so liebliches von schwestern gesehen und gehört zu haben woran er die weitere allerdings unüberlegte frage knüpfte ob vogelsang seinerseits sich noch der milanollos erinnern könne nein sagte dieser barsch und peremptorisch nun dann bitte ich um entschuldigung eine pause trat ein und einige wagen darunter auch der felgenbreusche waren schon angefahren trotzdem zögerte man noch mit dem aufbruch weil das fest immer noch seines abschlusses entbehrte die kommerzienrätin nämlich hatte noch nicht gesungen ja war unerhörterweise noch nicht einmal zum vortrag eines ihrer lieder aufgefordert worden ein zustand der dinge der so rasch wie möglich geändert werden mußte dieser kannte niemand klarer als adular krola der den polizei assessor beiseite nehmend ihm eindringlichst vorstellte das durchaus etwas geschehen und das hinsichtlich jennys versäumte sofort nachgeholt werden müsse wird jenni nicht aufgefordert so sehe ich die treibelschen diners oder wenigstens unsere teilnahme daran für alle zukunft in frage gestellt was doch schließlich einen verlust bedeuten würde dem wir unter allen umständen vorzubeugen haben verlassen sie sich auf mich und die beiden felgentreus an der hand nehmen schritt goldammer rasch entschlossen auf die kommerzienrätin zu um wie er sich ausdrückte als erwählter sprecher des hauses um ein lied zu bitten die kommerzienrätin der das abgekarte der ganzen sache nicht entgehen konnte kam in ein schwanken zwischen ärger und wunsch aber die beredsamkeit des antragstellers siegte doch schließlich krola nahm wieder seinen platz ein und einige augenblicke später erklang jennys dünne durchaus im gegensatz zu ihrer sonstigen fülle stehende stimme durch den saal hin und man vernahm die in diesem kreise wohlbekannten liedes worte glück von deinen tausendlosen eines nur erwähl ich mir was soll gold ich liebe rosen und der blumenschlichte zier und ich höre waldes rauschen und ich seh ein flatternd band augen auge blicke tauschen und ein kuß auf deine hand geben nehmen nehmen geben und dein haar umspielt der wind ach nur das nur das ist leben wo sich herz zum herzen findet es braucht nicht gesagt zu werden daß ein rauschender beifall folgte woran sich von des alten felgentreu seite die bemerkung schloß die damaligen lieder er vermied eine bestimmte zeitangabe wären doch schöner gewesen namentlich inniger eine bemerkung die von dem direkt zur meinungsäußerung aufgeforderten cola schmunzelnd bestätigt wurde nelson seinerseits hatte von der veranda dem vortrage zugehört und sagte jetzt zu corinna corinna legte ihm den finger auf den mund kurze zeit danach war alles fort haus und park leer und man hörte nur noch wie drinnen im speisesaal geschäftige hände den ausziehtisch zusammenschoben und wie draußen im garten der strahl des springbrunnens plätschernd ins bassin fiel vierten kapitel theodor fontane frau jenny treibel diese librivox aufnahme ist in der public domain unter den letzten die den vorgarten passierend das kommerzienrätliche haus verließen waren marcell und corinna diese plauderte nach wie vor in übermütiger laune was des vetters mühsam zurückgehaltene verstimmung nur noch steigerte zuletzt schwiegen beide so gingen sie schon fünf minuten nebeneinander her bis corinna die sehr gut wußte was in marcells seele vorging das gespräch wieder aufnahm nun freund was gibt es nichts nichts oder wozu soll ich es leugnen ich bin verstimmt worüber über dich über dich weil du kein herz hast ich erst recht hab ich weil du kein herz hast sag ich keinen sinn für familie nicht einmal für deinen vater und nicht einmal für meinen vetter marcell nein den laß aus dem spiel von dem ist nicht die rede mir gegenüber kannst du tun was du willst aber dein vater da läßt du nun heute den alten mann einsam und allein und kümmerst dich sozusagen um gar nichts ich glaube du weißt nicht einmal ob er zu hause ist oder nicht freilich ist er hat ja heut seinen abend und wenn auch nicht alle kommen etliche vom hohen olymp werden wohl da sein und du gehst aus und überläßt alles der alten guten schmolke weil ich es ihr überlassen kann du weißt das ja so gut wie ich es geht alles wie am schmürchen und in diesem augenblick essen sie wahrscheinlich oder krebs und trinken mosel nicht treibelschen aber doch professor schmidtschen einen edlen von dem papa behauptet er sei der einzig reine wein in berlin bist du nun zufrieden nein dann fahre fort ach corinna du nimmst alles so leicht und denkst wenn du's leicht nimmst so hast du's aus der welt geschafft aber es glückt dir nicht die dinge bleiben doch schließlich was und wie sie sind ich habe dich nun bei tisch beobachtet unmöglich du hast ja der jungen frau treibel ganz intensiv den wurf gemacht und ein paar mal wurde sie sogar rot ich habe dich beobachtet sag ich und mit einem wahren schrecken das übermaß an koketterie gesehen mit dem du nicht müde wirst dem armen jungen dem leopold den kopf zu verdrehen sie hatten als marcell dies sagte gerade die platzartige verbreiterung erreicht mit der die köpniger straße nach der inselbrücke hin abschließt eine verkehrslose und beinahe menschenleere stelle corinna zog ihren arm aus dem des vetters und sagte während sie nach der andern seite der straße zeigte sieh marcell wenn da drüben nicht der einsame schutzmann stände so stellte ich mich jetzt mit verschränkten armen vor dich hin und lachte dich fünf minuten lang aus was soll das heißen ich sei nicht müde geworden dem armen jungen dem leopold den kopf zu verdrehen wenn du nicht ganz in huldigung gegen helenen aufgegangen wärst so hättest du sehen müssen daß ich kaum zwei worte mit ihm gesprochen habe ich habe mich nur mit mr nelson unterhalten und ein paar mal habe ich mich ganz ausführlich an dich gewandt ach das sagst du so corinna und weißt doch wie falsch es ist sieh du bist sehr gescheit und weißt es auch aber du hast doch den fehler den viele gescheite leute haben daß sie die andern für ungescheiter halten als sie sind und so denkst du du kannst mir ein x für ein u machen und alles so drehen und beweisen wie du's drehen und beweisen willst aber man hat doch auch so seine augen und ohren und ist also mit einem verlaub hinreichend ausgerüstet um zu hören und zu sehen und was ist es denn nun was der herr doktor gehört und gesehen haben der herr doktor habe gehört und gesehen daß fräulein corinna mit ihrem redekatarakt über den unglücklichen mr nelson hergefallen ist sehr schmeichelhaft und daß sie wenn ich das mit dem redekatarakt aufgebe und ein anderes bild dafür einstellen will daß sie sag ich zwei stunden lang die pfauenfeder ihrer eitelkeit auf dem kinn oder auf der lippe balanciert und überhaupt in den feineren akrobatischen künsten ein äußerstes geleistet hat und das alles vor wem etwa vor mr nelson mitnichten der gute nelson der war nur das trapez der an meine cousine herumturnte der um dessen willen das alles geschah der zusehen und bewundern sollte der hieß leopold treibel und ich habe wohl bemerkt wie mein cousinchen auch ganz richtig gerechnet hatte denn ich kann mich nicht entsinnen einen menschen gesehen zu haben der verzeiht den ausdruck durch einen ganzen abend hin so total weg gewesen wäre wie dieser leopold meinst du ah das mein ich nun darüber ließ sie sich reden aber sieh nur und dabei blieb sie stehen und wies auf das entzückende bild das sich sie passierten eben die fischerbrücke drüben vor ihnen ausbreitete dünne nebel lagen über den strom hin zogen aber den lichterglanz nicht ganz auf der von rechts und links her auf die breite wasserfläche fiel während die mondsichel oben im blauen stand keine zwei handbreit von dem etwas schwerfälligen parochialkirchturm entfernt dessen schattenriß am andern ufer in aller klarheit aufragte sieh nur wiederholt die corinna nie hab ich den singuurturm in solcher schärfe gesehen aber ihn schön finden ist seit kurzem mode geworden das kann ich doch nicht er hat so etwas halbes unfertiges als ob ihm auf dem wege nach oben die kraft ausgegangen wäre da bin ich doch mehr für die zugespitzen langweiligen schindeltürme die nichts wollen als hoch sein und in den himmel zeigen und in demselben augenblicke wo corinna dies sagte begannen die glöckchen drüben ihr spiel ach sagte marcel sprich doch nicht so von dem turm und ob er schön ist oder nicht mir ist es gleich und dir auch das mögen die fachleute miteinander ausmachen aber du sagst das alles nur weil du von dem eigentlichen gespräch los willst aber höre lieber zu was die glöckchen drüben spielen ich glaube sie spielen üb immer treu und redlichkeit kann sein und ist nur schade daß sie nicht auch die berühmte stelle von dem kanadier spielen können der nach europens übertünkte höflichkeit nicht kannte so was gutes bleibt leider immer unkomponiert und vielleicht geht es auch nicht aber nun sage mir freund was soll das heißen treu und redlichkeit meinst du wirklich daß mir die fehlen gegen wen versündige ich mich denn durch untreue gegen dich habe ich gelöbnisse gemacht habe ich dir etwas versprochen und das versprechen nicht gehalten marcel schwieg du schweigst weil du nichts zu sagen hast ich will dir aber noch allerlei mehr sagen und dann magst du selber entscheiden ob ich treu und redlich oder doch wenigstens aufrichtig bin was so ziemlich dasselbe bedeutet corinna nein jetzt will ich sprechen in aller freundschaft aber auch in allem ernst treu und redlich nun ich weiß wohl dass du treu und redlich bist was beiläufig nicht viel sagen will ich für meine person kann dir nur wiederholen ich bin es auch und spielst doch beständig eine komödie nein das tue ich nicht und wenn ich es tue so doch so daß jeder es merken kann ich habe mir nach reiflicher überlegung ein bestimmtes ziel gesteckt und wenn ich nicht mit dürren worten sage dies ist mein ziel so unterbleibt das nur weil es einem mädchen nicht kleidet mit solchen plänen aus sich herauszutreten ich erfreue mich dank meiner erziehung eines guten teils von freiheit einige werden vielleicht sagen von emancipation aber trotzdem bin ich durchaus kein emancipiertes frauenzimmer im gegenteil ich habe gar keine lust das alte herkommen umzustoßen alte gute sätze zu denen auch der gehört ein mädchen wirbt nicht um ein mädchen wird geworben gut gut alles selbstverständlich aber freilich das ist unser altes eva recht die großen wasser spielen zu lassen und unsere kräfte zu gebrauchen bis das geschieht um dessen willen wir da sind mit andern worten bis man um uns wirbt alles gilt diesem zweck du nennst das je nachdem dir der sinn steht raketen steigen lassen oder komödie mitunter auch intrige und immer koketterie marcell schüttelte den kopf ach urinna du darfst mir darüber keine vorlesung halten wollen und zu mir sprechen als ob ich erst gestern auf die welt gekommen wäre natürlich hab ich oft von komödie gesprochen und noch öfter von koketterie wovon spricht man nicht alles und wenn man dergleichen hinspricht so widerspricht man sich auch wohl und was man noch getadelt hat das lobt man im nächsten augenblick um's rundheraus zu sagen spiel so viel komödie wie du willst sei so kokett wie du willst ich werde doch nicht so dumm sein die weiberwelt und die welt überhaupt ändern zu wollen ich will sie wirklich nicht ändern auch dann nicht wenn ich's könnte nur um eines muss ich dich angehen du musst wie du dich vorhin ausdrücktest die großen wasser an der rechten stelle das heißt also vor den rechten leuten springen lassen vor solchen wo's passt wo's hingehört wo sich's lohnt du gehst aber mit deinen künsten nicht an die richtige adresse denn du kannst doch nicht ernsthaft daran denken diesen leopold streibel heiraten zu wollen warum nicht ist er zu jung für mich nein er stammt aus dem januar und ich aus dem september er hat also noch einen vorsprung von acht monaten corinna du weißt ja recht gut wie's liegt und daß er einfach für dich nicht passt weil er zu unbedeutend für dich ist du bist eine aparte person vielleicht ein bißchen zu sehr und er ist kaum durchschnitt ein sehr guter mensch das muß ich zugeben hat ein gutes weiches herz nichts von dem kiesel den die geldleute sonst hierlings haben hat auch leidlich weltmännische manieren und kann vielleicht einen dürerschen stich von einem rupiner bilderbogen unterscheiden aber du würdest dich doch totlangweilen an seiner seite du deines vaters tochter und eigentlich noch klüger als der alte du wirst doch nicht dein eigentliches lebensglück wegwerfen wollen bloß um in einer villa zu wohnen und einen landauer zu haben der dann und wann ein paar alte hofdamen abholt oder um adola krolas ramponierten tenor alle vierzehn tage den err könig singen zu hören es ist nicht möglich corinna du wirst dich doch wegen solches bettels von mammon nicht einem unbedeutenden menschen an den hals werfen wollen nein marcell das letztere gewiß nicht ich bin nicht für zudringlichkeiten aber wenn leopold morgen bei meinem vater antritt denn ich fürchte beinahe daß er noch zu denen gehört die sich statt der hauptperson erst der nebenpersonen versichern wenn er also morgen antritt und um diese rechte hand deiner cousine corinna anhält so nimmt ihn corinna und fühlt sich als corinno capitol das ist nicht möglich du täuschest dich du spielst mit der sache es ist eine phantasterei der du nach deiner art nachhängst nein marcell du täuschest dich nicht ich es ist mein vollkommener ernst so sehr daß ich ein ganz klein wenig davor erschrecke das ist dein gewissen vielleicht vielleicht auch nicht aber so viel will ich dir ohne weiteres zugeben das wozu der liebe gott mich so recht eigentlich schuf das hat nichts zu tun mit einem treibelschen fabrikgeschäft oder mit einem holzhof und vielleicht am wenigsten mit einer hamburgerschwägerin aber ein hang nach wohlleben der jetzt alle welt beherrscht hat mich auch in der gewalt ganz so wie alle andern und so lächerlich und verächtlich es in deinem oberlehrersohre klingen mag ich halt es mehr mit bon vit und litauer als mit einer kleinen schneiderin die schon um acht uhr früh kommt und eine merkwürdige hof und hinterstubenatmosphäre mit ins haus bringt und zum zweiten frühstück ein brötchen mit schlackwurst und vielleicht auch einen gilka kriegt das alles widersteht mir im höchsten maß je weniger ich davon sehe um desto besser ich finde es ungemein reizend wenn so die kleinen brillanten im ohr blitzen etwa wie bei meiner schwiegermama in spä sich einschränken ach ich kenne das lied das immer gesungen und immer gepredigt wird aber wenn ich bei papa die dicken bücher abstäube drin niemand hineinsieht auch er selber nicht und wenn dann die schmolke sich abends auf mein bett setzt und mir von ihrem verstorbenen mann dem schutzmann erzählt und daß er wenn er noch lebte jetzt ein revier hätte denn madei hätte große stücke auf ihn gehalten und wenn sie dann zuletzt sagt aber korinthchen ich habe ja noch gar nicht mal gefragt was wir morgen essen wollen die deltober sind jetzt so schlecht und eigentlich schon alle madig und ich möchte dir vorschlagen wellfleisch und wucken da saß schmolke auch immer gern ja marcell in solchem augenblicke wird mir immer ganz sonderbar zumut und leopold treibel erscheint mir dann mit einem mal als der rettungsanker meines lebens oder wenn du willst wie das aufzusetzende große marssegel das bestimmt ist mich bei gutem wind an ferne glückliche küsten zu führen oder wenn es stürmt dein lebensglück zum scheitern zu bringen warten wir's ab marcell und bei diesen worten bogen sie von der alten leipziger straße her in raures hof ein von dem aus ein kleiner durchgang in die adlerstraße führte sechstes kapitel um dieselbe stunde wo man sich bei treibels vom diner erhob begann professor schmidts abend dieser abend auch wohl kränzchen genannt versammelte wenn man vollzählig war um einen runden tisch und eine mit einem roten schleier versehene moderateurlampe sieben gymnasiallehrer von denen die meisten den professortitel führten außer unserem freunde schmidt waren es noch folgende friedrich distelkamp emeritierter gymnasialdirektor senior des kreises nach ihm die professoren rindfleisch und hannibal kuh zu welchen beiden sich noch oberlehrer im manuel schulze gesellte nämlich vom großen kurfürsten gymnasium den schluß machte dr charles etienne freund und studiengenosse marcells zur zeit französischer lehrer an einem vornehmen mädchenpensionat und endlich zeichenlehrer friedeberg dem vor ein paar jahren erst niemand wußte recht warum und woher der die mehrheit des kreises auszeichnende professortitel angeflogen war übrigens ohne sein ansehen zu heben er wurde vielmehr nach wie vor für nicht ganz voll angesehen und eine zeitlang war aufs ernsthafteste die rede davon gewesen ihn wie sein hauptgegner emmanuel schulze vorgeschlagen aus ihrem kreise herauszugraulen was unser willibald schmittendessen mit der bemerkung bekämpft hatte daß friedeberg trotz seiner wissenschaftlichen nichtzugehörigkeit eine nicht zu unterschätzende bedeutung für ihren abend habe seht lieben freunde so etwa waren seine worte gewesen wenn wir unter uns sind so folgen wir unseren auseinandersetzungen eigentlich immer nur aus rücksicht und artigkeit und leben dabei mehr oder weniger der überzeugung alles was seitens des anderen gesagt wurde viel besser oder wenn wir bescheiden sind wenigstens ebenso gut sagen zu können und das lähmt mich immer ich für mein teil wenigstens bekenne offen dass ich wenn ich mit meinem vortragegrad an der reihe war das gefühl eines gewissen unbehagens ja zu zeiten einer geradezu hochgradigen beklemmung nie ganz los geworden bin und in einem so bedrängten augenblick sehe ich dann unseren immer zu spät kommenden friedeberg eintreten verlegen lächelnd natürlich und empfinde sofort wie meiner seele die flügel wieder wachsen ich spreche freier intuitiver klarer denn ich habe wieder ein publikum wenn auch nur ein ganz kleines ein andächtiger zuhörer anscheinend so wenig ist doch schon immer was und mitunter sogar sehr viel auf diese warme verteidigung willebald schmidt hin war friedeberg dem kreise verblieben schmidt durfte sich überhaupt als die seele des kränzchens betrachten dessen namensgebung die sieben weisen griechenlands ebenfalls auf ihn zurückzuführen war immanuel schultze meist in der opposition und außerdem ein gottfried keller schwärmer hatte seinerseits das fähnlein der sieben aufrechten vorgeschlagen war aber damit nicht durchgedrungen weil wie schmidt betonte diese bezeichnung einer entlehnung leichtgekommen wäre die sieben weisen klängen freilich allenfalls entlehnt aber das sei bloß o und sinnestäuschung das a worauf es recht eigentlich ankomme verändere nicht nur mit einem schlage die ganze situation sondern erziele sogar den denkbar höchsten standpunkt den der selbstirrung wie sich schon von selbst versteht zerfiel die gesellschaft jede vereinigung der art in fast ebenso viele parteien wie sie mitglied erzählte und nur dem umstande dass drei vom großen kurfürsten gymnasium außer der zusammengehörigkeit die diese gemeinschaftliche stellung gab auch noch verwandt und verschwägert waren schwager immanuel schulze schwiegersohn von rindfleisch nur diesem umstande war es zuzuschreiben daß die vier andern und zwar aus einer art selbsterhaltungstrieb ebenfalls eine gruppe bildeten und bei beschlußfassungen meist zusammengingen hinsichtlich schmidts und distelkamps konnte dies nicht weiter überraschen daß sie von alter zeit her freunde waren zwischen etien und friedeberg aber klaffte für gewöhnlich ein tiefer abgrund der sich ebenso sehr in ihrer voneinander abweichenden erscheinung wie in ihren verschiedenen lebensgewohnheiten aussprach sehr elegant versäumte nie während der großen ferien mit nachurlaub nach paris zu gehen während sich friedeberg angeblich um seiner mahlstudien willen auf die woltersdorfer schleuse die landschaftlich unerreicht darstände zurückzog natürlich war dies alles nur vorgabe der wirkliche grund war daß friedeberg bei ziemlich beschränkter finanzlage nach dem erreichbaren nächstliegenden griff und überhaupt berlin nur verließ um von seiner frau mit der er seit jahren immer dicht vor der scheidung stand auf einige wochen loszukommen in einem sowohl die handlungen wie die worte seiner mitglieder kritischer prüfenden kreise hätte diese finte notwendig verdrießen müssen indessen offenheit und ehrlichkeit im verkehr mit und untereinander war keineswegs ein hervorstechender zug der sieben weisen eher das gegenteil so versicherte beispielsweise jeder ohne den abend eigentlich nicht leben zu können was in wirklichkeit nicht ausschloß daß immer nur die kamen die nichts besseres vorhatten theater und scat gingen weit vor und sorgten dafür daß unvollständigkeit der versammlung die regel war und nicht mehr auffiel heute aber schien es sich schlimmer als gewöhnlich gestalten zu wollen die schmidtsche wandur noch ein erbstück vom großvater her schlug bereits halb halb neun und noch war niemand da außer etienne der wie marcell zu den intimen des hauses zählend kaum als gast und besuch gerechnet wurde was sagst du etienne wandte sich jetzt schmidt an diesen was sagst du zu dieser saumseligkeit wo bleibt distelkamp wenn auch auf den kein verlass mehr ist die douglas waren immer treu so geht der abend aus den fugen und ich werde pessimist und nehme für den rest meiner tage schopenhauer und eduard von hartmann untern arm während er noch so sprach ging draußen die klingel und einen augenblick später trat distelkamp ein entschuldige schmidt ich habe mich verspätet die details erspar ich dir und unserem freund etienne auseinandersetzungen weshalb man zu spät kommt selbst wenn sie wahr sind sind nicht viel besser als krankengeschichten also lassen wir's inzwischen bin ich überrascht trotz meiner verspätung immer noch der eigentlich erste zu sein denn etienne gehört also gut wie zur familie die großen kurfürstlichen aber wo sind sie nach kuh und unserm freunde immanuel frage ich nicht erst die sind bloß ihres schwagers und schwiegervaters klientel rindfleisch selbst aber wo steckt er rindfleisch hat abgeschrieben er sei heut in der griechischen ach das ist torheit was will er in der griechischen die sieben weisen gehen vor hier findet er wirklich mehr ja das sagst du so distelkamp aber es liegt doch wohl anders grinfleisch hat nämlich ein schlechtes gewissen ich könnte vielleicht sagen mal wieder ein schlechtes gewissen dann gehört er erst recht hierher hier kann er beichten aber um was handelt es sich denn eigentlich was ist es er hat da mal wieder einen schwupper gemacht irgendwas verwechselt ich glaube frünichos den tragiker mit frünichos dem lustspieldichter war es nicht so etienne dieser nickte und die sekundaner haben nun mit lirum larum einen vers auf ihn gemacht und und da gilt es denn die scharte so gut es geht wieder auszuwetzen wozu die griechische mit dem lüster das sie gibt das immerhin beste mittel ist distelkamp der sich mittlerweile seinen meerschaum angezündet und in die sofaecke gesetzt hatte lächelte bei der ganzen geschichte behaglich vor sich hin und sagte dann alles schnack glaubst du's ich nicht und wenn es zutrefe so bedeutet es nicht viel eigentlich gar nichts solche schnitzer kommen immer vor passieren jedem ich will dir was mal erzählen schmitte als ich noch jung war und in quarta brandenburgische geschichte vortragen mußte was damals sag ich einen großen eindruck auf mich machte nun laß hören was war's ja was war's offengestanden meine wissenschaft zum wenigsten was unser gutes kurbrandenburg anging war nicht weit her ist es auch jetzt noch nicht und als ich so zu hause saß und mich notdürftig vorbereitete da las ich denn wir waren gerade beim ersten könig allerhand biographisches und darunter auch was vom alten general barfuß der wie die meisten damaligen das pulver nicht erfunden hatte sonst aber ein kreuz braver mann war und dieser barfuß präsidierte während der belagerung von bonn einem kriegsgericht darin über einen jungen offizier abgeurteilt werden sollte so so nun was war es denn der abzuurteilende hatte sich das mindeste zu sagen etwas unheldisch benommen und alle waren für schuldig und totschießen nur der alte barfuß wollte nichts davon wissen und sagte drücken wir ein auge zu meine herren ich habe dreißig renconters mitgemacht und ich muß ihnen sagen ein tag ist nicht wie der andere und der mensch ist ungleich und das herz auch und der mut erst recht ich habe mich manchesmal auch feiglich gefühlt so lang es geht muß man milde walten lassen denn jeder kann sie brauchen höre disselkamm sagte schmidt das ist eine gute geschichte dafür dank ich dir und so alt ich bin die will ich mir doch hinter die ohren schreiben denn weiß gott ich habe mich auch schon blamiert und wie wohl es die jungen es nicht bemerkt haben wenigstens ist mir nichts aufgefallen so habe ich es doch selber bemerkt und mich hinterher riesig geärgert und geschämt nicht wahr etienne so was ist immer fatal oder kommt es im französischen nicht vor wenigstens dann nicht wenn man alle judi nach paris reist und einen neuen band maupassant mit heimbringt das ist ja jetzt wohl das feinste verzeiht die kleine malice rindfleisch ist übrigens ein kreuzbraver kerl nomen est omen und eigentlich der beste besser als kuh und namentlich besser als unser freund immanuel schultze der hat's hinter den ohren und ist ein schlieker er griehnt immer und gibt sich das ansehen als ob er dem bilde zu sei es irgendwie und wo unter den schleier geguckt hätte wovon er weit ab ist denn er löst nicht mal das rätsel von seiner eigenen frau an der manches verschleierter oder auch nicht verschleierter sein soll als ihm dem ehesponsen lieb sein kann schmidt du hast heute wieder mal deinen medisanten tag eben hab ich den armen rindfleisch aus deinen fängen gerettet ja du hast sogar besserung versprochen und schon stürzest du dich wieder auf den unglücklichen schwiegersohn im übrigen wenn ich an immanuel etwas tadeln wollte so läge es nach einer ganz anderen seite hin und das wäre daß er keine autorität hat wenn er sie zu hause nicht hat nun traurig genug indessen das geht uns nichts an aber daß er sie nach allem wie ich höre auch in der klasse nicht hat das ist schlimm sieh schmidt das ist die kränkung und der schmerz meiner letzten lebensjahre daß ich den kategorischen imperativ immer mir dahinschwinden sehe wenn ich da an den alten weber denke von dem heißt es wenn er in die klasse trat so hörte man den sand durch das stundenglas fallen und kein primaner wußte mehr daß es überhaupt möglich sei zu flüstern oder gar vorzusagen und außer seinem eigenen sprechen ich meine webers war nichts hörbar als das knistern wenn die hurrazeiten umgeblättert wurden ja schmidt das waren zeiten da verlohnte sich sein lehrer und ein direktor zu sein jetzt treten die jungen in der konditorei an einen heran und sagen wenn sie gelesen haben herr direktor dann bitt ich schmidt lachte ja distelkamp so sind sie jetzt das ist die neue zeit das ist wahr aber ich kann mich nicht darüber wie waren denn bei lichte besehen die großen würdenträger mit ihrem doppelkinn und ihren pontagnasen schlimmer waren es die den burgunder viel besser kannten als den homer da wird immer von alten einfachen zeiten geredet dummes zeug sie müssen ganz gehörig gepichelt haben das sieht man noch an ihren bildern in der aula nun ja selbstbewußtsein und eine steifleidene grandetza das alles hatten sie das soll ihnen zugestanden sein aber wie sah es sonst aus besser als heute kann ich nicht finden distelkamp als ich noch unsere schulbibliothek unter aufsicht hatte gott sei dank daß ich da nichts mehr damit zu tun habe da hab ich öfter in die schulprogramme hineingeguckt und in die dissertationen und wie sie vordem im schwang waren nun ich weiß wohl jede zeit denkt sie sei was besonderes und die die kommen mögen mögen meinetwegen auch über uns lachen aber siehe distelkamp vom gegenwärtigen standpunkt unseres wissens oder sag ich auch bloß unseres geschmacks aus darf doch am ende gesagt werden es war etwas furchtbares mit dieser perückengelehrsamkeit und die stupende wichtigkeit mit der sie sich gab kann uns nur noch erheitern ich weiß nicht unter wem es war ich glaube unter rodegast da kam es in mode vielleicht weil er persönlich einen garten vorm rosenthaler hatte die stoffe für die öffentlichen reden und ähnliches aus der gartenkunde zu nehmen und sieh da hab ich dissertationen gelesen über das hortikulturliche des paradieses über die beschaffenheit des gartens zu und über die mutmaßlichen anlagen im garten des josef von arimatia garten und immer wieder garten nun was sagst du dazu ja schmidt mit dir ist schlecht fechten du hast immer das auge für das komische gehabt das greifst du nun heraus und spießest es auf deine nadel und zeigst es der welt aber was daneben lag und viel wichtiger ist das läßt du liegen du hast schon sehr richtig hervorgehoben daß man über unsere lächerlichkeiten auch lachen wird und wer bürgt uns dafür daß wir nicht jeden tag in untersuchungen eintreten die noch viel toller sind als die hortikulturlichen untersuchungen über das paradies lieber schmidt das entscheidende bleibt doch immer der charakter nicht der eitle wohl aber der gute ehrliche glaube an uns selbst bonafide müssen wir vorgehen aber mit unserer ewigen kritik eventuell auch selbstkritik geraten wir in einem malafides hinein und misstrauen uns selbst und dem was wir zu sagen haben und ohne glauben an uns und unsere sache keine rechte lust und freudigkeit und auch kein segen am wenigsten autorität und das ist es was ich beklage denn wie kein heerwesen ohne disziplin so kein schulwesen ohne autorität es ist damit wie mit dem glauben es ist nicht nötig daß das richtige geglaubt wird aber daß überhaupt geglaubt wird darauf kommt es an in jedem glauben stecken geheimnisvolle kräfte und ebenso in der autorität schmidt lächelte disselkamp ich kann da nicht mit ich kann's in der theorie gelten lassen aber in der praxis ist es bedeutungslos geworden gewiß kommt es auf das ansehen vor den schülern an wir gehen nur darin auseinander aus welcher wurzel das ansehen kommen soll du willst alles auf den charakter zurückführen und denkst wenn du es auch nicht aussprichst und wenn ihr nur euch selbst vertraut vertrauen euch auch die andern seelen aber teurer freund das ist just das was ich bestreite mit dem bloßen glauben an sich oder gar wenn du den ausdruck gestattest mit der geschwollenen wichtigtuerei mit der pomposität ist es heutzutage nicht mehr getan an die stelle dieser veralteten macht ist die reelle macht des wirklichen wissens und könnens getreten und du brauchst nur umschau zu halten so wirst du jeden tag sehen daß professor hammerstein der bei spiecherern mitgestürmt und eine gewisse premierleutnanthaltung von daher beibehalten hat das hammerstein sag ich seine klasse nicht regiert während unser agathon knurzel der aussieht wie mr punch und einen doppelpuckel aber freilich auch einen doppel grips hat die klasse mit seinem kleinen raubvogelgesicht in der furcht des herrn hält und nun besonders unsere berliner jungens die gleich weg haben wie schwer einer liegt wenn einer von den alten aus dem grabe käme mit stolz und hoheit angetan und eine hortikulturelle beschreibung des paradieses forderte wie würdet er fahren mit all seiner würde drei tage später wäre er im klateradatsch und die jungen selber hätten das gedicht gemacht und doch bleibt es dabei schmidt mit den traditionen der alten schule steht und fällt die höhere wissenschaft ich glaube es nicht aber wenn es wäre wenn die höhere weltanschauung das heißt das was wir so nennen wenn das alles fallen müsste nun so lass es fallen schon attinghausen der doch selber alt war sagte das alte stürzt es ändert sich die zeit und wir stehen stark vor solchem umwandlungsprozess oder richtiger wir sind schon drin muß ich dich daran erinnern es gab eine zeit wo das kirchliche sache der kirchenleute war ist es noch so nein hat die welt verloren nein es ist vorbei mit den alten formeln und auch unsere wissenschaftlichkeit wird davon keine ausnahme machen sieh hier und er schleppte von einem kleinen nebentisch ein großes prachtwerk herbei sieh hier das heute mir zugeschickt und ich werd es behalten so teuer es ist heinrich schliemanns ausgrabungen zu mykene ja distelkamp wie stehst du dazu zweifelhaft genug kann ich mir denken weil du von den alten anschauungen nicht los willst du kannst dir nicht vorstellen daß jemand der tüten geklebt und rosinen verkauft hat den alten priamus ausbuddelt und kommt er nun gar in sagamemnonsche hinein sucht nach dem schädleris ägistischen angedenkens so gerätst du in helle empörung aber ich kann dir nicht helfen du hast unrecht freilich man muß was leisten hic aber wer springen kann der springt gleichviel ob er's aus der georgia augusta oder aus der krippschule hat im übrigen will ich abbrechen am wenigstens hab ich lust dich mit schliemann zu ärgern der von anfang an deine renonce war die bücher liegen hier bloß wegen friedeberg den ich der bei gegebenen zeichnungen halber fragen will ich begreife nicht daß er nicht kommt oder richtiger nicht schon da ist denn daß er kommt ist unzweifelhaft er hätte sonst abgeschrieben artiger mann der er ist ja das ist er sagte etienne das hat er noch aus dem semitismus mit rübergenommen sehr wahr fuhr schmidt fort aber wo er's her hat ist am ende gleichgültig ich bedauere mitunter urgermane der ich bin daß wir nicht auch irgendwelche bezugsquelle für ein bißchen schliff und politesse haben es braucht ja nicht gerade dieselbe zu sein diese schreckliche verwandtschaft zwischen teutoburger wald und grobheit ist doch mitunter störend friedeberg ist ein mann der wie max piccolomini sonst nicht gerade sein vorbild auch nicht mal in der liebe der sittenfreundlichkeit allzeit kultiviert hat und es bleibt eigentlich nur zu beklagen daß seine schüler nicht immer das richtige verständnis dafür haben mit andern worten sie spielen ihm auf der nase das uralte schicksal der schreib und zeichen lehrer freilich und am ende muß es auch so gehen und geht auch aber lassen wir die heikle frage laß mich lieber auf mykene zurückkommen und sage mir deine meinung über die goldmasken ich bin sicher wir haben da was ganz besonderes so das recht eigentlichste jeder beliebige kann doch nicht bei seiner bestattung eine goldmaske getragen haben doch immer nur die fürsten also mit höchster wahrscheinlich torrests und iphigenies unmittelbare vorfahren und wenn ich mir dann vorstelle daß diese goldmasken genau nach dem gesicht geformt wurden gerade wie wir jetzt eine gips oder wachsmaske formen so hilft mir das herz bei der doch mindestens zulässigen idee daß dies hier und er wies auf eine aufgeschlagene bildseite daß dies hier das gesicht des atreus ist oder seines vaters oder seines onkels sagen wir seines onkels ja da spottest du wieder trotzdem du mir doch selber den spott verboten hast und das alles bloß weil du der ganzen sache miß traust und nicht vergessen kannst daß er ich meine natürlich schliemann in seinen schuljahren über strelitz und fürstenberg nicht rausgekommen ist aber lies nur was wirchow von ihm sagt und wirchow wirst du wohl doch gelten lassen in diesem augenblick hörte man draußen die klingel gehen ah lupus in fabula das ist er ich wußte daß er uns nicht im stiche lassen würde und kaum daß schmidt diese worte gesprochen trat friedeberg auch schon herein und ein reizender schwarzer pudel dessen rote zunge wahrscheinlich von angestrengtem laufe weit heraushing sprang auf die beiden alten herren zu und umschmeichelte abwechselnd schmidt und distelkamp an etienne der ihm zu elegant war wagte er sich nicht heran aber alle wetter friedeberg wo kommen sie so spät her freilich freilich und sehr zu meinem bedauern aber der fips hier treibt es zu arg und oder geht in seiner liebe zu mir zu weit wenn ein zu weit gehen in der liebe überhaupt möglich ist ich bildete mir ein ihn eingeschlossen zu haben und mache mich zu rechter zeit auf den weg gut und nun denken sie was geschieht als ich hier ankomme wer ist da wer wartet auf mich natürlich fips ich bring ihn wieder zurück bis in meine wohnung und übergebe ihn dem portier meinem guten freunde man muß in berlin eigentlich sagen meinem gönner aber aber was ist das resultat all meiner anstrengungen und guten worte kaum bin ich wieder hier so ist auch fips wieder da was sollt ich am ende machen ich hab ihn wohl oder übel mit hereingebracht und bitte um entschuldigung für ihn und für mich hat nichts auf sich sagte schmidt während er sich zugleich freundlich mit dem hunde beschäftigte reizendes tier und so zutunlich und fidel sagen sie friedeberg wie schreibt er sich eigentlich f oder p h fips mit p h ist englisch also vornehmer im übrigen ist er wie seine rechtschreibung auch sein möge für heute abend mit eingeladen und ein durchaus willkommener gast vorausgesetzt daß er nichts dagegen hat in der küche so zu sagen am trompetertisch platz zu nehmen für meine gute schmolke bürge ich die hat eine vorliebe für pudel und wenn sie nun gar von seiner treue hört so wird sie warf distrikamp ein ihm einen extrazipfel schwerlich versagen gewiß nicht und darin stimme ich meiner guten schmolke von herzen bei denn die treue von der heutzutage jeder red wird in wahrheit immer rarer und fips predigt in seiner stadtgegend soviel ich weiß umsonst diese von schmidt anscheinend leicht und wie im scherze hingesprochenen worte richteten sich doch ziemlich ernsthaft an den sonst gerade von ihm protegierten friedeberg dessen stadtkundig unglückliche ehe neben anderem auch mit einem entschiedenen mangel an treue besonders während seiner mahl und landschaftsstudien auf der woltersdorfer schleuse zusammenhing friedeberg füllte den stich auch sehr wohl heraus und wollte sich durch eine verbindlichkeit gegen schmidt aus der affäre ziehen kam aber nicht dazu weil in eben diesem augenblick die schmolke eintrat und unter einer verbeugung gegen die andern herren ihrem professor ins ohr flüsterte daß angerichtet sei nun lieben freunde dann bitte ich und distrikamp an der hand nehmend schritt er unter passierung des entrées auf das gesellschaftszimmer zu darin die abendtafel gedeckt war ein eigentliches eßzimmer hatte die wohnung nicht friedeberg und etienne folgten einde des sechsten kapitels frau jenny treibel siebentes kapitel das zimmer war dasselbe in welchem corinna am tage zuvor den besuch der kommerzienrätin empfangen hatte der mit lichtern und weinflaschen gut besetzte tisch stand zu vieren gedeckt in der mitte darüber hing eine hängelampe schmidt setzte sich mit dem rücken gegen den fensterpfeiler seinem freunde friedeberg gegenüber der seinerseits von seinem platz aus zugleich den blick in den spiegel hatte zwischen den blanken messingleuchtern standen ein paar auf einem bazar gewonnene porzellanvasen aus deren halb gezahnter halbwellenförmiger öffnung den datus et undulatus sagte schmidt kleine marksträuße von goldlach und vergißmeinnicht hervorwuchsen quer vor den weingläsern lagen lange kümmelbrote denen der gastgeber wie allem kümmlichen eine ganz besondere fülle gesundheitlicher gaben zuschrieb das eigentliche gericht fehlte noch und schmidt nachdem er sich von dem statutarisch festgesetzten trarbacher bereits zweimal eingeschenkt auch bei den knusperspitzen von seinem kümmelbrötchen abgebrochen hatte war ersichtlich auf dem punkte starke spuren von mißstimmung und ungeduld zu zeigen als sich endlich die zum entree führende tür auftat und die schmolke rot von erregung und herdfeuer eintrat eine mächtige schüssel mit oderkrebsen vor sich hertragend gott sei dank sagte schmidt ich dachte schon alles wäre den krebsgang gegangen eine unvorsichtige bemerkung die die congestionen der schmolke nur noch steigerte das maß ihrer guten laune aber ebenso sehr sinken ließ schmidt seinen fehler rasch erkennend war kluger feldherr genug durch einige verbindlichkeiten die sache wieder auszugleichen freilich nur mit halbem erfolg als man wieder allein war unterließ es schmidt nicht sofort den verbindlichen wirt zu machen natürlich auf seine weise dieser hier ist für dich er hat eine große und eine kleine schere und das sind immer die besten es gibt spiele der natur die mehr sind als bloßes spiel und dem weisen als wegweiser dienen dahin gehören beispielsweise die pontakapfelsinen und die borsdorfer mit einer pocke denn es steht fest je pockenreicher desto schöner was wir hier vor uns haben sind oderbruchkrebse wenn ich recht berichtet bin aus der küstriner gegend es scheint daß durch die vermählung von oder und warte besonders gute resultate vermittelt werden übrigens friedeberg sind sie nicht eigentlich da zu hause ein halber neumerker oder oderbrücher friedeberg bestätigte wußte es mein gedächtnis täuscht mich selten und nun sagen sie freund ist dies nach ihren persönlichen erfahrungen mutmaßlich als streng lokale produktion anzusehen oder ist es mit den oderbruchkrebsen wie mit den werderschen kirschen deren gewinnungsgebiet sich nächstens über die ganze provinz brandenburg erstrecken wird ich glaube doch sagte friedeberg während er durch eine geschickte durchaus den virtuosen verratende gabelwendung einen weiß und rosa schimmernden krebsschwanz aus seiner stachelschale hob ich glaube doch daß hier ein segeln unter zuständiger flagge stattfindet und daß wir auf dieser schüssel wirkliche oderkrebse vor uns haben echteste ware nicht bloß dem namen nach sondern auch de facto wiederholte der in friedebergs latinität eingeweihte schmidt unter behaglichem schmunzeln friedeberg aber fuhr fort es werden nämlich um küstrin herum immer noch massen gewonnen trotzdem es nicht mehr das ist was es war ich habe selbst doch wunderdinge davon gesehen aber freilich nichts im vergleich zu dem was die leute von alten zeiten her erzählten damals vor hundert jahren oder vielleicht auch noch länger gab es so viele krebse daß sie durchs ganze bruch hin wenn sich im mai das überschwemmungswasser wieder verlief von den bäumen geschüttelt wurden zu vielen hunderttausenden tagenbei kann einem ja ordentlich das herz lachen sagte etienne der ein feinschmecker war ja hier an diesem tisch aber dort in der gegend lachte man nicht darüber die krebse waren wie eine plage natürlich ganz entwertet und bei der dienenden bevölkerung die damit gearzt werden sollte so verhaßt und dem magen der leute so widerwärtig daß es verboten war dem gesinde mehr als dreimal wöchentlich krebse vorzusetzen ein schock krebse kostete einen pfennig ein glück daß die gute schmolke das nicht hört drauf schmidt ein sonst würd ihre laune zum zweiten mal verdorben als richtige berlinerin ist sie nämlich für ewiges sparen und ich glaube nicht daß sie die tatsache ruhig verwinden würde die epoche von ein pfennig pro schock so total versäumt zu haben darüber darfst du nicht spotten schmidt sagte distelkamp das ist eine tugend die der modernen welt neben vielem andern immer mehr verloren geht ja da sollst du recht haben aber meine gute schmolke hat doch auch in diesem punkte le défaut du se vertu so heißt es ja wohl etienne gewiß sagte dieser von der georgesang und was ließe sich sagen le défaut du se vertu und comprendre se daß sie zu recht eigentlich die sätze von wegen deren sie gelebt hat und dann vielleicht doch noch von wegen alfred du müsse ergänzte schmidt der nicht gern eine gelegenheit vorübergehen ließ sich aller klassizität unbeschadet auch ein modernliterarisches ansehen zu geben ja wenn man will auch von wegen dem alfred du müsse aber das sind dinge daran die literaturgeschichte glücklicherweise vorübergeht sage das nicht etienne nicht glücklicherweise sage leider die geschichte geht fast immer an dem vorüber was sie vor allem festhalten sollte daß der alte fritz am ende seiner tage dem damaligen kammergerichtspräsidenten namen hab ich vergessen den krückstock an den kopf warf und was mir noch wichtiger ist daß er durchaus bei seinen hunden begraben sein wollte weil er die menschen diese meschante rasse so gründlich verachtete sie freund das ist mir mindestens ebensoviel wert wie hohenfriedberg oder leuten und die berühmte thurgauer ansprache rackers wollt ihr denn ewig leben geht mir eigentlich noch über thurgau selbst distelkamp lächelte das sind so schmidianer du warst immer fürs anekdotische fürs genrehafte mir gilt in der geschichte nur das große nicht das kleine das nebensächliche ja und nein distelkamp das nebensächliche soviel ist richtig gilt nichts wenn es bloß nebensächlich ist wenn nichts drin steckt steckt aber was drin dann ist es die hauptsache denn es gibt einem dann immer das eigentlich menschliche poetisch magst du recht haben das poetische vorausgesetzt daß man etwas anderes darunter versteht als meine freundin jenny treibel das poetische hat immer recht es wächst weit über das historische hinaus es war dies ein schmidsches lieblingsthema drin der alte romantiker der er eigentlich mehr als alles andere war jedesmal so recht zur geltung kam aber heute sein steckenpferd zu reiten verbot sich ihm doch denn ehe er noch zu wuchtiger auseinandersetzung ausholen konnte hörte man stimmen vom entree her und im nächsten augenblicke traten marcell und corinna ein marcell befangen und fast verstimmt corinna nach wie vor in bester laune sie ging zur begrüßung auf distelkam zu der ihr pate war und ihr immer kleine verbindlichkeiten sagte dann gab sie friedberg und etienne die hand und machte den schluss bei ihrem vater dem sie nachdem er sich auf ihre order mit der breit vorgebundenen serviette den mund abgeputzt hatte einen herzhaften kuss gab nun kinder was bringt ihr rückt ihr ein platz die hülle und fülle rindfleisch hat abgeschrieben griechische gesellschaft und die beiden andern fehlen als anhängsel natürlich von selbst aber kein anzügliches wort mehr ich habe ja besser und geschworen und will's halten also grina du drüben neben distelkamp marcell hier zwischen etienne und mir ein besteck wird die schmöcke gleich bringen ja so ist's recht und wie sich das gleich ganz anders ausnimmt wenn so lücken klaffen denk ich immer banquo steigt auf nun gott sei dank marcell von banquo hast du nicht viel aber wenn doch vielleicht so verstehst du's deine wunden zu verbergen und nun erzähl kinder was macht treibel was macht meine freundin jenny hat sie gesungen ich wette das ewige lied mein lied die berühmte stelle wo sie herzen finden und adola krola hat begleitet wenn ich dabei nur mal in krolas seele lesen könnte vielleicht aber steht er doch milder und menschlicher dazu wer jeden tag zu zwei diners geladen ist und mindestens anderthalb mitmacht aber bitte corinna klingle nein ich gehe lieber selbst papa die schmolke lässt sich nicht gern klingeln sie hat so ihre vorstellungen von dem was sie sich und ihrem verstorbenen schuldig ist und ob ich wiederkomme die herren wollen verzeihen weiß ich auch nicht ich glaube kaum wenn man solchen treibelschen tag hinter sich hat ist es das schönste darüber nachzudenken wie das alles so kam und was einem alles gesagt wurde marcell kann ja statt meiner berichten und nur noch so viel ein höchst interessanter engländer war mein tischnachbar und wer es von ihnen vielleicht nicht glauben will daß er so sehr interessant gewesen dem brauche ich bloß den namen zu nennen er hieß nämlich nelson und nun gott befohlen das besteck für marcell kam und als dieser nur um des onkels gute laune nicht zu stören um einen kost und probe krebs gebeten hatte sagte schmidt fange nur erst an artischocken und krebse kann man immer essen auch wenn man von einem treibelschen diner kommt ob sich vom hummer dasselbe sagen läßt mag dahingestellt bleiben mir persönlich ist allerdings auch der hummer immer gut bekommen ein eigen ding daß man aus fragen derart nie herauswächst sie wechseln bloß ab im leben ist man jung so heißt es hübsch und häßlich brünett oder blond und liegt dergleichen hinter einem so steht man vor der vielleicht wichtigeren frage hummer oder krebse wir könnten übrigens darüber abstimmen andererseits soviel muß ich zugeben hat abstimmung immer was totes schablonenhaftes und paßt mir außerdem nicht recht ich möchte nämlich marcell gern ins gespräch ziehen der eigentlich dasitzt als sei ihm die gerste verhagelt also lieber erörterung der frage debatte sage marcell was ziehst du vor versteht sich hummer schnell fertig ist die jugend mit dem wort auf den ersten anlauf mit ganz wenig ausnahmen ist jeder für hummer schon weil er sich auf kaiser wilhelm berufen kann aber so schnell erledigt sich das nicht natürlich wenn solchen hummer aufgeschnitten vor einem liegt und der wundervolle rote rogen ein bild des segens und der fruchtbarkeit einem zu allem andern auch noch die gewißheit gibt es wird immer hummer geben auch nach eonen noch gerade so wie heute distelkamp sah seinen freund schmidt von der seite an also einem die gewißheit gibt auch nach eonen noch werden menschenkinder sich dieser himmelsgabe freuen ja freunde wenn man sich mit diesem gefühl des unendlichen durchdringt so kommt das darin liegende humanitäre dem hummer und unserer stellung zu ihm unzweifelhaft zugute denn jede philanthropische regung weshalb man die philanthropie schon aus selbstsucht kultivieren sollte bedeutet die mehrung eines gesunden und zugleich verfeinerten appetits alles gute hat seinen lohn in sich soviel ist unbestreitbar aber aber es ist trotzdem dafür gesorgt auch hier daß die bäume nicht in den himmel wachsen und neben dem großen hat das kleine nicht bloß seine berechtigung sondern auch seine vorzüge gewiß dem krebse fehlt dies und das er hat sozusagen nicht das maß was in einem militärstaat wie preußen immerhin etwas bedeutet aber dem ohne er achtet auch er darf sagen ich habe nicht umsonst gelebt und wenn er dann er der krebs in petersilienbutter geschwenkt im allerappetitlichsten reize vor uns hintritt so hat er momente wirklicher überlegenheit vor allem auch darin daß sein bestes nicht eigentlich gegessen sondern geschlürft gesogen wird und daß gerade das in der welt des genusses seine besonderen meriten hat wer wollte das bestreiten es ist sozusagen das natürlich gegene wir haben da in erster linie den säuglin für den saugen zugleich leben heißt aber auch in den höheren semestern laß es gut sein schmidt unterbrach distelkamp mir ist nur immer merkwürdig daß du neben homer und sogar neben schliemann mit solcher vorliebe kochbuchliches behandelst reine menüfragen als ob du zu den bankiers und geldfürsten gehörtest von denen ich bis auf weiteres annehme daß sie gut essen mir ganz unzweifelhaft nun sieh schmidt diese herren von der hohen finanz darauf möchte ich mich verwetten sprechen nicht mit halb so viel lust und eifer von einer schildkrötensuppe wie du das ist richtig distelkamp und sehr natürlich sieh ich habe die frische die macht's auf die frische kommt es an in allem die frische gibt einem die lust den eifer das interesse wo die frische nicht ist da ist gar nichts das ärmste leben das ein menschenkind führen kann ist das des petits crevets lauter zappeleien nichts dahinter hab ich recht dieser der in allem parisischen regelmäßig als autorität angerufen wurde nickte zustimmend und distelkamp ließ die streit der frage fallen und war geschickt genug ihr eine neue richtung zu geben indem er aus dem allgemeinen kulinarischen auf einzelne berühmte kulinarische persönlichkeiten überlenkte zunächst auf den freiherrn von ruhmoor und im raschen anschluss dann diesen auf den ihm persönlich befreundet gewesenen fürsten pückler muskau besonders dieser letztere war distelkamp's schwärmerei wenn man dermal einst das wesen des modernen aristokratismus an einer historischen figur werde nachweisen wollen so werde man immer den fürsten pückler als musterbeispiel nehmen müssen dabei sei er durchaus liebenswürdig gewesen allerdings etwas launenhaft eitel und übermütig aber immer grundgut es sei schade daß solche figuren ausstürben und nach diesen einleitenden sätzen begann er speziell von muskau und pranitz zu erzählen wo er vordem oft tagelang zu besuch gewesen war und sich mit der märchenhaften von semilassos weltfahrten mit heimgebrachten abessinierin über nahes und fernes unterhalten hatte schmidt hörte nichts lieberes als erlebnis in der art und nun gar von distelkamp von dessen wissen und charakter er überhaupt einen ungeheuchelten respekt hatte marcell teilte ganz und gar diese vorliebe für den alten direktor und verstand außerdem obwohl geborener berliner gut und mit interesse zuzuhören trotzdem tat er heute fragen über fragen die seine volle zerstreutheit bewiesen er war eben mit anderen beschäftigt so kam elf heran und mit dem glockenschlag ein satz von schmidt wurde mitten durchgeschnitten erhob man sich und trat aus dem eßzimmer in das entrée darin seitens der schmolke die sommerüberzieher samt hut und stock schon in bereitschaft gelegt waren jeder griff nach dem seinen und nur marcell nahm den oheim einen augenblick beiseite und sagte onkel ich spreche gerne noch ein wort mit dir ein ansinnen zu dem dieser jovial und herzlich wie immer seine volle zustimmung ausdrückte dann unter vorantritt der schmolke die mit der linken den messingenen leuchter über den kopf hielt stiegen distelkamp friedeberg und etienne zunächst trepp ab und traten gleich danach in die muffisch schwüle aderstraße hinaus oben aber nahm schmidt seines neffen arm und schritt mit ihm auf seine studierstube zu nun marcell was gibt es brauchen wirst du nicht du siehst mir viel zu bewölkt aus aber verzeih ich muß mir erst eine pfeife stopfen und dabei ließ er sich den tabackskasten vor sich herschiebend in eine sofaecke nieder so marcell und nun nimm einen stuhl und setz dich und schieß sie los was gibt es das alte lied corinna ja ja marcell nimm mir's nicht dübel aber das ist ein schlechter liebhaber der immer väterlichen vorspann braucht um von der stelle zu kommen du weißt ich bin dafür ihr seid wie geschaffen füreinander sie übersieht dich und uns alle das schmidsche strebt in ihr nicht bloß der vollendung zu sondern ich muß das sagen trotzdem ich ihr vater bin kommt auch ganz nah ans ziel nicht jede familie kann das ertragen aber das schmidsche setzt sich aus solchen ingredienzien zusammen daß die vollendung von der ich spreche nie bedrücklich wird und warum nicht weil die selbstironie in der wir glaube ich groß sind immer wieder ein fragezeichen hinter der vollendung macht das ist recht eigentlich das was ich das schmidsche nenne folgst du gewiß onkel sprich nur weiter nun sieh marcell ihr paßt ganz vorzüglich zusammen sie hat die genialere natur hat so den letzten knips von der sache weg aber das gibt keineswechs das übergewicht im leben fast im gegenteil die genialen bleiben immer halbe kinder in eitelkeit befangen und verlassen sich immer auf intuition und bon sens und sentiment und wie all die französischen worte heißen mögen oder wir können auch auf gut deutsch sagen sie verlassen sich auf ihre guten einfälle damit ist es nun aber so so manchmal wetterleuchtet es freilich eine halbe stunde lang oder noch länger gewiß das kommt vor aber mit einem male ist das elektrische wie verblitzt und nun bleibt nicht bloß der esprit aus wie röhrwasser sondern auch der gesunde menschenverstand ja der erst recht und so ist es auch mit corinna sie bedarf einer verständigen leitung das heißt sie bedarf eines mannes von bildung und charakter das bist du das hast du du hast also meinen segen alles andere mußt du dir selbst besorgen ja onkel das sagst du immer aber wie soll ich das anfangen eine lichterlohe leidenschaft kann ich in ihr nicht entzünden vielleicht ist sie solcher leidenschaft nicht einmal fähig aber wenn auch wie soll ein vetter seine cousine zur leidenschaft anstacheln das kommt gar nicht vor die leidenschaft ist etwas plötzliches und wenn man von seinem fünften jahr an immer zusammen gespielt und sich sagen wir hinter den sauerkrauttonnen eines budikers oder in einem dorf und holzkeller unzählige male stundenlang versteckt hat immer gemeinschaftlich und immer glückselig daß richard oder arthur trot dem sie dicht um einen herum waren einen doch nicht finden konnten ja onkel da ist von plötzlichkeit dieser vorbedingung der leidenschaft keine rede mehr schmidt lachte das hast du gut gesagt marcell eigentlich über deine mittel aber es steigert nur meine liebe zu dir das schmidsche steckt doch auch in dir und ist nur unter dem steifen wetterkopfchen etwas vergraben und das kann ich dir sagen wenn du diesen ton corinna gegenüber festhältst dann bist du durch dann hast du sie sicher ach onkel glaube doch das nicht du verkennst corinna nach der einen seite hin kennst du sie ganz genau aber nach der andern seite hin kennst du sie gar nicht alles was klug und tüchtig und vor allem was esprievoll an ihr ist das siehst du mit weiten augen aber was äußerlich und modern an ihr ist das siehst du nicht ich kann nicht sagen daß sie jene niedrigstehende gefallsucht hat die jeden erobern will er sei wer er sei von dieser koketterie hat sie nichts aber sie nimmt sicher barmungslos einen aufs korn einen an dessen spezialeroberung ihr gelegen ist und du glaubst gar nicht mit welcher grausamen konsequenz mit welcher infernalen virtuosität sie dies von ihr erwählte opfer in ihre fäden einzuspinnen weiß meinst du ja onkel heute bei treibels hatten wir wieder ein musterbeispiel davon sie saß zwischen leopold treibel und einem engländer dessen namen sie dir ja schon genannt hat einen mister nelson der wie die meisten engländer aus guten häusern einen gewissen naivitätscharme hat sonst aber herzlich wenig bedeutete nun hättest du corinna sehen sollen sie beschäftigte sich anscheinend mit niemand anderem als mit diesem sohn albions und es gelang ihr auch in ihn staunen zu setzen aber glauben ihr ja nicht daß ihr an dem flachsblonden mr nelson im geringsten gelegen gewesen wäre gelegen war ihr bloß an leopold treibel an den sie kein einziges wort oder wenigstens nicht viele direkt richtete und dem zu ehren sie doch eine art von französischem proverb aufführte kleine komödie dramatische szene und wie ich dir versichern kann onkel mit vollständigstem erfolg dieser unglückliche leopold hängt schon lange an ihren lippen und saugt das süße gift ein aber so wie heute hab ich ihn doch noch nicht gesehen er war von kopf bis zu fuß die helle bewunderung und jede miene schien ausdrücken zu wollen ach wie langweilig ist helene das ist wie du dich vielleicht erinnerst die frau seines bruders und wie wundervoll ist diese corinna nun gut marcell aber das alles kann ich so schlimm nicht finden warum soll sie nicht ihren nachbarn zur rechten unterhalten um auf ihren nachbarn zur linken einen eindruck zu machen das kommt alle tage vor das sind so kleine kaprissen an denen die frau naturreich ist du nennst es kaprissen onkel ja wenn die dinge so lägen es liegt aber anders alles ist berechnung sie will den leopold heiraten leopold ist ein junge nein er ist fünfundzwanzig gerade so alt wie corinna selbst aber auch wenn er noch ein bloßer junge wäre corinna hat sich's in den kopf gesetzt und wird es durchführen nicht möglich doch doch und nicht bloß möglich sondern ganz gewiß sie hat es mir als ich sie zur rede stellte selbst gesagt sie will leopold treibelsfrau werden und wenn der alte das zeitliche segnet was doch wie sie mir versicherte höchstens noch zehn jahre dauern könne und wenn er in seinem zosserner wahlkreise gewählt würde keine fünfe mehr so will sie die villa beziehen und wenn ich sie recht taxiere so wird sie zu dem grauen kakadu noch einen pfauhahn anschaffen ach marcell das sind visionen vielleicht von ihr wer will's sagen aber sicherlich nicht von mir denn all das waren ihre eigensten worte du hättest sie hören sollen onkel mit welcher suffisance sie von kleinen verhältnissen sprach und wie sie das dürftige kleinleben ausmalte für das sie mal nun nicht geschaffen sei sie sei nicht für speck und wrucken und all dergleichen und du hättest nur hören sollen wie sie das sagte nicht bloß so darüber hin nein es klang geradezu was von bitterkeit mit durch und ich sah zu meinem schmerz wie veräußerlicht sie ist und wie die verdammte neue zeit sie ganz in banden hält sagte schmidt das gefällt mir nicht namentlich das mit den wrucken das ist bloß ein dummes vornehmtun ist auch kulinarisch eine torheit denn alle gerichte die friedrich wilhelm der erste liebte so zum beispiel weißkohl mit hammelfleisch oder schlei mit dill ja lieber marcell was will dagegen aufkommen und dagegen front zu machen ist einfach unverstand aber glaube mir corinna macht auch nicht front dagegen dazu ist sie viel zu sehr ihres vaters tochter und wenn sie sich darin gefallen hat dir von modernität zu sprechen und dir vielleicht eine pariser hutnadel oder eine sommerjacke daran alles schick und widerschick ist zu beschreiben und so zu tun als ob es in der ganzen welt nichts gäbe was an wert und schönheit damit verglichen werden könnte so ist das alles bloß feuerwerk phantasietätigkeit schön wenn es ihr morgen paßt die einem pfarramtskandidaten in der jasminlaube zu beschreiben der seligen lottchens armen ruht so leistet sie das mit eben demselben aplomb und derselben virtuosität das ist was ich das schmiedsche nenne nein marcell darüber darfst du dir keine grauen haare wachsen lassen das ist alles nicht ernstlich gemeint es ist ernstlich gemeint und wenn es ernst gemeint ist was ich vorläufig noch nicht glaube denn corinna ist eine sonderbare person so nutzt dir dieser ernst nichts gar nichts und es wird doch nichts draus darauf verlaß dich marcell denn zum heiraten gehören zwei gewiß onkel aber leopold will womöglich noch mehr als corinna was gar keine bedeutung hat denn laß dir sagen und damit spreche ich ein großes wort gelassen aus die kommerzienrätin will nicht bist du dessen so sicher ganz sicher und hast du auch zeichen dafür zeichen und beweise marcell und zwar zeichen und beweise die du in einem alten onkel willibald schmidt hier leibhaftig vor dir siehst das wäre ja freund leibhaftig vor dir siehst denn ich habe das glück gehabt an mir selbst und zwar als objekt und opfer das wesen meiner freundin jenny studieren zu können jenny bürstenbinder das ist ihr vaters name wie du vielleicht schon weißt ist der typus einer bourgeois sie war talentiert dafür von kindesbeinen an und in jenen zeiten wo sie noch drüben in ihres vaters laden wenn der alte gerade nicht hinsah von den trauben rosinen naschte da war sie schon gerade so wie heut und deklamierte den taucher und den gang nach dem eisenhammer und auch allerlei kleine lieder und wenn es recht was rührendes war so war ihr auge damals immer in tränen und als ich eines tages mein berühmtes gedicht gedichtet hatte du weißt schon das unglücksding das sie seitdem immer singt und vielleicht heute wieder gesungen hat da warf sie sich mir an die brust und sagte willibald einziger das kommt von gott ich sagte halb verlegen etwas von meinem gefühl und meiner liebe sie aber blieb dabei es sei von gott und dabei schluchzte sie dermaßen daß ich so glücklich ich einerseits in meiner eitelkeit war doch auch wieder einen schreck kriegte vor der macht dieser gefühle ja marcell das war so unsere stille verlobung ganz still aber doch immerhin eine verlobung wenigstens nahm ich's dafür und strengte mich riesig an um so rasch wie möglich mit meinem studium am ende zu sein und mein examen zu machen und ging auch alles vortrefflich als ich nun aber kam um die verlobung perfekt zu machen da hielt sie mich hin war abwechselnd vertraulich und dann wieder fremd und während sie nach wie vor das lied sang mein lied liebäugelte sie mit jedem der ins haus kam bis endlich treibel erschien und dem zauber ihrer kastanienbraunen locken und mehr noch ihrer sentimentalität erlag denn der treibel von damals war noch nicht der treibel von heut und am andern tag kriegte ich die verlobungskarten alles in allem eine sonderbare geschichte daran daß glaube ich sagen zu dürfen andere freundschaften gescheitert wären aber ich bin kein übelnehmer und spielverderber und in dem liede drin sich wie du weißt die herzen finden beiläufig eine himmlische trivialität und ganz geschaffen für jenny treibel in dem liede lebte unsere freundschaft fort bis an diesen tag ganz so als sei nichts vorgefallen und am ende warum auch nicht ich persönlich bin darüber weg und jenny treibel hatte ein talent alles zu vergessen was sie vergessen will es ist eine gefährliche person und um so gefährlicher als sie selbst nicht recht weiß und sich aufrichtig einbildet ein gefühlvolles herz und vor allem ein herz für das höhere zu haben aber sie hat nur ein herz für das ponderable für alles was ins gewicht fällt und zins trägt und für viel weniger als eine halbe million gibt sie den leopold nicht fort die halbe million mag herkommen woher sie will und dieser arme leopold selbst so viel weißt du doch der ist nicht der mensch des aufbäumens oder der eskapade nach ich sage dir marcel unterbrückner tun es die treibels nicht und kögel ist ihnen noch lieber denn je mehr es nach hof schmeckt desto besser sie liberalisieren und sentimentalisieren beständig aber das ist alles farze wenn es gilt farbe zu bekennen dann heißt es gold ist trumpf und weiter nichts ich glaube daß du leopold unterschätzest ich fürchte daß ich ihn noch überschätze ich kenn ihn noch aus der untersekunda her weiter kam er nicht guter mensch mittelgut und als charakter noch unter mittel wenn du mit corinna sprechen könntest nicht nötig marcell durch dreinreden stört man nur den natürlichen gang der dinge mag übrigens alles so schwanken und unsicher sein eines steht fest der charakter meiner freundin jenny da ruhen die wurzeln deiner kraft und wenn corinna sich in tollheiten überschlägt laß sie den ausgang der sacke kenne ich du sollst sie haben und du wirst sie haben und vielleicht eher als du denkst ende des siebten kapitels theodor fontane frau jenny treibel war ein frühauf wenigstens für einen kommerzienrat und trat nie später als acht uhr in sein arbeitszimmer immer gestiefelt und gespornt immer in sauberster toilette er sah dann die privatbriefe durch tat einen blick in die zeitungen und wartete bis seine frau kam um mit dieser gemeinschaftlich das erste frühstück zu nehmen in der regel erschien die rätin sehr bald nach ihm heut aber verspätete sich und weil der eingegangenen briefe nur ein paar waren die zeitungen aber in denen schon der sommer vorspukte wenig inhalt hatten so geriet treibel in einen leisen zustand von ungeduld und durch maß nachdem er sich rasch von seinem kleinen ledersofa erhoben hatte die beiden großen neben angelegenen räume darin sich die gesellschaft von tage vorher abgespielt hatte das obere schiebefenster des garten und esssaals war ganz heruntergelassen so daß er mit den armen sich auf lehnend in bequemer stellung in den unter ihm gelegenen garten hinabsehen konnte die scenerie war wie gestern nur statt des kakadu der noch fehlte sah man draußen die honig die den bologneser der kommerzienrätin an einer strippe führend um das passene herum schritt dies geschah jeden morgen und dauerte mal für mal bis der kakadu seinen stangenplatz einnahm oder in seinem blanken käfig ins freie gestellt wurde worauf sich dann die honig mit dem bologneser zurückzog um einen ausbruch von feindseligkeiten zwischen den beiden gleichmäßig verwöhnten lieblingen des hauses zu vermeiden das alles stand indessen heute noch aus treibel immer artig erkundigte sich von seiner fensterstellung aus nach dem befinden des fräuleins was die kommerzienrätin wenn sie's hörte jedesmal sehr überflüssig fand und fragte dann als er beruhigende versicherungen darüber entgegengenommen hatte wie sie mr nelsons englische aussprache gefunden habe dabei von der mehr oder weniger überzeugten ansicht ausgehend daß es jeder von einem berliner schulrat examinierten erzieherinnen kleines sein müsse dergleichen festzustellen die honig die diesen glauben nicht gern zerstören wollte beschränkte sich darauf die korrektheit von mr nelsons a anzuzweifeln und diesem seinem a eine nicht ganz statthafte mittelstellung zwischen der englischen und schottischen aussprache dieses vokals anzuerkennen eine bemerkung die treibel ganz ernsthaft hinnahm und weiter ausgesponnen haben würde wenn er nicht im selben moment ein leises ins schloss fallen einer der vordertüren also mutmaßlich das eintreten der kommerzienrätin erlauscht hätte treibel hielt es auf diese wahrnehmung hin für angezeigt sich von der honig zu verabschieden und schritt wieder auf sein arbeitszimmer zu in das in der tat die rätin eben eingetreten war das auf einem tablett wohl arrangierte frühstück stand schon da guten morgen jenny wie geruht doch nur passabel dieser furchtbare vogelsang hat wie ein alp auf mir gelegen ich würde gerade diese bildersprachliche wendung doch zu vermeiden suchen aber wie du darüber denkst im übrigen wollen wir das frühstück nicht lieber draußen nehmen und der diener nachdem jenny zugestimmt und ihrerseits auf den knopf der klingel gedrückt hatte erschien wieder um das tablett auf einen der kleinen in der veranda stehenden tische hinauszutragen es ist gut friedrich sagte treibel und schob jetzt höchst eigenhändig so eine fußbank heran um es dadurch zunächst seiner frau zugleich aber auch sich selber nach möglichkeit bequem zu machen denn jenny bedurfte solcher huldigungen um bei guter laune zu bleiben diese wirkung blieb denn auch heute nicht aus sie lächelte rückte die zuckerschale näher zu sich heran und sagte während sie die gepflegte weiße hand über den großen blockstücken hielt eins oder zwei zwei jenny wenn ich bitten darf ich sehe nicht ein warum ich der ich zur runkelrübe gott sei dank keine beziehungen unterhalte die billigen zuckerzeiten nicht fröhlich mitmachen soll jenny war einverstanden tat den zucker ein und schob gleich danach die kleine genau bis an den golfstreifen gefüllte tasse dem gemahl mit dem bemerken zu du hast die zeitungen schon durchgesehen wie steht es mit glattstown treibel lachte mit ganz ungewöhnlicher herzlichkeit wenn es dir recht ist jenny bleiben wir vorläufig noch diesseits des kanals sagen wir in hamburg oder doch in der welt des hamburgischen und transponieren uns die frage nach glattstowns befinden in eine frage nach unserer schwiegertochter helene sie war offenbar verstimmt und ich schwanken nur noch was in ihren augen die schuld trug war es daß sie selber nicht gut genug platziert war oder war es daß wir mr nelson ihren uns gütigst überlassenen oder um es berlinisch zu sagen ihren uns aufgepuckelten ehrengast so ganz einfach zwischen die honig und corinna gesetzt hatten du hast eben gelacht treibel weil ich nach glattstown fragte was du nicht hättest tun sollen denn wir frauen dürfen so was fragen wenn wir auch was ganz anderes meinen aber ihr männer dürft uns das nicht nachmachen wollen schon deshalb nicht weil es euch nicht glückt oder jedenfalls noch weniger als uns denn so viel ist doch gewiß und kann dir nicht entgangen sein ich habe niemals einen entzückteren menschen gesehen als den guten nelson also wird helene wohl nichts dagegen gehabt haben dass wir ihren protégé gerade so platzierten wie geschehen und wenn das auch eine ewige eifersucht ist zwischen ihr und corinna die sich nach ihrer meinung zu viel herausnimmt und und unweiblich ist und unhamburgisch was nach ihrer meinung so ziemlich zusammenfällt so wird es ihr gestern fuhr jenny der unterbrechung nicht achtend fort wohl zum erstenmal verziehen haben weil es ihr selber zugute kam oder ihrer gastlichkeit von der sie persönlich freilich so mangelhafte proben gegeben hat nein treibel nichts von verstimmung über mr nelsons platz helene schmollt mit uns beiden weil wir alle anspielungen nicht verstehen wollen und ihre schwester hildegard noch immer nicht eingeladen haben übrigens ist hildegard ein lächerlicher name für eine hamburgerin hildegard heißt man in einem schlosse mit ahnenbildern oder wo eine weiße frau spukt helene schmollt mit uns weil wir hinsichtlich hildegard so sehr schwerhörig sind worin sie recht hat und ich finde dass sie darin unrecht hat es ist eine anmaßung die an insolenz grenzt was soll das heißen sind wir in einem fort dazu da dem holzhof und seinen angehörigen honneurs zu machen sind wir dazu da helenes und ihrer eltern pläne zu begünstigen wenn unsere frau schwiegertochter durchaus die gastliche schwester spielen will so kann sie hildegard jeden tag von hamburg her verschreiben und das verwöhnte püppchen entscheiden lassen ob die alster bei der uhlenhorst oder die spree bei treptow schöner ist aber was geht uns das alles an otto hat seinen holzhof so gut wie du deinen fabrikhof und seine villa finden viele leute hübscher als die unsere was auch zutrifft unsere ist beinahe altmodisch und jedenfalls viel zu klein so dass ich hoff nicht aus noch ein weiß es bleibt dabei mir fehlen wenigstens zwei zimmer ich mag davon nicht viel worte machen aber wie kommen wir dazu hildegard einzuladen als ob uns daran läge die beziehungen der beiden häuser aufs eifrigste zu pflegen und wie wenn wir nichts sedlicher wünschten als noch mehr hamburger blut in die familie zu bringen aber jenny nichts von aber treibel von solchen sachen versteht ihr nichts weil ihr kein auge dafür habt ich sage dir auf solche pläne läuft es hinaus und deshalb sollen wir die einladenden sein wenn helene hildegarden einlädt so bedeutet das so wenig dass es nicht einmal die trinkgelder wert ist und die neuen toiletten nun schon gewiss nicht was hat das für eine bedeutung wenn sich zwei schwestern wiedersehen gar keine sie passen nicht mal zusammen und schrauben sich beständig aber wenn wir hildegard einladen so heißt das die treibel sind unendlich entzückt über ihre erste hamburger schwiegertochter und würden es für ein glück und eine ehre ansehen wenn sich das glück erneuern und verdoppeln und fräulein hildegard munk frau leopold treibel werden sollte ja freund darauf läuft es hinaus es ist eine abgekartete sache leopold soll hildegard oder eigentlich hildegard soll leopold heiraten denn leopold ist bloß passiv und hat zu gehorchen das ist das was die munks wollen was helene will und was unser armer otto der gott weiß es nicht viel sagen darf schließlich auch wird wollen müssen und weil wir zögern und mit der einladung nicht recht heraus wollen deshalb schmollt und grollt helene mit uns und spielt die zurückhaltende und gekränkte und gibt die rolle nicht einmal auf an einem tage wo ich ihr einen großen gefallen getan und ihr den mr nelson hierher eingeladen habe bloß damit ihr die blättbolzen nicht kalt werden treibel lehnte sich weiter zurück in den stuhl und ließ kunstvoll einen kleinen rinn in die luft ich glaube nicht daß du recht hast aber wenn du recht hättest was täte es lebt seit acht jahren in einer glücklichen ehe mit helenen was auch nur natürlich ist ich kann mich nicht entsinnen daß irgendwer aus meiner bekanntschaft mit einer hamburgerin in einer unglücklichen ehe gelebt hätte sie sind alle so zweifelsohne haben innerlich und äußerlich so was ungewöhnlich gewaschenes und bezeugen in allem was sie tun und nicht tun die richtigkeit der lehre vom einfluss der guten kinderstube man hat sich ihrer nie zu schämen und ihrem zwar bestrittenen aber im stillen immer gehegten herzenswunsche für eine engländerin gehalten zu werden diese mediale kommen sie meistens sehr nah indessen das mag auf sich beruhen soviel steht jedenfalls fest und ich muss es wiederholen helene munk hat unsern otto glücklich gemacht und es ist mir höchstwahrscheinlich daß hildegard munk unsern leopold auch glücklich machen würde ja noch glücklicher und wär auch keine hexerei denn einen besseren menschen als unsern leopold gibt es eigentlich überhaupt nicht es ist schon beinahe eine suhuse beinahe sagte jenny du kannst ihn dreist für voll nehmen ich weiß nicht wobei die jungen diese milchsuppenschaft her haben zwei geborene berliner und sind eigentlich wie wenn sie von herrenhut oder gnadenfrei kämen sie haben doch beide was schläfriges und ich weiß wirklich nicht treibel auf wen ich es schieben soll auf mich jenny natürlich auf mich und wenn ich auch sehr wohl weiß fuhr jenny fort wie nutzlos es ist sich über diese dinge den kopf zu zerbrechen und leider auch weiß daß sich solche charaktere nicht ändern lassen so weiß ich doch auch daß man die pflicht hat da zu helfen wo noch geholfen werden kann bei otto haben wir's versäumt und haben zu seiner eigenen temperamentlosigkeit diese temperamentlose helene hinzugetan und was dabei herauskommt das siehst du nun an lizzi die doch die größte puppe ist die man nur sehen kann ich glaube helene wird sie noch auf vorderzähne zeigen hin englisch abrichten nun meinetwegen aber ich bekenne dir treibel daß ich an einer solchen schwiegertochter und einer solchen enkelin gerade genug habe und daß ich den armen jungen den leopold etwas passender als in der familie munk unterbringen möchte du möchtest einen forschen menschen aus ihm machen einen kavalier einen sportsmann nein einen forschen menschen nicht aber einen menschen überhaupt zum menschen gehört leidenschaft und wenn er eine leidenschaft fassen könnte sieh das wäre was das würde ihn rausreißen und so sehr ich einen skandal hasse ich könnte mich beinahe freuen wenn's irgend so was gäbe natürlich nichts schlimmes aber doch wenigstens was apartes male den teufel nicht an die van jenny daß er sich aufs entführen einlässt ist mir ich weiß nicht soll ich sagen leider oder glücklicherweise nicht sehr wahrscheinlich aber man hat exempel von beispielen dass personen die zum entführen durchaus nicht das zeug hatten gleichsam wie zur strafe dafür entführt wurden es gibt ganz verflixte weiber und leopold ist gerade schwach genug um vielleicht einmal in den sattel einer armen und etwas emanzipierten edeldame die natürlich auch schmidt heißen kann hineingehoben und über die grenze geführt zu werden ich glaube es nicht sagte die kommerzienrätin er ist leider auch dafür zu stumpf und sie war von der ungefährlichkeit der gesamtlage so fest überzeugt dass sie nicht einmal der vielleicht bloß zufällig aber aber vielleicht auch absichtlich gesprochene name schmidt stutzig gemacht hatte schmidt das war nur so herkömmlich hingeworfen weiter nichts und in einem halb übermütigen jugendanfluge gefiel sich die räten sogar in stiller ausmalung einer eskapade leopold mit aufgesetztem schnurrbart auf dem wege nach italien und mit ihm eine freien aus einer pommerschen oder schlesischen verwogenheitsfamilie die reiherfeder am hut und den schottisch karierten mantel über den etwas fröstelnden liebhaber ausgebreitet all das stand vor ihr und beinah traurig sagte sich zu sich selbst der arme junge ja wenn er dazu das zeug hätte es war um die neunte stunde daß die alten treibels dies gespräch führten ohne jede vorstellung davon daß um eben diese zeit auch die auf ihrer veranda das frühstück einnehmenden jungen treibels der gesellschaft vom tage vorher gedachten helene sah sehr hübsch aus wozu nicht nur die kleidsame morgentoilette sondern auch eine gewisse belebtheit in ihren sonst matten und beinah vergiss mein nicht blauen augen ein erhebliches beitrug es war ganz ersichtlich daß sie bis diese minute mit ganz besonderem eifer auf den halb verlegen vor sich hinsehenden otto eingepredigt haben mußte ja wenn nicht alles täuschte wollte sie mit diesem ansturm eben fortfahren als das erscheinen lizis und ihrer erzieherin fräulein wulsten dies vorhaben unterbrach trotz früher stunde war schon in vollem staate das etwas gewellte blonde haar des kindes hing bis auf die hüften herab im übrigen aber war alles weiß das kleid die hohen strümpfe der überfallkragen und nur um die taille herum wenn sich von einer solchen sprechen ließ zog sich eine breite rote scherpe die von helenen selbstverständlich nie rote scherpe sondern immer nur pink colored scarf genannt wurde die kleine wie sie sich da präsentierte hätte sofort als symbolische figur auf den wässerschrank ihrer mutter gestellt werden können so sehr war sie der ausdruck von weiß zeug mit einem roten bändchen drum lizis galt im ganzen kreise der bekannten als muster kind und was das herz helenens einerseits mit dank gegen gott andererseits aber auch mit dank gegen hamburg erfüllte denn zu den gaben der natur die der himmel hier so sichtlich verliehen war auch noch eine mustererziehung hinzugekommen wie sie eben nur die hamburger tradition geben konnte diese mustererziehung hatte gleich mit dem ersten lebenstage des kindes begonnen helene weil es unschön sei was übrigens von seiten des damals noch um sieben jahre jüngeren krola bestritten wurde war nicht zum selbstnähern zu bewegen gewesen und da bei den nun folgenden verhandlungen eine seitens des alten kommerzienrats in vorschlag gebrachte spreewälder amme mit dem bemerken es gehe bekanntlich so viel davon auf das unschuldige kind über abgelehnt worden war war man zu dem einzig verbleibenden auskunftsmittel übergegangen eine verheiratete von dem geistlichen der thomasgemeinde warm empfohlene frau hatte das aufpäppeln mit großer gewissenhaftigkeit und mit der ohr in der hand übernommen wobei litzi so gut gediehen war daß sich eine zeitlang sogar kleine grübchen auf der schulter gezeigt hatten alles normal und beinahe über das normale hinaus unser alter kommerzienrat hatte denn auch der sache nie so recht getraut und erst um ein erhebliches später als ich litzi mit einem trennmesser in den finger geschnitten hatte das kindermädchen war dafür entlassen worden hatte treibel geruhigt ausgerufen gott sei dank soviel ich sehen kann es ist wirkliches blut ordnungsgemäß hatte litzi's lehm begonnen und ordnungsgemäß war es fortgesetzt worden die wäsche die sie trug führte durch den monat hin die genau korrespondierende tageszahl so daß man ihr wie der großvater sagte das jedesmalige datum vom strumpf lesen konnte heut ist der siebzehnte der puppenkleiderschrank war an den regeln nummeriert und als es geschah und dieser schreckliche tag lag noch nicht lange zurück daß litzi die sonst die sorglichkeit selbst war in ihrer mit allerlei kästen ausstaffierten puppenküche gries in den kasten getan hatte der doch ganz deutlich die aufschrift linsen trug hatte helene veranlassung genommen ihrem liebling die tragweite solchen fehlgriffs auseinanderzusetzen das ist nichts gleichgültiges liebe litzi wer großes hüten will muß auch das kleine zu hüten verstehen bedenke wenn du ein brüderchen hättest und das brüderchen wäre vielleicht schwach und du willst es mit eau de colonne bespritzen und du bespritzest es mit eau de javel ja meine liebe litzi so kann dein brüderchen blind werden oder wenn es ins blut geht kann es sterben und doch wäre es noch eher zu entschuldigen denn beides ist weiß und sieht aus wie wasser aber gris und linsen meine liebe litzi das ist doch ein starkes stück von unaufmerksamkeit oder was noch schlimmer wäre von gleichgültigkeit so war litzi die übrigens zu weiterer genugtuung der mutter einen herzmund hatte freilich die zwei blanken vorderzähne waren immer noch nicht sichtbar genug um helenen eine recht volle herzensfreude gewähren zu können und so wandten sich ihre mütterlichen sorgen auch in diesem augenblicke wieder der ihr so wichtigen zahnfrage zu weil sie davon ausging daß es hier dem von der natur so glücklich gegebenem material bis dahin nur an der rechten erziehlichen aufmerksamkeit gefehlt habe du kneifst die lippen wieder so zusammen litzi das darf nicht sein es sieht besser aus wenn der mund sich halb öffnet fast so wie zum sprechen fräulein wulsten ich möchte sie doch bitten auf diese kleinigkeit die keine kleinigkeit ist mir achten zu wollen wie steht es denn mit dem geburtstagsgedicht litzi gibt sich die größte mühe nun dann will ich dir einen wunsch auch erfüllen litzi lade dir die kleine felgen treu zu heute nachmittag ein aber natürlich erst die schularbeiten und jetzt kannst du wenn fräulein wulsten es erlaubt diese verbeugte sich im garten spazieren gehen überall wo du willst nur nicht nach dem hof zu wo die bretter über der kalkgrube liegen otto du solltest das ändern die bretter sind ohnehin zu morsch litzi war glücklich eine stunde frei zu haben und nachdem sie der mama die hand geküsst und noch die warnung sich vor der wassertonne zu hüten mit auf den weg gekriegt hatte brachen das fräulein und litzi auf und das elternpaar blickte dem kinde nach daß ich noch ein paar mal umsah und dankbar der mutter zunickte eigentlich sagte diese hätte ich litzi gern hier behalten und eine seite englisch mit ihr gelesen die wulsten versteht es nicht und hat eine erbärmliche aussprache so low so vulgar aber ich bin gezwungen es bis morgen zu lassen denn wir müssen das gespräch durchaus zu ende bringen ich sage nicht gern etwas gegen deine eltern denn ich weiß dass es sich nicht schickt und weiß auch dass es dich bei deinem eigentümlich starren charakter otto lächelte nur noch in dieser deiner starrheit bestärken wird aber man darf die schicklichkeitsfragen ebenso wie die klugheitsfragen nicht über alles stellen und das täte ich wenn ich länger schwiege die haltung deiner eltern ist in dieser frage geradezu kränkend für mich und fast noch mehr für meine familie denn sei mir nicht böse otto aber wer sind am ende die treibels es ist mißlich solche dinge zu berühren und ich würde mich hüten es zu tun wenn du mich geradezu zwäng es zwischen unseren familien abzuwägen otto schwieg und ließ den teelöffel auf seinem zeigfinger balancieren helene aber fuhr fort die munks sind ursprünglich dänisch und ein zweig wie du recht gut weißt ist unter könig christian gegraft worden als hamburgerin und tochter einer freien stadt will ich nicht viel davon machen aber es ist doch immerhin was und nun gar von meiner mutterseite die thompsons sind eine syndikatsfamilie du tust als ob das nicht sei gut es mag auf sich beruhen und nur so viel möchte ich dir noch sagen dürfen unsere schiffe gingen schon nach messina als deine mutter noch in dem apfelsinenladen spielte daraus dein vater sie hervorgeholt hat material und kolonialwaren er nennt das hier auch kaufmann ich sage nicht du aber kaufmann und kaufmann ist ein unterschied otto ließ alles über sich ergehen und sah den garten hinunter wo lizzi fangball spielte hast du überhaupt noch vor otto auf das was ich sage mir zu antworten am liebsten nein liebe helene wozu auch du kannst doch nicht von mir verlangen daß ich in dieser sache deiner meinung bin und wenn ich es nicht bin und das ausspreche so reize ich dich nur noch mehr ich finde daß du doch mehr forderst als du fordern solltest meine mutter ist von großer aufmerksamkeit gegen dich und hat dir noch gestern einen beweis davon gegeben denn ich bezweifle sehr daß ihr das unser gast zu ehrengegebene dini besonders zu pass kam du weißt außerdem daß sie sparsam ist wenn es nicht ihre person gilt sparsam lachte helene ohne es geiz mir gleich sie lässt es aber trotzdem nie an aufmerksamkeiten fehlen und wenn die geburtstage da sind so sind auch ihre geschenke da das stimmt dich aber alles nicht um im gegenteil du wächst in deiner beständigen auflehnung gegen die mama und das alles nur weil sie dir durch ihre haltung zu verstehen gibt daß das was papa die hamburgerei nennt nicht das höchste in der welt ist und daß der liebe gott seine welt nicht unter munks willen geschaffen hat sprichst du das deiner mutter nach oder tust du von deinem eigenen noch was hinzu fast klingt es so deine stimme zittert ja beinahe helene wenn du willst daß wir die sache ruhig durchsprechen und alles in billigkeit und mit rücksicht für hüben und trüben abwägen so darfst du nicht beständig öl ins feuer gießen du bist so gereizt gegen die mama weil sie deine anspielungen nicht verstehen will und keine miene macht hildegard einzuladen darin hast du aber unrecht soll das ganze bloß etwas geschwisterliches sein so mußt die schwester die schwester einladen das ist dann eine sache mit der meine mama herzlich wenig zu tun hat sehr schmeichelhaft für hildegard und auch für mich soll aber ein anderer plan damit verfolgt werden und du hast mir zugestanden daß dies der fall ist so muß das so wünschenswert solche zweite familienverbindung ganz unzweifelhaft auch für die treibels sein würde so muß das unter verhältnissen geschehen die den charakter des natürlichen und ungezwungenen haben lädst du hildegard ein und führst das sagen wir einen monat später oder zwei zur verlobung mit leopold so haben wir genau das was ich den natürlichen und ungezwungenen weg nenne schreibt aber meine mama den einladungsbrief an hildegard und spricht sie darin aus wie glücklich sie sein würde die schwester ihrer lieben helene recht recht lange bei sich zu sehen und sich des glücks der geschwister mitfreuen zu können so drückt sich darin ziemlich unverblümt eine huldigung und ein aufrichtiges sich bemühen um deine schwester hildegard aus und das will die firma treibel vermeiden und das billigst du ja nun das ist wenigstens deutlich aber weil es deutlich ist darum ist es noch nicht richtig alles wenn ich dich recht verstehe dreht sich also um die frage wer den ersten schritt zu tun habe otto nickte nun wenn dem so ist warum sollen die treibels sich sträuben diesen ersten schritt zu tun warum frage ich solange die welt steht ist der bräutigam oder der liebhaber der der wird gewiß liebe helene aber bis zum werben sind wir noch nicht vorläufig handelt es sich noch um einleitungen um ein brücken bauen und dies brücken bauen ist an denen die das größere interesse daran haben ah lachte helene wir die munks und das größere interesse otto das hättest du nicht sagen sollen nicht weil es mich und meine familie herabsetzt sondern weil es die ganze treibelei und dich an der spitze mit einem ridicül ausstattet das dem respekt den die männer doch beständig beanspruchen nicht allzu vorteilhaft ist ja freund du forderst mich heraus und so will ich dir denn offen sagen auf eurer seite liegt interesse gewinn ehre und dass er das empfindet das müsst ihr eben bezeugen dem müsst ihr einen nicht misszuverstehenden ausdruck geben das ist der erste schritt von dem ich gesprochen und da ich mal bei bekenntnissen bin so lasst mich dir sagen otto dass diese dinge neben ihrer ernsten und geschäftlichen seite doch auch eine persönliche seite haben und daß es dir so nehme ich vorläufig an nicht in den sinn kommen kann unsere geschwister in ihrer äußeren erscheinung miteinander vergleichen zu wollen hildegard ist eine schönheit und gleicht ganz ihrer großmutter elisabeth thompson nach der wir ja auch unsere litze getauft haben und hat den schick einer lady du hast mir dasselbe früher zugestanden und nun sieht einen bruder leopold er ist ein guter mensch der sich ein reitpferd angeschafft hat weil er es durchaus zwingen will und schnallt sich nun jeden morgen die steigbügel so hoch wie ein engländer aber es nutzt ihm nichts er ist und bleibt doch unterdurchschnitt jedenfalls weit ab vom kavalier und wenn hildegard ihn nähme ich fürchte sie nimmt ihn nicht so wäre das wohl der einzige weg noch etwas wie einen perfekten gentleman aus ihm zu machen und das kannst du deiner mutter sagen ich würde vorziehen du tätestes wenn man aus einem guten hause stammt vermeidet man aussprachen und szenen und macht sie dafür dem manne das ist etwas anderes ja lachte otto aber in seinem lachen war etwas melancholisches leopold treibel der im geschäft seines älteren bruders tätig war während er im elterlichen hause wohnte hatte sein jahr bei den gardedragonern abdienen wollen war er aber wegen zu flacher brust nicht angenommen worden was die ganze familie schwer gekränkt hatte treibel selbst kam schließlich darüber weg weniger die kommerzienrätin am wenigsten leopold selbst der wie helene bei jeder gelegenheit und auch an diesem morgen wieder zu betonen liebte zur auswetzungen der scharte wenigstens reitstunde genommen hatte jeden tag war er zwei stunden im sattel und machte dabei weil er sich wirklich mühe gab eine ganz leidliche figur auch heute wieder an demselben morgen an dem die alten und jungen treibel ihren streit über dasselbe gefährliche thema führten hatte leopold ohne die geringste ahnung davon sowohl veranlassung wie mittelpunkt derartiger heikler gespräche zu sein seinen wie gewöhnlich auf treptow zugerichteten morgenausflug angetreten und ritt von der elterlichen wohnung aus die zu so früher stunde noch wenig belebte köpchnikerstraße hinunter erst an seines bruders villa dann an der alten pionierkaserne vorüber die kaserne nur schlug eben sieben als er das schließische tor passierte wenn ihn dies im sattel sein ohnehin schon an jedem morgen erfreute so besonders heut wo die vorgänge des voraufgegangenen abends am meisten aber die zwischen mr nelson und corinna geführten gespräche noch stark in ihm nachwirkten so stark dass er mit dem ihm sonst wenig verwandten ritterkarl von eichenhorst wohl den gemeinschaftlichen wunsch des sich ruhereitens in seinem busen hegen durfte was ihm equestrisch dabei zur verfügung stand war freilich nichts weniger als ein dänenroß voll kraft und feuer sondern nur ein schon lange zeit in der manege gehender graditzer dem etwas extravagantes nicht mehr zugemutet werden konnte leopold ritt denn auch schritt so sehr er sich wünschte davonstürmen zu können erst ganz allmählich fiel er in einen leichten trab und blieb darin bis er den scharf graben und gleich danach den in geringer entfernung gelegenen schlesischen busch erreicht hatte darin am abend vorher wie ihm johann noch im momente des abreitens erzählt hatte wieder zwei frauenzimmer und ein uhrmacher beraubt worden waren daß dieser unfug auch gar kein ende nehmen will schwäche polizeiversäumnis indessen bei hellem tages lichte bedeutete das alles nicht allzu viel weshalb leopold in der angenehmen lage war sich der ringsumher schlagenden amseln und finken unbehindert freuen zu können und kaum minder genoss er als er aus dem schlesischen busch wieder heraus war der freien straße zu deren rechten sich saaten kornfelder dienten während zur linken die spree mit ihren nebenher laufenden parkanlagen den weg begrenzte das alles war so schön so morgenfrisch daß er das pferd wieder in schritt fallen ließ aber freilich so langsam er ritt bald war er trotzdem an der stelle wo vom andern ufer her das kleine fährboot herüberkam und als er anhielt um dem schauspiele besser zusehen zu können trabten von der stadt her auch schon einige reiter auf der chaussee heran und dem pferdebahnwagen dritt vorüber drin soviel er sehen konnte keine morgengäste für treptow saßen das war so recht was ihm passte denn ein frühstück im freien das ihn dort regelmäßig erquickte war nur noch die halbe freude wenn ein halb dutzend echte berliner um ihn herum saßen und ihren mitgebrachten affenpinscher über die stühle springen oder vom steg aus abortieren ließen das alles wenn dieser leere wagen nicht schon einen vollbesetzten vorläufer gehabt hatte war für heute nicht zu befürchten gegen halb acht war er draußen und einen halb wachsenen jungen mit nur einem arm und dem entsprechenden losen ärmel den er beständig in der luft schwenkte heranwinkend stieg er jetzt ab und sagte während er dem einarmigen die zügel gab führ es unter die linde fritz die morgensonne sticht hier so der junge tat auch wie ihm geheißen und leopold seinerseits ging nun an einen von liguster überwachsenen staketenzaun auf den eingang des treptower etablissement zu gott sei dank hier war alles wie gewünscht sämtliche tische leer die stühle umgekippt und auch von kellnern niemand da als sein freund mützel ein auf sich haltender mann von mitte der vierzig der schon in den vormittagsstunden einen beinahe fleckenlosen frack trug und die trinkgelder frage mit einer erstaunlichen übrigens von leopold der immer sehr splendid war nie herausgeforderten gentilezza behandelte sehen sie herr treibel so waren als das gespräch einmal in dieser richtung lief seine worte gewesen die meisten wollen nicht recht und streiten einem auch noch was ab besonders die damens aber viele sind auch wieder gut und manche sogar sehr gut und wissen dass man von einer zigarre nicht leben kann und die frau zu hause mit ihren drei kindern erst recht nicht und sehen sie herr treibel die geben und besonders die kleinen leute da war erst gestern wieder einer hier der schob mir aus versehen ein fünfzig pfennigstück zu weil er's für einen zehner hielt und als ich's ihm sagte nahm er's nicht wieder und sagte bloß das hat so sein sollen freund und kupferstecher mit unterfeldostern und pfingsten auf einen tag das war vor wochen gewesen dass mützel so zu leopold treibel gesprochen hatte beide standen überhaupt auf einem plauderfuß was aber für leopold noch angenehmer als diese plauderei war war dass er über dinge die sich von selbst verstanden gar nicht erst zu sprechen brauchte mützel wenn er den jungen treibel in das lokal eintreten und über den frisch geharkten kies hin auf seinen platz in unmittelbarer nähe des wassers zuschreiten sah salutierte bloß von fern und zog sich dann ohne weiteres in die küche zurück von der aus er nach drei minuten mit einem tablett auf dem eine tasse kaffee mit ein paar englischen biskuits und ein großes glas milch stand wieder unter den frontbäumen erschien das große glas milch war die hauptsache denn sanitätsrat lohmeier hätte noch nach der letzten auskultation zur kommerzienrätin gesagt meine gnädigste frau noch hat es nichts zu bedeuten aber man muss vorbeugen dazu sind wir da im übrigen ist unser wissen stückwerk also wenn ich bitten darf so wenig kaffee wie möglich und jeden morgen ein liter milch auch heute hatte bei leopolds erscheinen die sich täglich wiederholende begegnungsszene gespielt mützel war auf die küche zu verschwunden und tauchte jetzt den front des hauses wieder auf das tablett auf den fünf fingerspitzen seiner linken hand mit beinahe zirkushafter virtuosität balancieren guten morgen herr treibel schöner morgen heute morgen ja lieber mützel sehr schön aber ein bisschen frisch besonders hier am wasser mich schuddert ordentlich und ich bin schon auf und ab gegangen lassen sie sehen mützel ob der kaffee warm ist und ehe der so freundlich angesprochene das tablett auf den tisch setzen konnte hatte leopold die kleine tasse schon herabgenommen und sie mit einem zuge geleert brillant das tut einem alten menschen wohl und nun will ich die milch trinken mützel aber mit andacht und wenn ich damit fertig bin die milch ist immer ein bisschen labrig was aber kein tadel sein soll gute milch muss eigentlich immer ein bisschen labrig sein und wenn ich damit fertig bin bitte ich noch um eine kaffee freilich mützel ja herr treibel nun was ist sie machen ja ein ganz verlegenes gesicht mützel als ob ich was besonderes gesagt hätte ja herr treibel nun zum donnerwetter was ist denn los ja herr treibel als die frau mama vorgestern hier waren und der herr kommerzienrat auch und auch das gesellschaftsfräulein und sie herr leopold eben nach dem sperrl und dem karussell gegangen waren da hat mir die frau mama gesagt hören sie mützel ich weiß er kommt beinahe jeden morgen und ich mache sie verantwortlich eine tasse nie mehr sanitätsrat lohmeier der ja auch einmal ihre frau behandelt hat hat es mir im vertrauen aber doch mit allem ernste gesagt zwei sind gift so und hat meine mama vielleicht noch mehr gesagt die frau kommerzienratin sagten auch noch ihr schade soll es nicht sein mützel ich kann nicht sagen daß mein sohn ein passionierter mensch ist er ist ein guter mensch ein lieber mensch sie verzeihen herr treibel daß ich ihnen das alles was ihre frau mama gesagt hat hier so ganz simplement wiederhole aber er hat die kaffeepassion und das ist immer das schlimme daß die menschen gerade die passion haben die sie nicht haben sollen also mützel eine tasse mag gehen aber nicht zwei leopold hatte mit sehr geteilten empfindungen zugehört und nicht gewußt ob er lachen oder verdrießlich werden solle nun mützel denn also lassen wir's keine zweite und damit nahm er seinen platz wieder ein während sich mützel in seine wartestellung an der hausecke zurückzog da hab ich nun mein leben auf einen schlag sagte leopold als er wieder allein war ich hab mal von einem gehört der bei josti weil er so gewettet hatte zwölf tasten kaffee hintereinander trank und dann totum fiel aber was beweist das wenn ich zwölf käsestullen esse fall ich auch tot um alles verzwölffachte tötet einen menschen aber welcher vernünftige mensch verzwölffacht auch sein speis und trank von jedem vernünftigen menschen muss man annehmen dass er unsinnigkeiten unterlassen und seine gesundheit befragen und seinen körper nicht zerstören wird wenigstens für mich kann ich anstehen und die gute mama sollte wissen dass ich dieser kontrolle nicht bedarf und sollte mir diesen meinen freund mützel nicht so naiv zum hüter bestellen aber sie muss immer die fäden in der hand haben und sie muss alles bestimmen alles anordnen und wenn ich eine baumwollene jacke will so muss es eine wollene sein er machte sich nun an die milch und musste lächeln als er die lange stange mit dem schon niedergesunkenen milchschaum in die hand nahm mein eigentliches gedreck milch der frommen denkungsart würde papa sagen ach es ist zum ärgern alles zum ärgern bevormundung wohin ich sehe schlimmer als ob ich gestern meinen einsegnungstag gehabt hätte helene weiß alles besser otto weiß alles besser und nun gar erst die mama sie möchte mir am liebsten vorschreiben ob ich einen blauen oder grünen schlips und einen geraden oder schrägen scheitel tragen soll aber ich will mich nicht ärgern die holländer haben ein sprichwort ärgere dich nicht wundere dich bloß und auch das werde ich mir schließlich noch abgewöhnen er sprach noch so weiter in sich hinein abwechselnd die menschen und die verhältnisse verklagend bis er mit einem mal all seinen unmut gegen sich selber richtete torheit die menschen die verhältnisse das alles ist es nicht nein nein andere haben auch eine auf ihr hausregiment eifersüchtige mama und tun doch was sie wollen es liegt an mir das hat mir der gute nelson noch gestern abend zum abschied gesagt und er hat ganz recht da liegt es nirgend anders mir fehlte seine energie und mut und das aufbäumen hab ich nun schon gewiß nicht gelernt er blickte während er so sprach vor sich hin knipste mit seiner reitgärte kleine kiesstücke fort und malte buchstaben in den frisch gestreuten sand und als er nach einer weile wieder aufblickte sah er zahlreiche boote die vom strahlauer ufer herüber kamen und dazwischen einen mit großem segelfluß abwärts fahrenden spree kam wie sehnsüchtig richtete sich sein blick darauf ach ich muss aus diesem elenden zustande heraus und wenn es wahr ist dass einem die liebe mut und entschlossenheit gibt so muss noch alles gut werden und nicht bloß gut es muss mir auch leicht werden und mich geradezu zwingen und drängen den kampf aufzunehmen und ihnen allen zu zeigen und der mama voran dass sie mich denn doch verkannt und unterschätzt haben und wenn ich in unentschlossenheit zurückfalle was gott verhüte so wird sie mir die nötige kraft geben denn sie hat all das was mir fehlt und weiß alles und kann alles aber bin ich ihrer sicher da stehe ich wieder vor der hauptfrage mitunter ist es mir freilich als kümmere sie sich um mich und als spreche sie eigentlich nur zu mir wenn sie zu andern spricht so war es noch gestern abend wieder und ich sah auch wie marcell sich verfärbte weil er eifersüchtig war etwas anderes konnte es nicht sein und das alles er unterbrach sich weil eben jetzt die sich um ihn her sammelnden sperlinge mit jedem augenblick zudringlicher wurden einige kamen bis auf den tisch und mahnten ihn durch picken und dreistes ansehen daß er ihnen noch immer ihr frühstück schulde lächelnd zerbrach er ein biskuit und warf ihnen die stücke hin mit denen zunächst die sieger und alsbald auch ihnen folgend die andern in die lindenbäume zurückflogen aber kaum daß die störenfriede fort waren so waren für ihn auch die alten betrachtungen wieder da ja das mit marcell das darf ich mir zum guten deuten und manches andere auch noch aber es kann auch alles bloß spiel und laune gewesen sein corinna nimmt nichts ernsthaft und will eigentlich immer nur glänzen und die bewunderung oder das verwundertsein ihrer zuhörer auf sich ziehen und wenn ich mir diesen ihren charakter überlege so muss ich an die möglichkeit denken dass ich schließlich auch noch eingeschickt und ausgelacht werde das ist hart und doch muss ich es wagen wenn ich nur wen hätte dem ich mich anvertrauen könnte der mir riete leider habe ich niemanden keinen freund dafür hat mama auch gesorgt und muss ich mir ohne rat und beistand allerpersönlichst ein doppeltes ja holen erst bei corinna und wenn ich dies erste ja habe so habe ich noch lange nicht das zweite das sehe ich nur zu klar aber das zweite kann ich mir wenigstens erkämpfen und will es auch es gibt ihrer genug für die das alles eine kleinigkeit wäre für mich aber ist es schwer ich weiß ich bin kein held und das heldische lässt sich nicht lernen jeder nach seinen kräften sagte direktor hilgenhahn immer ach ich finde doch beinahe dass mir mehr aufgelegt wird als meine schultern tragen können ein mit personen besetzter dampfer kam in diesem augenblick den fluss herauf und fuhr ohne an dem wassersteg anzulegen auf den neuen krug und sadova zu musik war an bord und dazwischen wurden allerlei lieder gesungen als das schiff erst entsteg und bald auch die liebesinsel passiert hatte fuhr auch leopold aus seinen träumereien auf und sah nach der uhr blicken dass es höchste zeit sei wenn er noch pünktlich auf dem kontor eintreffen und sich eine reprimand oder was schlimmer eine spöttische bemerkung von seiten seines bruders otto ersparen sollte so schritt er denn unter freundlichem gruß an dem immer noch an seiner ecke stehenden mützell vorüber und auf die stelle zu wo der einarmige sein pferd hielt da fritz und nun hob er sich in den sattel machte den rückweg in einem guten trab und bog als er das tor und gleich danach die pionierkaserne wieder passiert hatte nach rechts hin in einen neben dem otto treibelschen holzhofe sich hinziehenden schmalen gang ein über dessen heckenzaun fortmann auf den vorgarten und die zwischen den bäumen gelegene villa saß bruder und schwester saßen noch beim frühstück leopold grüßte hinüber guten morgen otto guten morgen helene beide erwiderten den gruß lächelten aber weil sie diese tägliche reiterei ziemlich lächerlich fanden und gerade leopold was er sich eigentlich dabei denken mochte leopold selbst war inzwischen abgestiegen und gab das pferde einem an der hintertreppe der villa schon wartenden diener der es die köpenicker straße hinauf nach dem elterlichen fabrikhof und dem dazugehörigen stallgebäude führte sagte helene ende des achten kapitels theodor fontane frau jenny treibel eine woche war vergangen und über dem schmidtschen haus lag eine starke verstimmung grollte mit marcell weil er mit ihr grollte so wenigstens mußte sie sein ausbleiben deuten und die gute schmolke wiederum grollte mit corinna wegen ihres krollens auf marcell das tut nicht gut corinna so sein glück von sich zu stoßen glaube mir das glück wird ärgerlich wenn man es wegjagt und kommt dann nicht wieder marcell ist was man einen schatz nennt oder auch ein juwel marcell ist ganz so wie schmolke war so hieß es jeden abend nur schmidts selbst merkte nichts von der über seinem hause lagern und wolke studierte sich vielmehr immer tiefer in die goldmasken hinein und entschied sich in einem mit distelkamp immer heftiger geführten streite auf das bestimmteste hinsichtlich der einen für ägist sei doch immerhin sieben jahre lang klytemnestras gemahl gewesen außerdem mehr an verwandertes hauses und wenn er schmidts auch seinerseits zugeben müsse daß der mordegang memnon seinigermaßen gegen seine ägisthypothese spreche so sei doch andererseits nicht zu vergessen daß die ganze mordaffäre mehr oder weniger etwas internes also reine familienangelegenheit gewesen sei wodurch die nach außen hin auf volk und staat berechnete beisetzungs- und ceremonialfrage nicht eigentlich berührt werden könne schwieg und zog sich unter lächeln aus der debatte zurück auch bei den alten und jungen treibels herrschte eine gewisse schlechte laune vor war unzufrieden mit otto otto mit helenen und die mama wiederum mit beiden am unzufriedensten wenn auch nur mit sich selbst war leopold und nur der alte treibel merkte von der ihn umgebenden verstimmung herzlich wenig oder wollte nichts davon merken er freute sich vielmehr einer ungewöhnlich guten laune was dem so war hatte wie bei willibald schmidt darin seinen grund dass er all die zeit über sein steckenpferd tummeln und sich einiger schon erzielter triumph für rühmen durfte vogelsang war nämlich unmittelbar nach dem zu seinen und mr nelsons ehren stattgehabten diner in den für treibel zu erobernden wahlkreis abgegangen und zwar um hier in einer art vorkampagne die herzen und nieren der teubitz zossener und ihre mutmaßliche haltung in der entscheidenden stunde zu prüfen es muss gesagt werden dass er bei durchführung dieser seiner aufgabe nicht bloß eine bemerkenswerte tätigkeit entfaltet sondern auch beinahe täglich etliche telegramme geschickt hatte darin er über die resultate seines wahlfeldzuges je nach bedeutung der aktion länger oder kürzer berichtete daß diese telegramme mit denen des ehemaligen bernauer kriegskorrespondenten eine verzweifelte ähnlichkeit hatten war treibel nicht entgangen aber von diesem weil er schließlich nur auf das achtete was ihm persönlich gefiel ohne sonderliche beanstandung hingenommen worden in einem dieser telegramme hieß es alles geht gut bitte geld anweisung nach teubitz hin ihr v und dann die dörfer am schermützelsee sind unser gott sei dank überall dieselbe gesinnung wie am teubitzsee anweisung noch nicht eingetroffen bitte dringend ihr v morgen nach storkow dort muß es sich entscheiden anweisung inzwischen empfangen aber deck nur gerade das schon verausgabte montekukulis wort über kriegsführung gilt auch für wahlfeldzüge bitte weiteres nach großrieds hin ihr v treibel in geschmeichelter eitelkeit betrachtete hier nach den wahlkreis als für ihn gesichert und in dem becher seiner freude fiel eigentlich nur ein wermutstropfen er wußte wie kritisch ablehnend jenny zu dieser sache stand und sah sich dadurch gezwungen sein glück allein zu genießen friedrich überhaupt sein vertrauter war ihm auch jetzt wieder unter larven die einzig fühlende brust ein zitat das er nicht müde wurde sich zu wiederholen aber eine gewisse lehre blieb doch auffallend war ihm außerdem daß die berliner zeitungen gar nichts brachten und zwar war ihm dies um so auffallender als von scharfer gegnerschaft allen vogelsangschen berichten nach eigentlich keine rede sein konnte die konservativen und nationalliberalen und vielleicht auch ein paar parlamentarier von fach mochten gegen ihn sein aber was bedeutete das nach einer ungefähren schätzung die vogelsang angestellt und in einem eingeschriebenen briefe nach villa treibel hin adressiert hatte besaß der ganze kreis nur sieben nationalliberale drei oberlehrer einen kreisrichter einen rationalistischen superintendenten und zwei studierte bauer gutsbesitzer während die zahl der orthodox konservativen noch hinter diesem bescheidenen häuflein zurückbliebe ernstzunehmende gegnerschaft wakat so schloß vogelsangs brief und wakat war unterstrichen das klang hoffnungsreich genug ließ aber inmitten aufrichtiger freude doch einen rest von unruhe fortbestehen und als eine runde woche seit vogelsangs abreise vergangen war brach denn auch wirklich der große tag an der die berechtigung der instinktiv immer wieder sich einstellenden ängstlichkeit und sorge dartun sollte nicht unmittelbar nicht gleich im ersten moment aber die frist war nur eine nach minuten ganz kurz bemessene treibel saß in seinem zimmer und frühstückte jenny hatte sich mit kopfweh und einem schweren traum entschuldigen lassen sollte sie wieder von vogelsang geträumt haben er ahnte nicht daß dieser spott sich in derselben stunde noch an ihm rächen würde friedrich brachte die postsachen unter denen diesmal wenig karten und briefe dafür desto mehr zeitungen unter kreuzband waren einige soviel sich äußerlich erkennen ließ mit merkwürdigen emblemen und stadtwappen ausgerüstet all dies zunächst nur vermutung sollte sich bei schärferem zusehen rasch bestätigen und als treibel die kreuzbänder entfernt und das weiche löschpapier über den tisch ausgebreitet hatte las er mit einer gewissen heitern andacht der wächter an der wendischen spree weherlos ehrlos altid vorupp und der storkower boote zwei davon waren cis zwei trans spreeanischen ursprungs treibel sonst ein feind alles überstürzten lesens weil er von jedem blinden eifer nur unheil erwartete machte sich diesmal mit bemerkenswerter raschheit über die blätter und überflog die blau angestrichenen stellen leutnant vogelsang so hieß es in jedem in wörtlicher wiederholung ein mann der schon anno 48 gegen die revolution gestanden und der hydra das haupt zertreten hätte sich an drei hintereinander folgenden tagen dem kreise vorgestellt nicht um seiner selbst sondern um seines politischen freundes des kommerzienrats treibel willen der später den kreis besuchen und bei gelegenheit die von leutnant vogelsang ausgesprochenen grundsätze wiederholen werde was soviel lasse sich schon heute sagen als die wärmste empfehlung des eigentlichen kandidaten anzusehen sei denn das vogelsang'sche programm laufe darauf hinaus dass zu viel und namentlich unter zu starker wahrnehmung persönlicher interessen regiert werde das also dem gemäß alle kostspieligen zwischenstufen fallen müssten was wiederum gleichbedeutend sei mit herabsetzung der steuern und das von den gegenwärtigen zum teil unverständlichen kompliziertheiten nichts übrig bleiben dürfe als ein freier fürst und ein freies volk damit seien freilich zwei dreh oder mittelpunkte gegeben aber nicht zum schaden der sache denn wer die tiefe des lebens ergründet oder ihr auch nur nachgespürt habe der wisse daß die sache mit dem einfachen mittelpunkt der vermeide mit vorbedacht das wort zentrum falsch sei und daß sich das leben nicht im kreise wohl aber in der ellipse bewege weshalb zwei drehpunkte das natürlich gegebene seien nicht übel sagte treibel als er gelesen nicht übel es hat so was logisches ein bißchen verrückt aber doch logisch das einzige was mich stutzig macht ist daß alles klingt als ob es vogelsang selbst geschrieben hätte die zertretene hydra die herabgesetzten steuern das gräßliche wortspiel mit dem zentrum und zuletzt der unsinn mit dem kreis und der ellipse das alles ist vogelsang und der einsender an die vier spreeblätter ist natürlich wiederum vogelsang ich kenne meinen pappenheimer und dabei schob treibel den wächter an der wendischen spree samt dem ganzen rest vom tisch auf das sofa hinunter und nahm eine halbe nationalzeitung zur hand die gleichfalls mit den andern blättern unter kreuzband eingegangen war aber der handschrift und ganzen adresse nach von niemand anderem als vogelsang aufgegeben sein mußte früher war der kommerzienrat abonnent und eifriger leser der nationalzeitung gewesen und es kamen ihm auch jetzt noch tagtäglich viertelstunden in denen er den wechsel in seiner lektüre bedauerte nun lass sehen sagte er schließlich und ging das blatt aufschlagen mit lesegewandtem augen die drei spalten hinunter und richtig da war es parlamentarische nachrichten aus dem kreise teubitz zossen als er den kopftitel gelesen unterbrach er sich ich weiß nicht es klingt so sonderbar und doch auch wieder wie soll es am ende anders klingen es ist der natürlichste anfang von der welt also nur vorwärts und so las er denn weiter seit drei tagen haben in unserem stillen und durch politische kämpfe sonst wenig gestörten kreise die wahlvorbereitungen begonnen und zwar seitens einer partei die sich augenscheinlich vorgesetzt hat das was ihr an historischer kenntnis und politischer erfahrung ja man darf füglich sagen an gesundem menschenstande fehlt durch fixigkeit zu ersetzen eben diese partei die sonst nichts weiß und kennt kennt augenscheinlich das märchen vom swinegel und sinner fru und scheint gewillt an dem tage wo der wettbewerb mit den wirklichen parteien zu beginnen hat eine jede derselben mit dem aus jenem märchen wohlbekannten swinegel zurufe ich bin all hier empfangen zu wollen nur so vermögen wir uns dies über frühe zur stelle sein erklären alle plätze scheinen wie bei theaterpremieren von leutnant vogelsang und den seinen im voraus belegt werden zu sollen aber man wird sich täuschen es fehlt dieser partei nicht an stirn wohl aber dem was noch mit dazu gehört der kasten ist da nicht der inhalt alle wetter sagte treibel der setzt scharf ein was davon auf mein teil komm ist mir nicht eben angenehm aber dem vogelsang gönn ich es etwas ist in seinem programm das blendet und damit hat er mich eingefangen in jessen je mehr ich mirs ansehe desto fraglicher erscheint es mir unter diesen knickstiebeln die sich einbilden schon vor vierzig jahren die hydra zertreten zu haben sind immer etliche zirkel quadratur und perpetuum mobile sucher immer solche die das unmögliche das in sich widersprechende zustande bringen wollen vogelsang gehört dazu vielleicht ist es auch bloß geschäft wenn ich mir zusammenrechne was ich in diesen acht tagen aber ich bin erst bis an den ersten absatz der korrespondenz gekommen die zweite hälfte wird ihm wohl noch schärfer zu leibe gehen oder vielleicht auch mir und streibel das weiter es ist kaum möglich den herrn der uns gestern und vorgestern seiner in unserem kreise voraufgegangenen taten zu geschweigen zunächst die markgraf pieske dann aber in storko und großriest beglückt hat ernsthaft zu nehmen und zwar um so weniger je ernsthafter das gesicht ist das er macht er gehört in die klasse der feierlichen narren deren zahl leider größer ist als man gewöhnlich annimmt wenn sein galli matthias noch keinen namen hat so könnte man ihn das lied vom dreigestrichenen c nennen denn kabinet kurbrandenburg und kantonale freiheit das sind die drei großen c womit dieser kurpfuscher die welt oder doch wenigstens den preußischen staat retten will eine gewisse methode lässt sich darin nicht verkennen in dessen methode hat auch der wahnsinn leutnant vogelsangs sang hat uns aufs äußerste missfallen alles in seinem programm ist gemeingefährlich aber was wir am meisten beklagen ist das dass er nicht für sich und in seinem namen sprach sondern im namen eines unserer geachtetsten berliner industriellen des kommerzienrats treibel berliner blaufabrik köpniger straße von dem wir uns eines besseren versehen hätten ein neuer beweis dafür daß man ein guter mensch und doch ein schlechter musikant sein kann und desgleichen ein beweis wohin der politische dilettantismus führt treibel klappte das blatt wieder zusammen schlug mit der hand darauf und sagte nun soviel ist gewiß in teubitz zossen ist das nicht geschrieben das ist telsgeschoß das kommt aus nächster nähe das ist von dem nationalliberalen oberlehrer der uns neulich bei buckenhagen nicht bloß opposition machte sondern uns zu verhöhlen suchte rang aber nicht durch alles in allem ich mag ihm nicht unrecht geben und jedenfalls gefällt er mir besser als vogelsang außerdem sind sie jetzt bei der nationalzeitung halbe hofpartei gehe mit den freikonservativen zusammen es war eine dummheit von mir mindestens eine übereilung das ich abschwenkte wenn ich gewartet hätte könnte ich jetzt in viel besserer gesellschaft auf seiten der regierung stehen stattdessen bin ich auf den dummen kerl und prinzipien reiter eingeschworen ich werde mich aber aus der ganzen geschichte herausziehen und zwar für immer der gebrannte scheut so das feuer eigentlich könnt ich mich noch beglückwünschen so mit tausend mark oder doch nicht viel mehr davon gekommen zu sein wenn nur nicht mein name genannt wäre mein name das ist fatal und dabei schlug er das blatt wieder auf ich will die stelle noch einmal lesen einer unserer geachtetsten berliner industriellen der kommerzienrat treibel ja das lass ich mir gefallen das klingt gut und nun lächerliche figur von vogelsangs gnade unter diesen worten stand er auf um sich draußen im garten zu ergehen und in der frischen luft seinen ärger nach möglichkeit loszuwerden es schien aber nicht recht glücken zu wollen denn im selben augenblick wo er um den gibbel des hauses herum in den hintergarten einbog sah er die honig die wie jeden morgen so auch heute wieder das bologneserhündchen um das bassin führte treibel prallte zurück denn nach einer unterhaltung mit dem aufgesteiften fräulein stand ihm durchaus nicht der sinn er war aber schon gesehen und begrüßt worden und da große höflichkeit und mehr noch große herzensgüte zu seinen tugenden zählte so gab er sich einen ruck und ging guten mutes auf die honig zu zu deren kenntnissen und urteilen er übrigens ein aufrichtiges vertrauen hegte sehr erfreut mein liebes fräulein sie mal allein und zu guter stunde zu treffen ich habe seit lange so dies und das auf dem herzen mit dem ich gern herunter möchte die honig errötete weil sie trotz des guten rufes dessen sich treibel erfreute doch von einem ängstlich süßen gefühl überrieselt wurde dessen äußerste nichtberechtigung ihr freilich im nächsten moment schon in beinah grausamer weise klar werden sollte mich beschäftigt nämlich meiner lieben kleinen enkel in erziehung an der ich denn doch das hamburgische sich in einem grade vollstrecken sehe ich wähle diesen schaffort ausdruck absichtlich der mich von meinem einfacheren berliner standpunkt aus mit einiger sorge erfüllt das bologneser hündchen das tschika hieß zog in diesem augenblick an der schnur und schien einem perlhuhn nachlaufen zu wollen das sich vom hofe her in den garten verirrt hatte die honig aber verstand keinen spaß und gab dem hündchen einen klaps tschika seinerseits tat einen laff und warf den kopf hin und her so daß die seinem röckchen eigentlich bloß eine leibbinde dicht aufgenähten glöckchen in ein klingen kamen dann aber beruhigte sich das tierchen wieder und die promenade um das bassin herum begann aufs neue sehen sie fräulein honig so wird auch das lizzichen erzogen immer an einer strippe die die mutter in händen hält und wenn mal ein perlhuhn kommt und das lizzichen fort will dann gibt's auch einen klaps aber einen ganz ganz kleinen und der unterschied ist bloß das lizzichen keinen bluff tut und nicht den kopf wirft und natürlich auch kein schellengeläut hat das ins klingen kommen kann lizzichen ist ein engel sagte die honig die während einer sechzehnjährigen erzieherinnen laufbahn vorsicht in ausdruck gelernt hatte glauben sie das wirklich ich glaube es wirklich herr kommerzienrat vorausgesetzt daß wir uns über engel einigen sehr gut fräulein honig das kommt mir zu spaß ich wollte nur über lizi mit ihnen sprechen und höre nun auch noch was über engel im ganzen genommen ist die gelegenheit sich über engel ein festes urteil zu bilden nicht groß nun sagen sie was verstehen sie unter engel aber kommen sie mir nicht mit flügel die honig lächelte nein herr kommerzienrat nichts von flügel aber ich möchte noch sagen dürfen unberührtheit vom irdischen das ist ein engel das lässt sich hören unberührtheit vom irdischen nicht übel ja noch mehr ich will es ohne weiteres gelten lassen und will es schön finden und wenn otto und meine schwiegertochter helene sich klar und zielbewusst vorsetzen würden eine richtige kleine genoveva auszubilden oder eine kleine keusche susanna pardon ich kann im augenblick kein besseres beispiel finden oder wenn alles ganz ernsthaft darauf hinaus liefe sagen wir für irgendeinen thüringer landgrafen oder meinetwegen auch für ein geringeres geschöpf gottes einen abklatsch der heiligen elisabeth herzustellen so hätte ich nichts dagegen ich halte die lösung solcher aufgabe für sehr schwierig aber nicht für unmöglich und wie so schön gesagt worden ist und immer noch gesagt wird solche dinge auch bloß gewollt zu haben ist schon etwas großes die honig nickte weil sie der eigenen nach dieser seite hinliegenden anstrengungen gedenken mochte sie stimmen mir zu fuhr treibel fort nun das freut mich und ich denke wir sollen auch in dem zweiten einig bleiben sehen sie liebes fräulein ich begreife vollkommen trotzdem es meinem persönlichen geschmack widerspricht dass eine mutter ihr kind auf einen richtigen engel hin erzieht man kann nie ganz genau wissen wie diese dinge liegen und wenn es zum letzten kommt so ganz zweifelsohne vor seinem richter zu stehen wer sollte sich das nicht wünschen ich möchte beinahe sagen ich wünsche es mir selber aber mein liebes fräulein engel und engel ist ein unterschied und wenn der engel weiter nichts ist als ein waschengel und die fleckenlosigkeit der seele nach dem seifenkonsum berechnet und die ganze reinheit des werdenden menschen auf die weisheit seiner strümpfe gestellt wird so erfüllt mich dies mit einem leisen grauen und wenn es nun gar das eigene enkelkind ist dessen flachsene haare sie werden auch bemerkt haben vor lauter pflege schon ins kakerlacki gefallen so wird einem alten großvater himmel angst dabei könnten sie sich nicht hinter die wulsten stecken die wulsten ist eine verständige person und bäumt glaube ich innerlich gegen diese hamburgereien auf ich würde mich freuen wenn sie gelegenheit nehmen in diesem augenblicke wurde chicka wieder unruhig und blaffte lauter als zuvor treibel der sich in auseinandersetzungen derart nicht gern unterbrochen sah wollte verdrießlich werden aber ehe er noch recht dazu kommen konnte wurden drei junge damen von der villa her sichtbar zwei von ihnen ganz gleichartig in bastfarbene sommerstoffe gekleidet es waren die beiden felgentreus denen helene folgte gott sei dank helene sagte treibel der sich vielleicht weil er ein schlechtes gewissen hatte zunächst an die schwiegertochter wandte gott sei dank daß ich dich wieder einmal sehe du warst eben der gegenstand unseres gesprächs oder mehr noch dein liebes lizzichen und fräulein honig stellte fest dass lizzichen ein engel sei du kannst dir denken daß ich nicht widersprochen habe wer ist nicht gern großvater eines engels aber meine damen was verschafft mir so früh diese ehre oder gilt es meiner frau sie hat migräne soll ich sie rufen lassen oh nein papa sagte helene mit einer freundlichkeit die nicht immer ihre sache war wir kommen zu dir felgentreus habe nämlich vor heute nachmittag eine partie nach halensee zu machen aber nur wenn alle treibels von otto und mir ganz abgesehen daran teilnehmen die felgentreuschen schwestern bestätigten dies alles durch schwenken ihrer sonnenschirme während helene fortfuhr und nicht später als drei wir müssen also versuchen unserem lunch einen kleinen dinnercharakter zu geben oder aber unser dinner bis auf acht abends hinaus zu schieben elfriede und blanca wollen noch in die adlerstraße um auch schmitz aufzufordern zumindest Corinna der professor kommt dann vielleicht nach krola hat schon zugesagt und will ein quartett mitbringen darunter zwei referendare von der potsdamer regierung und reserveoffiziere ergänzte blanca die jüngere felgen treu reserveoffiziere wiederholte treibel ernsthaft ja meine damen das gibt den ausschlag ich glaube nicht daß ein hier landeslebender familienvater auch wenn ihm ein grausames schicksaleigene töchter versagte den mut haben wird eine landpartie mit zwei reserveleutnants auszuschlagen also bestens akzeptiert um drei uhr meine frau wird zwar verstimmt sein daß über ihr haupt hinweg endgültige beschlüsse gefasst worden sind und ich fürchte beinahe ein momentanes wachsendes dick douloureux trotzdem bin ich ihrer sicher landpartie mit quartett und von solcher gesellschaftlicher zusammensetzung die freude darüber bleibt prädominierendes gefühl dem ist keine migräne gewachsen darf ich ihnen übrigens meine melonenbeete zeigen oder nehmen wir lieber einen kleinen imbiss ganz leicht ohne jede gefährdung des lunch alle drei dankten die felgen treu weil sie sich direkt zu corinna begeben wollten helene weil sie lizis halber wieder nach hause musste die wohlsten sei nicht achtsam genug und lasse dinge durchgehen von denen sie nur sagen könne daß sie shocking seien zum glück sei lizzichen ein so gutes kind sonst würde sie sich ernstlicher sorge darüber hingeben müssen lizzichen ist ein engel die ganze mutter sagte treibel und wechselte während er das sagte blicke mit der honig welche die ganze zeit in einer gewissen reservierten haltung seit abgestanden hatte ende des neunten kapitels theodor fontane frau jenny treibel diese librivox aufnahme ist in der public domain zehntes kapitel auch schmitz hatten zugesagt corinna mit besonderer freudigkeit weil sie sich seit dem dinertage bei treibels in ihrer häuslichen einsamkeit herzlich gelangweilt hatte die großen sätze des alten kannte sie längst auswendig und von den erzählungen der guten schmolke galt dasselbe so klang denn ein nachmittag in halensee fast so poetisch wie vier wochen auf capri und corinna beschloß daraufhin ihr bestes zu tun um sich bei dieser gelegenheit auch äußerlich neben den felgentreus behaupten zu können denn in ihrer seele dämmerte eine unklare vorstellung davon daß diese landpartie nicht gewöhnlich verlaufen sondern etwas großes bringen werde marcell war zur teilnahme nicht aufgefordert worden womit seine cousine nach der eine ganze woche lang von ihm beobachteten haltung durchaus einverstanden war alles versprach einen frohen tag besonders auch mit rücksicht auf die zusammensetzung der gesellschaft unter dem was man im voraus vereinbart hatte war nach verwerfung eines von treibel in vorschlag gebrachten kremsers der eigentlich immer das eigentliche sei das die hauptsache gewesen daß man auf gemeinschaftliche fahrt verzichten dafür aber männlich sich verpflichten wolle punkt vier uhr und jedenfalls nicht mit überschreitung des akademischen viertels in halensee zu sein und wirklich um vier uhr war alles versammelt oder doch fast alles alte und junge treibels desgleichen die felgentreus hatten sich in eigenen equipagen eingefunden während krola von seinem quartett begleitet aus nicht aufgeklärten gründen die neue dampfbahn corinna aber mutter windelein der alte wollte nachkommen die stadtbahn benutzt hatte von den treibels fehlte nur leopold der sich weil er durchaus an mr nelson schreiben müsse wegen einer halben stunde verspätung im voraus entschuldigen ließ corinna war momentan verstimmt darüber bis ihr der gedanke kam es sei wohl eigentlich besser so kurze begegnungen seien inhaltreicher als lange nun lieben freunde nahm treibel das wort alles nach der ordnung erste frage wo bringen wir uns unter wir haben verschiedenes zur wahl bleiben wir parterre zwischen diesen formidablen tischreihen oder rücken wir auf die benachbarte veranda hinauf die sie wenn sie gewicht darauf legen auch als altan oder als söller bezeichnen können oder bevorzugen sie vielleicht die verschwiegenheit der inneren gemächer irgend einer kemenate von halensee oder endlich viertens und letztens sind sie für turmbesteigung und treibt es sie diese wunderwelt in der keines menschen auge bisher einen frischen grashalm entdecken konnte treibt es sie sag ich dieses von spargelbeeten und eisenbahndämmen durchsetzte wüsten panorama zu ihren füßen ausgebreitet zu sehen ich denke sagte frau felgentreu die trotzdem sie kaum ausgang vierzig war schon das en bon point und das ast meiner sechzigerin hatte ich denke lieber treibel wir bleiben wo wir sind ich bin nicht für steigen und dann meine ich auch immer man muss mit dem zufrieden sein das man gerade hat eine merkwürdig bescheidene frau sagte corinna zu krola der seinerseits mit einfacher zahlennennung antwortete leise hinzusetzend aber taler gut denn fuhr treibel fort wir bleiben also in der tiefe wozu dem höheren zustreben man muß zufrieden sein mit dem durch schicksalsbeschluß gegebenen wie meine freundin felgentreu soeben versichert hat mit andern worten genieße fröhlich was du hast aber liebe festgenossen was tun wir um unsere fröhlichkeit zu beleben oder richtiger und artiger um ihr dauer zu geben denn von belebung unserer fröhlichkeit sprechen hieße das augenblickliche vorhandensein derselben in zweifel ziehen eine blasphemie deren ich mich nicht schuldig machen werde landpartien sind immer fröhlich nicht wahr krola bestätigte mit einem verschmitzten lächeln daß für den eingeweihten eine stille sehnsucht nach siechen oder dem schweren wagner ausdrücken sollte treibel verstand es auch so landpartien sind also immer fröhlich und dann haben wir das quartett in bereitschaft und haben professor schmidt in sicht und leobold auch ich finde daß dies allein schon ein programm ausdrückt und nach diesen einleitungsworten einen in der nähe stehenden mittelalterlichen kellner heranwinkend fuhr er in einer anscheinend an diesen in wahrheit aber an seine freunde gerichteten rede fort ich denke kellner wir rücken zunächst einige tische zusammen hier zwischen brunnen und fliederboskett da haben wir frische luft und etwas schatten und dann freund sobald die lokalfrage geregelt und das aktionsfeld abgesteckt ist dann etwelche portionen kaffee sagen wir vorläufe fünf zucker doppelt und etwas kuchiges gleichviel was mit ausnahme von altdeutschem napfkuchen der mir immer eine mahnung ist es mit dem neuen deutschland ernst und ehrlich zu versuchen die bierfrage können wir später regeln wenn unser zuzug eingetroffen ist dieser zuzug war nun in der tat näher als die ganze gesellschaft zu hoffen gewagt hatte schmidt in einer ihn begleitenden wolke herankommend war müllergrau von chausseestaub und mußte es sich gefallen lassen von den jungen dabei nicht wenig kokettierenden damen abgeklopft zu werden und kaum daß er instand gesetzt und in den kreis der übrigen eingereiht war so ward auch schon leopold in einer langsam herantrottenden roschke sichtbar und beide felgentreus corinna hielt sich zurück liefen auch ihm bis auf die schofsee hinaus entgegen und schwenkten dieselben kleinen battisttücher zu seiner begrüßung mit denen sie eben den alten schmidt restituiert und wieder leidlich gesellschaft fähig gemacht hatten auch treibel hatte sich erhoben und sah der auffahrt seines jüngsten zu sonderbar sagte er zu schmidt und felgentreu zwischen denen er saß sonderbar es heißt immer der apfel fällt nicht weit vom stamm aber mitunter tut er's doch alle naturgesetze schwanken heutzutage die wissenschaft setzt ihnen zu arg zu sehen sie schmidt wenn ich leopold treibel wäre mit meinem vater war das etwas anderes der war noch aus der alten zeit so hätte mich doch kein täubel davon abgehalten so hier heute hoch zu und hätte mich graziös denn schmidt wir haben doch auch unsere zeit gehabt hätte mich graziös sag ich aus dem sattel geschwungen und mir mit der badine die stiefel und die unaussprechlichen abgeklopft und wäre hier schlecht gerechnet wie ein junger gott erschienen mit einer roten nelke im knopfloch ganz wie ehrenlegion oder ähnlicher unsinn und nun sehen sie sich den jungen an kommt er nicht an als ob er hingerichtet werden sollte denn das ist ja gar keine droschke das ist ein karren eine schleife weiß der himmel wo's nicht drin steckt da kommt es auch nicht unter diesen worten war leopold herangekommen untergefaßt von den beiden felgentreus die sich vorgesetzt zu haben schienen für das land partiliche zu sorgen corinna wie sich denken läßt gefiel sich in mißbilligung dieser vertraulichkeit und sagte vor sich hin dumme dinger dann aber erhob auch sie sich um leopold gemeinschaftlich mit den andern zu begrüßen die droschke draußen hielt noch immer was dem alten treibel schließlich auffiel sage leopold warum hält er noch rechnet er auf rückfahrt ich glaube papa daß er futtern will wohl und weise freilich mit seinem häckelsack wird er nicht weit kommen wir müssen energischere belebungsmittel angewandt werden sonst passiert was bitte kellner geben sie dem schimmel ein seidel aber löwenbräu dessen ist er am bedürftigsten ich wette sagte krola der kranke wird von ihrer arznei nichts wissen wollen ich verbürge mich für das gegenteil in dem schimmel steckt was bloß heruntergekommen und während das gespräch noch andauerte folgte man dem vorgange draußen und sah wie das arme verschmachtete tier mit gier das seidel austrank und in ein schwaches freudengewierr ausbrach da haben wir's triumphierte treibel ich bin ein menschenkenner der hat bessere tage gesehen und mit diesem seidel zogen alte zeiten in ihm herauf und erinnerungen sind immer das beste nicht die kommerzienrätin antwortete mit einem lang gedehnten ja treibel und deutete durch den ton an daß er besser täte sie mit solchen betrachtungen zu verschonen eine stunde verging unter allerhand plaudereien und wer gerade schwieg der versäumte nicht das bild auf sich wirken zu lassen das sich um ihn her ausbreitete da stieg zunächst eine terrasse nach dem see hinunter von dessen anderem ufer her man den schwachen knall einiger täschings hörte mit denen in einer dort etablierten schießbude nach der scheibe geschossen wurde während man aus verhältnismäßiger nähe das kugelrollen einer am diesseitigen ufer sich hinziehenden doppelkegelbahn und dazwischen die rufe des kegeljungen vernahm den see selbst aber sah man nicht recht was die felgenträuschenmädchen zuletzt ungeduldig machte wir müssen doch den see sehen wir können doch nicht den halensee gewesen sein ohne den halensee gesehen zu haben und dabei schoben sie zwei stühle mit den lehnen zusammen und kletterten hinauf um so den wasserspiegel vielleicht entdecken zu können ach da ist er etwas klein das auge der landschaft muß klein sein sagte treibel ein ozean ist kein auge mehr und wo nur die schwäne sind fragte die ältere felgentreu neugierig ich sehe doch zwei schwanenhäuser ja liebe elfriede sagte treibel sie verlangen zu viel das ist immer so wo schwäne sind sind keine schwäne und wo schwäne sind sind keine schwäne der eine hat den beutel der andere das geld diese wahrnehmung meine junge freundin werden sie noch verschiedentlich im leben machen lassen sie mich annehmen nicht zu sehr zu ihrem schaden elfriede sah ihn groß an worauf bezog sich das und auf wem auf leopold oder auf den früheren hauslehrer mit dem sie sich noch schrieb aber doch nur so daß es nicht völlig anschlief oder auf den pionierleutnant es konnte sich auf alle drei beziehen leopold hätte das geld hm im übrigen fuhr treibel an die gesamtheit gewendet fort ich habe mal wo gelesen daß es immer das geratenste sei das schönste nicht auszukosten sondern mitten im genusse dem genuß valet zu sagen und dieser gedanke kommt mir auch jetzt wieder es ist kein zweifel daß dieser fleck erde mit zu dem schönsten zählt was die norddeutsche tiefebene besitzt durchaus angetan durch sang und bild verherrlicht zu werden wenn es nicht schon geschehen ist denn wir haben jetzt eine märkische schule vor der nichts sicher ist beleuchtungskünstler ersten ranges wobei wort oder farbe keinen unterschied macht aber eben weil es so schön ist gedenken wir jenes vorzitierten satzes der von einem letzten auskosten nichts wissen will mit andern worten beschäftigen wir uns mit dem gedanken an aufbruch ich sage wohl überlegt aufbruch nicht rückkehr nicht vorzeitige rückfahrt in die alte geleise das sei ferne von mir dieser tag hat sein letztes wort noch nicht gesprochen nur einscheiden speziell aus diesem idyll ehe es uns ganz umstrickt ich proponiere waldpromenade bis paulshorn oder wenn dies zu kühn erscheinen sollte bis hundekehle die prosa des namens wird ausgeglichen durch die poesie der größeren nähe vielleicht daß ich mir den besonderen dank meiner freundin felgentreu durch diese modifikation verdiene frau felgentreu der nichts ärgerlicher war als anspielungen auf ihre wohlbeleibtheit und kurzatmigkeit begnügte sich ihrem freunde treibel den rücken zu kehren dank vom hause österreich aber es ist immer so der gerechte muß viel leiden ich werde mich auf einem verschwiegenen waldwege bemühen ihrem schönen unmut die spitze abzubrechen darf ich um ihren arm bitten liebe freundin und alles erhob sich um in gruben zu zweien und dreien die terrasse hinabzusteigen und zu beiden seiten des sees auf den schon im halben dämmer liegenden grunewald zuzuschreiten die hauptkolonne hielt sich links sie bestand unter vorantritts des felgentreuschen ehepaares treibel hatte sich von seiner freundin wieder frei gemacht aus dem krolaschen quartett in das sich elfriede und blanca felgentreu derart eingereiht hatten daß sie zwischen den beiden referendarien und zwei jungen kaufleuten gingen einer der jungen kaufleute war ein berühmter jodler und trug auch den entsprechenden hut dann kamen otto und helene während treibel und krola abschlossen es geht doch nichts über eine richtige ehe sagte krola zu treibel und wies auf das junge paar vor ihnen sie müssen sich doch aufrichtig freuen kommerzienrat wenn sie ihren ältesten so glücklich und so zärtlich neben dieser hübschen und immer blink und blanken frau einherschweiten sehen schon oben saßen sie dicht beisammen und nun gehen sie arm in arm ich glaube beinahe sie drücken sich leise mir ein sicherer beweis daß sie sich vormittags gezankt haben otto der arme kerl muss nun reu geld zahlen ach treibel sie sind ein ewiger spötter ihnen kann es kein recht machen und am wenigsten die kinder glücklicherweise sagen sie das so hin ohne recht daran zu glauben mit einer dame die so gut erzogen wurde kann man sich überhaupt nicht zanken in diesem augenblick hörte man den jodler einige juchzer ausstoßen so tirolerhaft echt daß sich das echo der pichelsberge nicht veranlasst sah darauf zu antworten das ist der junge metzner er hat eine merkwürdig gute stimme wenigstens für einen dilettanten und hält eigentlich das quartett zusammen aber so wie er eine frische brise luft wittert ist es mit ihm vorbei dann faßt ihn das schicksal mit rasender gewalt und er muß jodeln aber wir wollen von den kindern nicht so abkommen sie werden wir doch nicht weismachen wollen war neugierig und hörte gern intimitäten sie werden wir doch nicht weismachen wollen daß die beiden davor uns in einer unglücklichen ehe leben was das zanken angeht so kann ich nur wiederholen hamburgerinnen stehen auf einer bildungsstufe die den zank aufschließt wiegte den kopf ja sehen sie krola sie sind nun ein so gescheiter kerl und kennen die weiber ja wie soll ich sagen sie kennen sie wie sie nur ein tenor kennen kann denn ein tenor geht doch weit über n leutnant und doch offenbaren sie hier in dem speziell ehelichen was noch wieder ein gebiet für sich ist ein furchtbares manchemin und warum weil sie's in ihrer eigenen ehe gleichviel nun ob durch ihr oder ihrer frau vor dienst ausnahmsweise gut getroffen haben natürlich wie ihr fall beweist kommt auch das vor aber die folge davon ist einfach die daß sie auch das beste hat seine kehrseite daß sie sag ich kein richtiger ehemann sind daß sie keine volle kenntnis von der sache haben sie kennen den ausnahmefall aber nicht die regel über ehe kann nur sprechen wer sie durchgefochten hat nur der veteran der auf wunden male zeigt wie heißt es doch nach frankreich zogen zwei grenadier die ließen die köpfe hangen da haben sie's ach das sind redensarten treibel und die schlimmsten ehen sind die lieber krola wo furchtbar gebildet gestritten wird wo wenn sie mir den ausdruck gestatten wollen eine kriegsführung mit sammethandschuhen stattfindet oder richtiger noch wo man sich wie beim römischen karneval konfetti ins gesicht werft es sieht hübsch aus aber verwundet doch und in dieser kunst anscheinend gefälligen konfetti werfens ist meine schwiegertochter eine meisterin ich wette daß mein armer otto schon oft bei sich gedacht hat wenn sie dich doch kratzte wenn sie doch mal außer sich wäre wenn sie doch mal sagte scheusal oder lügner oder elender verführer aber treibel das kann sie doch nicht sagen das wäre ja unsinn otto ist ja doch kein verführer also auch kein scheusal ach krola darauf kommt es ja gar nicht an worauf es ankommt sie muß sich dergleichen wenigstens denken können sie muß eine eifersüchtige regung haben und in solchen momente muß es afrikanisch aus ihr los brechen aber alles was helene hat hat höchstens die temperatur der uhlenhorst sie hat nichts als einen unerschütterlichen glauben an tugend und winzersäub nun meinetwegen aber wenn es so ist wo kommt dann der zank her der kommt doch er tritt nur anders auf anders aber nicht besser kein donnerwater nur kleine worte mit dem giftgehalt eines halben mückenstichs oder aber schweigen stummheit muffeln das innere düppel der ehe während nach außen hin das gesicht keine falte schlägt das sind so die formen und ich fürchte die ganze zärtlichkeit die wir da vor uns wandeln sehen und die sich augenscheinlich sehr einseitig gibt ist nichts als ein bucetun otto treibel im schloßhof zu und mit schnee unter den füßen sehen sie nun den armen kerl er biegt den kopf in einem fort nach rechts und helene rührt sich nicht und kommt aus der geraden hamburgerlinie nicht heraus aber jetzt müssen wir schweigen ihr quartet hebt an was ist es denn es ist das bekannte ich weiß nicht was soll es bedeuten ah das ist recht eine jederzeit wohl aufzuwerfende frage besonders auf landpartien rechts um den see hin gingen nur zwei paare vorauf der alte schmidt und seine jugendfreundin jenny und in einiger entfernung hinter ihnen leopold und corinna schmidt hatte seiner dame den arm gereicht und zugleich gebeten ihr die mantille tragen zu dürfen denn es war etwas schwül unter den bäumen jenny hatte das anerbieten auch dankbar angenommen als sie aber wahrnahm daß der gute professor den spitzenbesatz immer nachschleppen und sich abwechselnd in wachholder und heidekraut verfangen ließ bat sie sich die mantille wieder aus sie sind noch gerade so wie vor vierzig jahren lieber schmidt galant aber mit keinem rechten erfolge ja gnädigste frau diese schuld kann ich nicht von mir abwälzen und sie war zugleich mein schicksal wenn ich mit meinen huldigungen erfolgreicher gewesen wäre denken sie wie ganz anders sich mein leben und auch das ihrige gestaltet hätte jenny seufzte leise ja gnädigste frau dann hätten sie das märchen ihres lebens nie begonnen denn alles große glück ist ein märchen alles große glück ist ein märchen wiederholte jenny langsam und gefühlvoll wie wahr wie schön und sehen sie willibald daß das beneidete leben das ich jetzt führe meinem ohr und meinem herzen solche worte versagt daß lange zeiten vergehen ehe aussprüche von solcher poetischen tiefe zu mir sprechen das ist für eine natur wie sie mir nun einmal geworden ein ewig zehrender schmerz und sie sprechen dabei von glück willibald sogar von großem glück glauben sie mir die ich dies alles durchlebt habe diese so viel begehrten dinge sind wertlos für den der sie hat oft wenn ich nicht schlafen kann und mein leben überdenke wird es mir klar daß das glück das anscheinend so viel für mich tat mich nicht die wege geführt hat die für mich paßten und dass ich in einfacheren verhältnissen und als gattin eines in der welt der ideen und vor allem auch des idealen stehenden mannes wahrscheinlich glücklicher geworden wäre sie wissen wie gut treibel ist und dass ich ein dankbares gefühl für seine güte habe trotzdem muß ich es leider aussprechen es fehlt mir meinem manne gegenüber jene hohe freude der unterordnung die doch unser schönstes glück ausmacht und so recht gleichbedeutend ist mit echter liebe niemandem darf ich dergleichen sagen aber vor ihnen willibald mein herz auszuschütten ist glaub ich mein schön menschliches recht und vielleicht sogar meine pflicht schmidt nickte zustimmend und sprach dann ein einfaches ach jenny mit einem tone darin er den ganzen schmerz seines verfehlten lebens zum ausdruck zu bringen dachte was ihm auch gelang er lauschte selber dem klang und beglückwünschte sich im stillen daß er sein spiel so gut gespielt habe jenny trotz aller klugheit war doch eitel genug an das ach ihres ehemaligen anbeters zu glauben so gingen sie schweigend und anscheinend ihren gefühlen hingegeben nebeneinander her bis schmidt die notwendigkeit fühlte mit irgendeiner frage das schweigen zu brechen er entschied sich dabei für das alte rettungsmittel und lenkte das gespräch auf die kinder ja jenny hob er mit immer noch verschleierter stimme an was versäumt ist ist versäumt und wer fühlt das tiefer als ich selbst aber eine frau wie sie die das leben begreift findet auch im leben selbst ihren trost vor allem in der freude täglicher pflichterfüllung da sind in erster reihe die kinder ja schon ein enkelkind ist da wie milch und blut das liebe litzichen und das sind dann mein ich die hülfen daran frauenherzen sich aufrichten müssen und wenn ich auch ihnen gegenüber teure freundin von einem eigentlichen eheglücke nicht sprechen will denn wir sind wohl einig in dem was treibel ist und nicht ist so darf ich doch sagen sie sind eine glückliche mutter zwei söhne sind ihnen herangewachsen gesund oder doch was man so gesund zu nennen pflegt von guter bildung und guten sitten und bedenken sie was allein dies letzte heutzutage bedeuten will otto hat sich nach neigung verheiratet und sein herz einer schönen und reichen dame geschenkt die soviel ich weiß der gegenstand allgemeiner verehrung ist und wenn ich recht berichtet bin so breitet sich im hause treiben ein zweites verlobnis vor und helenens schwester steht auf dem punkte leopolds braut zu werden wer sagt das fuhr jetzt jenny heraus und plötzlich aus dem sentimentalschwärmerischen in den ton ausgesprochenster wirklichkeit verfallen wer sagt das schmidt geriet diesem erregten tone gegenüber in eine kleine verlegenheit er hatte sich das so gedacht oder vielleicht auch mal was ähnliches gehört und stand nun ziemlich ratlos vor der frage wer sagt das zum glück war es damit nicht sonderlich ernsthaft gemeint so wenig daß jenny ohne eine antwort abgewartet zu haben mit großer lebhaftigkeit fortfuhr sie können gar nicht ahnen guter freund wie mich das alles reizt das ist so die seitens des holzhofs beliebte art mir die dinge über den kopf wegzunehmen sie lieber mitsprechen nach was sie hören aber die die solche dinge wie von ungefähr unter die leute bringen mit denen hab ich ja ernstlich ein hühnchen zu pflücken es ist eine insolenz und helene mag sich vorsehen aber jenny liebe freundin sie dürfen sich nicht so erregen ich habe das so hingesagt weil ich es als selbstverständlich annahm als selbstverständlich wiederholte jenny die während sie das sagte die mantillie wieder abriß und den professor über den arm warf als selbstverständlich so weit also hat es der holzhof schon gebracht daß die nächsten freunde solche verlobung als eine selbstverständlichkeit ansehen es ist aber keine selbstverständlichkeit ganz im gegenteil und wenn ich mir vergegenwärtige daß ottos alles besser wissende frau neben ihrer schwester hildegard ein bloßer schatten sein soll und ich glaube es gern denn sie war schon als backfisch von einer geradezu ridicülen überheblichkeit so muß ich sagen ich habe an einer hamburger schwiegertochter aus dem hause munk gerade genug aber teuerste freundin ich begreife sie nicht sie setzen mich in das aufrichtigste erstaunen es ist doch kein zweifel daß helene eine schöne frau ist und von einer wenn ich mich so ausdrücken darf ganz aparte appetitlichkeit jenny lachte zum anbeißen wenn sie mir das wort gestatten fuhr schmidt fort und von jenem eigentümlichen charme den schon von alters her alles besitzt was mit dem flüssigen element in eine konstante berührung kommt vor allem aber ist mir kein zweifel darüber daß ottos seine frau liebt um nicht zu sagen in sie verliebt ist und sie freundin ottos leibliche mutter fechten gegen dies glück an und sind empört dies glück in ihrem hause vielleicht verdoppelt zu sehen alle männer sind abhängig von weiblicher schönheit ich war es auch und ich möchte beinah sagen dürfen ich bin es noch und wenn nun diese hildegard wie mir durchaus wahrscheinlich denn die nestkücken sehen immer am besten aus wenn diese hildegard noch über helenen hinauswächst so weiß ich nicht was sie gegen sie haben können leopold ist ein guter junge von vielleicht nicht allzu feurigem temperament aber ich denke mir daß er doch nichts dagegen haben kann eine sehr hübsche frau zu heiraten sehr hübsch und reich dazu leopold ist ein kind und darf sich überhaupt nicht nach eigenem willen verheiraten am wenigsten aber nach dem willen seiner spägerin helene das fehlte noch das hieße denn doch abdanken und mich ins alten teil setzen wenn es sich noch um eine junge dame handelt der gegenüber einen allenfalls die lust anwandeln könnte sich unterzuordnen also eine frei ihn oder eine wirkliche ich meine eine richtige geheimratstochter oder die tochter eines oberhofpredigers aber ein unbedeutendes ding das nichts kennt als mit ponies nach blankenese fahren und sich einbildet mit einem goldfadel in der blattstichnadel eine wirtschaft führen oder wohl gar kinder erziehen zu können und ganz herzhaft glaubt daß wir hierzulande nicht einmal eine seezunge von einem steinbut unterscheiden können und immer von lobster spricht wo wir Hunger sagen und currypowder und soja wie höhere geheimnisse behandelt ein solcher eingebildeter quack lieber willibald das ist nichts für meinen leopold leopold trotz allem was ihm fehlt soll höher hinaus er ist nur einfach aber er ist gut was doch auch einen anspruch gibt und deshalb soll er eine kluge frau haben eine wirklich kluge wissen und klugheit und überhaupt das höhere darauf kommt es an alles andere wiegt keinen pfifferling es ist ein elend mit den äußerlichkeiten glück glück ach willibald daß ich es in solcher stunde gerade vor ihnen bekennen muß das glück es ruht hier allein und dabei legte sie die hand aufs herz leopold und corinna waren in einer entfernung von etwa fünfzig schritt gefolgt und hatten ihr gespräch in herkömmlicher art geführt das heißt corinna hatte gesprochen leopold war aber fest entschlossen auch zu worte zu kommen wohl oder übel der quälende druck der letzten tage machte daß er vor dem was er vorhatte nicht mehr so geängstigt stand wie früher er mußte sich eben ruhe schaffen ein paar mal schon war er nahe daran gewesen eine wenigstens auf sein ziel überleitende frage zu tun wenn er dann aber der gestalt seiner stattlich vor ihm dahinschreitenden mutter ansichtig wurde gab es wieder auf so daß er schließlich den vorschlag machte eine gerade vor ihnen liegende waldlichtung in schräger linie zu passieren damit sie statt immer zu folgen auch mal an die tät kämen er wußte zwar daß er infolge dieses manövers den blick der mama vom rücken oder von der seite her haben würde aber etwas auf vogelstrauß hin angelegt fand er doch eine beruhigung in dem gefühl die seinen mut beständig lähmende mama nicht immer gerade vor augen haben zu müssen er konnte sich über diesen eigentümlichen nervenzustand keine rechte rechenschaft geben und entschied sich einfach für das was ihm von zwei übeln als das kleinere erschien die benutzung der schräglinie war geglückt sie waren jetzt um ebensoviel voraus als sie vorher zurück gewesen waren und ein gleichgültigkeitsgespräch fallen lassend das sich ziemlich gezwungen um die spargelbeete von halensee samt ihrer kultur und ihrer saritären bedeutung gedreht hatte nahm leopold einen plötzlichen anlauf und sagte wissen sie corinna dass ich grüße für sie habe von wem raten sie ja nun sagen wir von mr nelson aber das geht doch nicht mit rechten dingen zu das ist ja wie hellseherei und nun können sie auch noch briefe lesen von denen sie nicht einmal wissen daß sie geschrieben wurden leopold dabei könnt ich sie nun belassen und mich vor ihnen als seherin etablieren aber ich werde mich hüten denn vor allem was so mystisch und hypnotisch und geisterseherig ist haben gesunde menschen bloß ein grauen und den grauen einzuflößen ist nicht das was ich liebe mir ist es lieber daß mir die herzen guter menschen zufallen ach corinna das brauchen sie sich doch nicht erst zu wünschen ich kann mir keinen menschen denken dessen herz ihnen nicht zufiele sie sollten nur lesen was mr nelson über sie geschrieben hat mit amusing fängt er an und dann kommt charming und highspirited und mit fascinating schließt er ab und dann erst kommen die grüße die sich nach allem was voraufgegangen beinahe nüchtern und alltäglich ausnehmen aber wie wußten sie daß die grüße von mr nelson kämen ein leichteres rätsel ist mir nicht bald vorgekommen ihr papa teilte mit sie kämen erst später weil sie nach liverpool zu schreiben hätten nun liverpool heißt mr nelson und hat man erst mr nelson so gibt sich das andere von selbst ich glaube daß es mit aller hellseherei ganz ähnlich liegt und sehen sie leopold mit derselben leichtigkeit mit der ich in mr nelsons brief gelesen habe mit derselben sicherheit lese ich zum beispiel ihre zukunft ein tiefes aufatmen leopolds war die antwort und sein herz hätte jubel mögen in einem gefühl von glück und erlösung denn wenn corinna richtig las und sie mußte richtig lesen so war er allem anfragen und allen damit verknüpften ängsten überhoben und sie sprach dann aus was er zu sagen noch immer nicht den mut finden konnte wie beseligt nahm er ihre hand und sagte das können sie nicht ist es so schwer nein es ist eigentlich leicht aber leicht oder schwer corinna lassen sie michs hören und ich will auch ehrlich sagen ob sie's getroffen haben oder nicht nur keine ferne zukunft bloß die nächste die allernächste nun denn hob corinna schelmisch und hier und da mit besonderer betonung an was ich sehe das ist das zunächst ein schöner septembertag und vor einem schönen hause halten viele schöne kutschen und die vorderste mit einem perückenkutscher auf dem bock und zwei bedienten hinten das ist eine brautkutsche der straßendamm aber steht voll an menschen die die braut sehen wollen und nun kommt die braut und neben ihr schreitet ihr bräutigam und dieser bräutigam ist mein freund leopold treibel und nun fährt die brautkutsche während die andern wagen folgen an einem breiten breiten wasser hin aber corinna sie werden doch unsere spree zwischen schleuse und jungfernbrücke nicht ein breites wasser nennen wollen an einem breiten wasser hin und hält endlich vor einer gotischen kirche und der bräutigam steigt aus und bietet der braut seinen arm und so schreitet das junge paar der kirche zu drin schon die orgel spielt und die lichter brennen und nun und nun stehen sie vor dem altar und nach dem ringewechsel wird der segen gesprochen und ein lied gesungen oder doch der letzte vers und nun geht es wieder zurück an demselben breiten wasser entlang aber nicht dem stadthause zu von dem sie ausgefahren waren sondern immer weiter ins freie bis sie vor einer cottagevilla halten ja corinna so soll es sein bis sie vor einem triumphbogen an dessen oberster wölbung ein riesen kranz hängt und in dem kranze leuchten die beiden anfangsbuchstaben l und h l und h ja leopold l und h und wie könnte es auch anders sein denn die brautkutsche kam ja von der uhlenhorst her und fuhr die alster entlang und nachher die elbe hinunter und nun halten sie vor der munkschen villa draußen in blankenese und l heißt leopold und h heißt hildegard einen augenblick überkam es leopold wie wirkliche verstimmung aber sich rasch besinnend gab er der vorgeblichen seherin einen kleinen liebesklaps und sagte sie sind immer dieselbe corinna und wenn der gute nelson der der beste mensch und mein einziger vertrauter ist wenn er dies alles gehört hätte so würde er begeistert sein und von capital fund sprechen weil sie mir so gnädig die schwester meiner schwägerin zuwenden wollen ich bin eben eine prophetin prophetin wiederholte leopold aber diesmal eine falsche hildegard ist ein schönes mädchen und hunderte würden sich glücklich schätzen aber sie wissen wie meine mama zu dieser frage steht sie leidet unter dem beständigen sich besser dünken der dortigen anverwandten und hat es wohl hundertmal geschworen dass ihr eine hamburger schwiegertochter eine repräsentantin aus dem großen hause thompson munk gerade genug sei sie hat ganz ehrlich einen halben haß gegen die munks und wenn ich mit hildegard so vor sich hinträte so weiß ich nicht was geschehe sie würde nein sagen und wir hätten eine furchtbare szene wer weiß sagte corinna die jetzt das entscheidende wort ganz nahe wußte sie würde nein sagen und immer wieder nein das ist so sicher wir armen in der kirche fuhr leopold mit gehobener stimme fort aber dieser fall kann sich gar nicht ereignen ich werde nicht mit hildegard vor sie hintreten und werde stattdessen näher und besser wählen ich weiß und sie wissen es auch das bild das sie da gemalt haben es war nur scherz und übermut und vor allem wissen sie wenn mir armen überhaupt noch eine triumphpforte gebaut werden soll dass der kranz der dann zu häupten hängt einen ganz anderen buchstaben als das hildegard haar in hundert und tausend blumen tragen müsste brauche ich zu sagen welchen ach corinna ich kann ohne sie nicht leben und diese stunde muß über mich entscheiden und nun sagen sie ja oder nein unter diesen worten nahm er ihre hand und bedeckte sie mit küssen denn sie gingen im schutz einer haselnußhecke corinna nach confessions wie diese die verlobung mit gutem recht als ein fett accompli betrachtend nahm klugerweise von jeder weiteren auseinandersetzung abstand und sagte nur kurzerhand aber eines leopold dürfen wir uns nicht verhehlen uns stehen noch schwere kämpfe bevor deine mama hat einer munk genug das leuchtet mir ein aber ob ihr eine schmidt recht ist ist noch sehr die frage sie hat zwar mitunter andeutungen gemacht als ob ich ein ideal in ihren augen wäre vielleicht weil ich das habe was dir fehlt und vielleicht auch was hildegard fehlt ich sage vielleicht und kann dies so einschränkende wort nicht genug betonen denn die liebe das sehe ich ist demütig und ich fühle wie meine fehler von mir abfallen das soll ja ein kennzeichen sein ja leopold ein leben voll glück und liebe liegt vor uns aber es hat deinen mut und deine festigkeit zur voraussetzung und hier unter diesem waldesdom darin es geheimnisvoll rauscht und dämmert hier leopold mußt du mir schwören ausharren zu wollen in deiner liebe leopold beteuerte daß er nicht bloß wolle daß er es auch werde denn wenn die liebe demütig und bescheiden mache was gewiß richtig sei so mache sie sicherlich auch stark wenn corinna sich geändert habe er fühle sich auch ein anderer und so schloß er das eine darf ich sagen ich habe nie große worte gemacht und prahlereien werden mir auch meine feinde nicht nachsagen aber glaube mir mir schlägt das herz so hoch so glücklich daß ich mir schwierigkeiten und kämpfe beinah herbei wünsche mich drängt es dir zu zeigen daß ich deiner wert bin in diesem augenblicke wurde die mondsichel zwischen den baumkronen sichtbar und von schloß grunewald her vor dem das quartett eben angekommen war klang es über den see herüber wenn nach dir ich oft vergebens in die nacht gesehen scheint der dunkle strom des lebens trauernd stillzustehen und nun schwieg es oder der abendwind der sich aufmachte trug die töne nach der andern seite hin eine viertelstunde später hielt alles vor und nachdem man sich daselbst wieder begrüßt und bei herumgereichtem creme de cacao treibel selbst machte die honneurs eine kurze rast genommen hatte brach man die wagen waren von halensee her gefolgt nach einigen minuten endgültig auf um die rückfahrt anzutreten die felgen treus nahmen bewegten abschied von dem quartett jetzt lebhaft beklagend den von treibel vorgeschlagenen kremser abgelehnt zu haben auch leopold und corinna trennten sich aber doch nicht eher als bis sie sich im schatten des hochstehenden schilfes noch einmal fest und verschwiegen die hände gedrückt hatten ende des zehnten kapitels elftes und zwölftes kapitel leopold als man so abfahrt sich anschickte mußte sich mit einem platzform auf dem bock des elterlichen landauers begnügen was ihm alles in allem immer noch lieber war als innerhalb des wagens selbst en vue seiner mutter zu sitzen die doch vielleicht sei's im wald sei's bei der kurzen rast in paulsborn was bemerkt haben mochte schmidt benutzte wieder den vorortszug während corinna beiden felgen treus mit einstieg man platzierte sie so gut es ging zwischen das den fond des wagens redlich ausfüllende ehepaar und weil sie nicht all dem voraufgegangenen eine geringere neigung zum plaudern als sonst wohl hatte so kam es ihr außerordentlich zu pass daß er wohl elfride wie blanca doppelt redelustig und noch ganz voll und beglückt von dem quartett zu finden der jodler eine sehr gute partie schien über die freilich nur in zivil erschienenen sommerleutnants einen entschiedenen sieg davon getragen zu haben im übrigen ließen es sich die felgen treus nicht nehmen in der adlerstraße vorzufahren und ihren gast das selbst abzusetzen corinna bedankte sich herzlich und stieg noch einmal grüßend erst die drei steinstufen und gleich danach vom flur aus die alte holztreppe hinauf sie hatte den drücker zum entree nicht mitgenommen und so blieb ihr nichts anderes übrig als zu klingeln was sie nicht gerne tat alsbald erschien denn auch die schmolke die die abwesenheit der herrschaft wie sie mitunter mit betonung sagte dazu benutzt hatte sich ein bißchen sonntäglich herauszuputzen das auffallendste war wieder die haube deren rüschen eben aus dem tolleisen zu kommen schienen aber liebe schmolke sagte corinna während die tür wieder ins schloß zog was ist denn los ist geburtstag aber nein den kenn ich ja oder seiner nein sagte die schmolke seiner ist auch nicht und da werd ich auch nicht solchen schlips umbinden und seusband aber wenn kein geburtstag ist was ist dann nichts corinna muß denn immer was sein wenn man sich mal ordentlich macht sie du hast gut reden du sitzt jeden tag den gott werden läßt eine halbe stunde vorm spiegel und mitunter auch noch länger und brennt dir dein wuschelhaar aber liebe schmolke ja corinna du denkst ich sehe es nicht aber ich sehe alles und sehe noch viel mehr und ich kann dir auch sagen schmolke sagte mal er fände es eigentlich hübsch solch wuschelhaar aber war denn schmolke so nein corinna schmolke war nicht so schmolke war ein sehr anständiger mann und wenn man was so sonderbares und eigentlich unrechtes sagen darf er war beinah zu anständig aber nun gib erst deinen hut und deine mantille gottkind wie sieht denn das alles aus ist denn solch furchtbarer staub und noch ein glück daß es nicht gedribbelt hatte der sand ist hin und soviel hat ein professor auch nicht und wenn er auch nicht geradezu klagt seite spinnen kann er nicht nein nein lachte corinna nu höre corinna da lachst du nu wieder das is aber gar nicht zum lachen der alte quält sich genug und wenn er so die bündel ins haus kriegt und die strippe mitunter nicht ausreicht so viele sind es dann tut es mir mitunter ordentlich weh hier denn papa ist ein sehr guter mann und seine sechzig drücken ihn nun doch auch schon ein bißchen er will es freilich nicht wahrhaben und tut immer noch wie wenn er zwanzig wäre ja hat sich was und neulich ist er von der pferdebahn runtergesprungen und ich muß gerade dazu kommen na ich dachte doch gleich der schlag soll mich rühren aber nu sage corinna was soll ich dir bringen oder hast du schon gegessen und bist froh wenn du nichts siehst nein ich habe nichts gegessen oder so gut wie nichts die zwiebacken die man kriegt sind immer so alt und dann in paulsborn einen kleinen süßen likör das kann man doch nicht rechnen aber ich habe auch keinen rechten appetit und der kopf ist mir so benommen ich werde am ende krank ach dummes zeug corinna das ist auch eine von deinen lücken wenn du mal ohrensausen hast oder ein bißchen heiße stirn dann redest du immer gleich von nervenfieber und das ist eigentlich gottlos denn man mußt den teufel nicht an die wand malen es wird wohl ein bißchen feucht gewesen sein ein bißchen neblig und abenddunst ja neblig war es gerade wie wir neben dem schilf standen und der see war eigentlich gar nicht mehr zu sehen davon wird es wohl sein aber der kopf ist mir wirklich benommen und ich möchte zu bett gehen und mich einmummeln und da mag ich auch nicht mehr sprechen wenn papa nach hause kommt und wer weiß wann und ob es nicht zu spät wird warum ist er denn nicht gleich mitgekommen er wollte nicht und hatte auch seinen abend heut ich glaube bei kuhs und da sitzen sie meist lange weil sich die kälber mit einmischen aber mit ihnen liebe gute schmolke möchte ich wohl noch eine halbe stunde plaudern sie haben ja immer so was herzliches ach rede doch nicht corinna wovon soll ich denn was herzliches haben oder eigentlich wovon soll ich denn was herzliches nicht haben du warst ja noch so als ich ins haus kam nu also was herzliches oder auch nicht was herzliches sagte corinna gefallen wird es mir schon und wenn ich liege liebe schmolke dann bringen sie mir einen tee ans bett die kleine meißnerkanne und die andere kleine kanne die nehmen sie sich und bloß ein paar teebrötchen recht dünn geschnitten und nicht zu viel butter denn ich muß mich mit meinem magen in acht nehmen sonst wird es gastrisch und man liegt sechs wochen ist schon gut lachte die schmolke und ging in die küche um die kessel noch wieder in glut zu setzen denn heißes wasser war immer da und das bullerte nur noch nicht eine viertelstunde später trat die schmolke wieder ein und fand ihren liebling schon in bette corinna saß mehr auf als sie lag und empfing die schmolke mit der trostreichen versicherung es sei ja schon viel besser was man so immer zum lobe der bettwärme sage das sei doch wahr und sie glaube jetzt beinahe daß sie noch einmal durchkommen und alles glücklich überstehen werde glaub ich auch sagte die schmolke während sie das tablett auf den kleinen am kopfhändisch stehenden tisch setzte nun corinna von welchem soll ich dir einschenken der hier mit der abgebrochenen tülle hat länger gezogen und ich weiß du hast ihn gern stark und bitterlich so daß er schon ein bißchen nach tinte schmeckt versteht sich ich will von dem starken und dann ordentlich zucker aber ganz wenig milch milch macht mich immer gastrisch gott corinna laß doch das gastrische du liegst ja da wie ein borstdorfer apfel und redst immer als ob dir der tod schon um die nase säße nein corinna so schnell geht es nicht und nun nimm dir ein teebrötchen ich hab sie so dünn geschnitten wie's nur gehen wollte das ist recht aber da haben sie eine schinkenstulle so mit reingebracht für mich corinna ich will doch auch was essen ach liebe schmolke da möcht ich mich aber doch zu gaste laden die teebrötchen sehen ja nach gar nichts aus und die schinkenstulle lacht einen ordentlich an und alles so appetitlich durchgeschnitten nun merk ich erst daß ich eigentlich hungrig bin geben sie mir ein schnittchen ab wenn es ihnen nicht sauer wird wie du redest corinna wie kann es mir denn sauer werden ich führe ja bloß die wirtschaft und bin bloß eine dienerin ein glück daß papa das nicht hört sie wissen doch das kann er nicht leiden daß sie so von dienerin reden er nennt es eine falsche bescheidenheit ja ja so sagte er aber schmolke der auch ein ganz kluger mann war wenn er auch nicht studiert hatte der sagte immer höre rosalie bescheidenheit ist gut und eine falsche bescheidenheit denn die bescheidenheit ist eigentlich immer falsch ist immer noch besser als gar keine sagte corinna die sich etwas getroffen fühlte das läßt sich hören überhaupt liebe schmolke ihr schmolke muß eigentlich ein ausgezeichneter mann gewesen sein und sie sagten ja auch vorhin schon er habe so was anständiges gehabt und beinahe zu anständig sehen sie so was höre ich gern und ich möchte mir wohl etwas dabei denken können worin war er denn nun eigentlich so sehr anständig und dann er war ja doch bei der polizei nun offen gestanden ich bin zwar froh dass wir eine polizei haben und ich freue mich immer über jeden schutzmann an den ich herantreten und den ich nach dem weg fragen und um auskunft bitten kann und das muss wahr sein alle sind artig und manierlich wenigstens habe ich es immer so gefunden aber das von der anständigkeit und von zu anständig ja liebe corinna das ist schon richtig aber das sind ja unterschiedlichkeiten und was sie abteilungen nennen und schmolke war bei solcher abteilung natürlich er kann doch nicht überall gewesen sein nein nicht überall aber er war gerade bei der allerschwersten die für den anstand und die gute sitte zu sorgen hat und so was gibt es ja corinna so etwas gibt es und muß es auch geben und wenn nu was ja doch vorkommt und auch bei frauen und mädchen vorkommt wie du wohl gesehen und gehört haben wirst den berliner kinder sehen und hören alles wenn nu solch armes unglückliches geschöpf denn manche sind wirklich bloß arm und unglücklich etwas gegen den anstand und die gute sitte tut dann wird sie vernommen und bestraft und da wo die versammlung ist da saß gerade schmolke merkwürdig aber davon haben sie mir ja noch nie etwas erzählt und schmolke sagte sie war mit dabei wirklich sehr sonderbar und sie meinen daß er gerade deshalb so anständig und so solide war ja corinna das meine ich nun wenn sie's sagen liebe schmolke so will ich es glauben aber ist es eigentlich nicht zum verwundern denn ihr schmolke war ja damals noch jung oder so ein mann in seinen besten jahren und viele von unserem geschlecht und gerade solche sind jedoch oft bildhübsch und da sitzt nun einer wie schmolke da gesessen und muß immer streng und ehrbar aussehen bloß weil er da zufällig sitzt ich kann mir nicht helfen ich finde das schwer denn das ist ja gerade so wie der versucher in der wüste dies alles schenke ich dir die schmolke seufzte ja corinna daß ich es dir offen gestehe ich habe auch manchmal geweint und mein furchtbares reißen hier grad im nacken das ist noch von der zeit her und zwischen das zweite und dritte jahr das wir verheiratet waren da habe ich beinahe elf pfund abgenommen und wenn wir damals schon die vielen wiegewagen gehabt hätten da wäre es wohl eigentlich noch mehr gewesen denn als ich zu wiegen kam da setzte ich schon wieder an arme frau sagte corinna ja das müssen schwere tage gewesen sein aber wie kamen sie denn darüber hin und wenn sie wieder ansetzen so muss es doch so was von trost und beruhigung gewesen sein war auch corinna und weil du ja nun alles weiß will ich dir auch erzählen wie es kam und wie ich meine ruge wieder kriegte denn ich kann dir sagen es war schlimm und ich habe mitunter viele wochen lang kein auge zugetan na zuletzt schläft man doch ein bißchen der natur will es und ist auch zuletzt noch stärker als die eifersucht aber eifersucht ist sehr stark viel stärker als der liebe mit liebe ist es nicht so schlimm aber was ich sagen wollte wie ich nun so ganz runter war und man bloß noch so hing und bloß noch so viel kraft hatte daß ich ihm doch sein hammelfleisch und seine bohnen vorsetzen konnte das heißt geschnitzelte mochte er nicht und sagte immer sie schmeckten nach messer da sei er doch wohl daß er mal mit mir reden müsse denn ich redete nicht dazu war ich viel zu stolz also er wollte reden mit mir und als es nun so weit war und er die gelegenheit doch ganz gut abgepasst hatte nahm einen kleinen vierbeinigen schemel der sonst immer in der küche stand und is mir als ob es gestern gewesen wäre und rückte den schemel zu mir ran und sagte rosalie nun sag mal was hast du denn eigentlich und corinnas mund verlor sich jeder ausdruck und spott sie schob das tablett etwas beiseit stützte sich während sie sich aufrichtete mit dem rechten arm auf den tisch und sagte nun weiter liebe schmolke also was hast du eigentlich sagte er zu mir na da stürzten mir denn die tränen mann so pimperlings raus und ich sagte schmolke schmolke und dabei sah ich ihn an als ob ich ihn ergründen wollte und ich kann wohl sagen es war ein scharfer blick aber doch immer noch freundlich denn ich liebte ihn und da sah ich dass er ganz ruhig blieb und sich gar nicht verfärbte und dann nahm er meine hand streichelte sie ganz zärtlich und sagte rosalie das ist alles unsinn davon verstehst du nichts davon verstehst du nichts weil du nicht in der sitte bist denn ich sage dir wer da so tagaus tag ein in der sitze sitzen muss dem vergeht es dem stehen die haare zu berge über all das elend und all den jammer und wenn dann welche kommen die nebenher auch noch ganz verhungert sind was auch vorkommt wo wir ganz genau wissen da sitzen nur die eltern zu hause und grämen sich tag und nacht über die schande weil sie das arme wurm das mitunter sehr merkwürdig dazu gekommen ist noch immer liebhaben und helfen und retten möchten wenn zu helfen und zu retten noch menschen möglich wäre ich sage dir rosalie wenn man das jeden tag sehen muss und man hat ein herz im leib und hat bei serstegarde regiment gedient und ist für propertät und strammheit und gesundheit na ich sage dir denn ist es mit verführung und all so was vorbei und man möchte rausgehen und weinen und ein paarmal hab ich's auch alter kerl der ich bin und von karessieren und fräuleinchen steht nichts mehr drin und man geht nach hause und ist froh wenn man sein hammelfleisch kriegt und eine ordentliche frau hat die rosalie heißt bist du nun zufrieden rosalie und dabei gab er mir einen kuss die schmolke der bei der erzählung wieder ganz weh ums herz geworden war ging an corinnas schrank um sich ein taschentuch zu holen und als sie sich nun wieder zurecht gemacht hatte so dass er die worte nicht mehr in der kehle stecken blieben nahm sie corinnas hand und sagte sie so war schmolke was sagst du dazu ein sehr anständiger mann na ob in diesem augenblick hörte man die klingel der papa sagte corinna und die schmolke stand auf um den herrn professor zu öffnen sie war auch bald wieder zurück und erzählte dass sich der papa nur gewundert habe korinnchen nicht mehr zu finden was denn passiert sei wegen ein bißchen kopfweh gehe man doch nicht gleich zu bett und dann habe er sich seine pfeife angesteckt und die zeitung zur hand genommen und habe dabei gesagt gott sei dank liebe schmolke daß ich wieder da bin alle gesellschaften sind unsinn diesen satz vermache ich ihnen auf lebenszeit er habe aber ganz fidel dabei ausgesehen und sie sei überzeugt daß er sich eigentlich sehr gut amüsiert habe denn er habe den fehler den so viele hätten und die schmidts voran sie reden über alles und wüßten alles besser ja corinnchen in diesem belange bist du auch ganz schmidtsch corinna gab der guten alten die hand und sagte sie werden wohl recht haben liebe schmolke und es ist ganz gut daß sie mir sagen wenn sie nicht gewesen wären wer hätte mir denn überhaupt was gesagt keiner ich bin ja wie wild aufgewachsen und ist eigentlich zu verwundern daß ich nicht noch schlimmer geworden bin als ich bin papa ist ein guter professor aber kein guter erzieher und dann war er immer zu sehr von mir eingenommen und sagte das schmidtsche hilft sich von selbst oder es wird schon zum durchbruch kommen ja so was sagt er immer aber mitunter ist eine maulschelle besser um gottes willen liebe schmolke sagen sie doch so was nicht das ängstigt mich ach du bist nervisch corinna was soll dich denn ängstigen du bist ja nun eine große forsche person und hast die kinderschuhe längst ausgetreten und könntest schon sechs jahre verheiratet sein ja sagte corinna das könnte ich wenn mich wer gewollt hätte aber dummerweise hat mich noch keiner gewollt und da habe ich denn für mich selber sorgen müssen die schmolke glaubte nicht recht gehört zu haben und sagte du hast für dich selber sorgen müssen was meinst du damit was soll das heißen soll heißen liebe schmolke dass ich mich heut abend verlobt habe himmlischer vater ist es möglich aber sei nicht böse dass ich mich so verviere denn es ist ja doch eigentlich was gutes na mit wem denn rate mit marcell nein mit marcell nicht mit marcell nicht ja corinna dann weiß ich es nicht und will es auch nicht wissen bloß wissen muß ich es am ende doch wer ist es denn leopold treibel herr du meine güte findest du so schlimm hast du was dagegen ich bewahre wie werd ich denn und würde sich auch gar nicht von mir passen und denn die treibels die sind alle gut und sehr propre leute der alte kommerzienrat voran der immer so spaßig ist und immer sagt je später der abend je schöner die leute oder noch fünfzig jahr so wie heut und so was und der älteste sohn ist auch sehr gut und leopold auch ein bisschen spitzer das ist wahr aber heiraten ja nicht bei renz in zirkus und schmolke sagte oft höre rosalie das lasst gut sein so was täuscht da kann man sich irren die dünnen und die so schwach aussehen die sind oft gar nicht so schwach ja corinna die treibel sind gut und bloß die mama die kommerzienrätin ja höre da kann ich mir nicht helfen die rätin die hat so was was mir nicht recht paßt und ziert sich immer und tut so und wenn was weinerliches erzählt wird von einem pudel der ein kind aus dem kanal gezogen oder wenn der professor was vorpredigt und mit seiner baßstimme so vor sich hin brummelt wie der unsterbliche sagt und dann kommt immer ein name den kein christmensch kennt und die kommerzienrätin wohl auch nicht dann hat sie immer gleich eine träne und sind immer wie stehtränen die gar nicht runter wollen daß sie so weinen kann ist doch aber eigentlich was gutes liebe schmolke ja bei manchem ist es was gutes und zeigt ein weiches herz und ich will auch weiter nichts sagen und lieber an meine eigene brust schlagen und muss auch denn mir sitzen sie ja man auch lose Gott wenn ich daran denke wie schmolke noch lebte na da war vieles anders und billetter für den dritten rang hatte schmolke jeden tag und mitunter auch für den zweiten und da machte ich mich den fein corinna denn ich war damals noch keine dreißig und noch ganz gut im stand Gott Kind wenn ich daran denke da war damals eine die hieß ehrarten die hat nachher einen grafen geheiratet ach corinthchen da hab ich auch manche schöne träne vergossen ich sage schöne träne denn es erleichtert einen und die maria stuart war es am meisten da war denn doch eine schnauberei das man gar nichts mehr verstehen konnte das heißt aber bloß ganz zuletzt wie sie von all ihren dienerinnen und von ihrer alten amme abschied nimmt alle ganz schwarz und sie selber mit kreuz ganz wie eine katholische aber die ehrarten war keine und wenn ich mir das alles wieder so denke und wie ich da aus der träne gar nicht rausgekommen bin da kann ich auch gegen die kommerziendrätin eigentlich nichts sagen corinna seufzte halb im scherz und halb im ernst warum seufzt du corinna ja warum seufze ich liebe schmolke ich seufze weil ich glaube daß sie recht haben und daß ich gegen die rätin eigentlich nichts sagen läßt bloß weil sie so leicht weint oder immer nen flimmer im auge hat gott den hat mancher aber die rätin ist freilich eine ganz eigene frau und ich trau ihr nicht und der arme leopold hat eigentlich eine große furcht vor ihr und weiß auch noch nicht wie er da heraus will es wird eben noch allerlei harte kämpfe geben aber ich lasse es darauf ankommen und halt ihn fest und wenn meine schwiegermutter gegen mich ist so schade es am ende nicht allzu viel die schwiegermütter sind eigentlich immer dagegen und jede denkt ihr püppchen ist zu schade na wir werden ja sehen ich habe sein wort und das andere muss ich finden das ist recht corinna halt ihn fest eigentlich habe ich ja einen schreck gekriegt und glaube mir marcel wäre besser gewesen denn ihr passt zusammen aber das sage ich bloß zu dir und da du nun meinen treibelschen hast na so hast du ihn und da hilft kein pretzelbacken und er muss stillhalten und die alte auch ja die alte erst recht der gönn ichs corinna nickte und nu schlafe kind ausschlafen ist immer gut denn man kann nie wissen wie's kommt und wie man den andern tag seine kräfte braucht zwölftes kapitel ziemlich um dieselbe zeit wo der felgentreusche wagen in der aderstraße hielt um garinga daselbst abzusetzen hielt auch der treibelsche wagen vor der kommerzienrätlichen wohnung und die rätin samt ihrem sohne leopold stiegen aus während der alte treiber auf seinem platze blieb und das junge paar das wieder die pferde geschont hatte die köpnikerstraße hinunter bis an den holzhof begleitete von dort aus nach einem herzhaften schmatz den er spielte gern den zärtlichen schwiegervater ließ er sich zu buckenhagens fahren wo parteiversammlung war er wollte doch mal wieder sehen wie's stünde und wenn nötig auch zeigen daß sie die korrespondenz in der nationalzeitung nicht niedergeschmettert habe die kommerzienrätin die für gewöhnlich die politischen gänge treibels belächelte wenn ich beargwohnte was auch heute vorkam heute segnete sie buckenhagen und war froh ein paar stunden allein sein zu können der gang mit willibald hatte so vieles wieder in ihr angeregt die gewissheit sich verstanden zu sehen es war doch eigentlich das höhere viele beneiden mich aber was hab ich am ende stuck und goldleisten und die honig mit ihrem sauersüßen gesicht treibel ist gut besonders auch gegen mich aber die prosa lastet blei schwer auf ihm und wenn er es nicht empfindet ich empfinde es und dabei kommerzienrätin und immer wieder kommerzienrätin es geht nun schon in das zehnte jahr und er rückt nicht höher hinauf trotz aller anstrengungen und wenn es so bleibt und es wird so bleiben so weiß ich wirklich nicht ob nicht das andere das auf kunst und wissenschaft deutet doch einen feineren klang hat ja den hat es und mit den ewigen guten verhältnissen ich kann doch auch nur eine tasse kaffee trinken und wenn ich mich zu bett lege so kommt es darauf an daß ich schlafe birkenmaser oder nußbauer macht keinen unterschied aber schlaf oder nicht schlaf das macht einen und mitunter flieht mich der schlaf der des lebens bestes ist weil er uns das leben vergessen läßt und auch die kinder wären anders wenn ich die corinna ansehe das sprüht alles von lust und leben und wenn sie bloß so macht so steckt sie meine beiden jungen in die tasche mit otto ist nicht viel mit leopold ist gar nichts jenny während sie sich in süße selbsttäuschungen wie diese versenkte trat ans fenster und sah abwechselnd auf dem vorgarten und auf die straße drüben im hause gegenüber hoch oben in der offenen mansarde stand wie ein schattenriss in hellem licht eine blätterin die mit sicherer hand über das blättbrett hinfuhr ja es war ihr als höre sie das mädchen singen der kommerzienrätin auge mochte von dem anmutigen bilde nicht lassen und etwas wie wirklicher neid überkam sie sie sah erst fort als sie bemerkte daß hinter ihr die tür ging es war friedrich der den tee brachte setzen sie hin friedrich und sagen sie fräulein honig es wäre ihr nicht nötig sehr wohl frau kommerzienrätin aber hier ist ein brief ein brief fuhr die rätin heraus von wem vom jungen herrn von leopold ja frau kommerzienrätin und es wäre antwort brief antwort er ist nicht recht gescheit und die kommerzienrätin riss das couvert auf und überflog den inhalt liebe mama wenn es dir irgend passt ich möchte heute noch eine kurze unterredung mit dir haben laß mich durch friedrich wissen ja oder nein dein leopold jenny war derart betroffen daß ihre sentimentalen anwandlungen auf der stelle hinschwanden soviel stand fest daß das alles nur etwas sehr fatales bedeuten konnte sie raffte sich aber zusammen und sagte sagen sie leopold daß ich ihn erwarte das zimmer leopolds lag über dem ihrigen sie hörte deutlich daß er rasch hin und her ging und ein paar schubkästen mit einer ihm sonst nicht eigenen lautheit zuschob und gleich danach wenn nicht alles täuschte vernahm sie seinen schritt auf der treppe sie hatte recht gehört und nun trat er ein und wollte sie stand noch in der nähe des fensters doch die ganze länge des zimmers auf sie zuschreiten um ihr die hand zu küssen der blick aber mit dem sie ihn begegnete hatte etwas so abwehrendes daß er stehen blieb und sich verbeugte was bedeutet das leopold es ist jetzt zehn also nachtschlafende zeit und da schreibst du mir ein billett und willst mich sprechen es ist mir neu daß du was auf der seele hast was keinen aufschub bis morgen früh deutet was hast du vor was willst du mich verheiraten mutter ich habe mich verlobt die kommerzienrätin fuhr zurück und ein glück war es daß das fenster an dem sie stand ihr eine lehne gab auf viel gutes hätte sie nicht gerechnet aber eine verlobung über ihren kopf weg das war doch mehr als sie gefürchtet war es eine der felgentreus sie hielt beide für dumme dinger und die ganze felgentreuerei für erheblich unterm stand er der alte war lageraufseher in einem großen ledergeschäft gewesen und hatte schließlich die hübsche wirtschaftsmannsell des prinzipals eines mit seiner weiblichen umgebung oft wechselnden witwers geheiratet so hatte die sache begonnen und ließ in ihren augen viel zu wünschen übrig aber verglichen mit dem munks war es noch lange das schlimmste nicht und so sagte sie denn elfriede oder blanca keine von beiden also corinna das war zu viel jenny kam in ein halb ohnmächtiges schwanken und sie wäre angesichts ihres sohnes zu boden gefallen wenn sie der schnell herzuspringende nicht aufgefangen hätte sie war nicht leicht zu halten und noch weniger leicht zu tragen aber der arme leopold den die ganze situation über sich hinaushob bewährte sich auch physisch und trug die mama bis ans sofa danach wollte er auf den kopf der elektrischen klingel drücken jenny war aber wie die meisten ohnmächtigen frauen doch nicht ohnmächtig genug um nicht genau zu wissen was um sie hervorging und so faßte sie denn seine hand zum zeichen daß das klingeln zu unterbleiben habe sie erholte sich auch rasch wieder griff nach dem vor ihr stehenden flagon mit kölnischem wasser und sagte nachdem sie sich die stirn damit betupft hatte also mit corinna ja mutter und alles nicht bloß zum spaß sondern um euch wirklich zu heiraten ja mutter und hier in berlin und in der luisenstädtschen kirche darin dein guter braver vater und ich getraut wurden ja mutter und immer wieder ja mutter es klingt als ob du nach kommando sprächst und als ob dir corinna gesagt hätte sage nur immer ja mutter nun leopold wenn es so ist so können wir beide unsere rollen rasch auswendig lernen du sagst in einem fort ja mutter und ich sage in einem fort nein leopold und dann wollen wir sehen wer's länger vorhält dein ja oder mein nein ich finde daß du es dir etwas leicht machst mama nicht daß ich wüsste wenn es aber so sein sollte so bin ich bloß deine gelehrige schülerin jedenfalls ist es ein operieren ohne umschweife wenn ein sohn vor seine mutter hintreten dir kurzweg erklärt ich habe mich verlobt so geht das nicht in guten häusern das mag beim theater so sein oder vielleicht auch bei kunst und wissenschaft worin die kluge corinna ja großgezogen ist und einige sagen sogar daß sie dem alten die hefte korrigiert aber wie dem auch sein möge bei kunst und wissenschaft mag das gehen und meinetwegen und wenn sie den alten professor ihren vater übrigens ein ehrenmann auch ihrerseits mit einem ich habe mich verlobt überrascht haben sollte nun so mag der sich freuen er hat auch grund dazu denn die treibels wachsen nicht auf bäumen und können nicht von jedem der vorbeigeht heruntergeschüttelt werden aber ich ich freue mich nicht und verbiete dir diese verlobung du hast wieder gezeigt wie ganz unreif du bist ja daß ich es ausspreche leopold wie knabenhaft liebe mama wenn du mich etwas mehr schonen könntest schonen hast du mich geschont als du dich auf diesen unsinn einließest du hast dich verlobt sagst du wem willst du das weismachen sie hat sich verlobt und du bist blot verlobt worden sie spielt mit dir und anstatt dir das zu verbitten küssest du ihr die hand und läßt dich einfangen wie ein gimpel nun ich hab es nicht hindern können aber das weitere das kann ich hindern und werde es hindern verlobt euch soviel ihr wollt aber wenn ich bitten darf im verschwiegenen und verborgenen an ein heraustreten damit ist nicht zu denken anzeichen erfolge nicht und wenn du deinerseits anzeigen machen willst so magst du die gratulationen in einem hotel gerne in empfang nehmen in meinem hause nicht in meinem hause existiert keine verlobung und keine corinna damit ist es vorbei das alte lied vom undank erfahr ich nun an mir selbst und muss erkennen dass man unklug daran tut personen zu verwöhnen und gesellschaftlich zu sich heraufzuziehen und mit dir steht es nicht besser auch du hättest mir diesen gram ersparen können und diesen skandal daß du verführt bist entschuldigt dich nur halb und nun kennst du meinen willen und ich darf wohl sagen auch deines vaters willen denn soviel torheiten er begeht in den fragen wo die ehre seines hauses auf dem spiele steht ist verlaß auf ihn und nun geh leopold und schlafe wenn du schlafen kannst ein gut gewissen ist ein gutes ruhekissen leopold biß sich auf die lippen und lächelte verbittert vor sich hin und bei dem was du vielleicht vor hast denn du lächelst und stehst schon trotzig da wie ich dich noch gar nicht gesehen habe was auch bloß der fremde geist und einfluß ist bei dem was du vielleicht vor hast leopold vergißt nicht daß der segen der eltern den kindern die häuser baut wenn ich dir raten kann sei klug und bringe dich nicht um einer gefährlichen person und einer flüchtigen laune willen um die fundamente die das leben tragen und ohne die es kein rechtes glück gibt leopold der sich zu seinem eigenen erstaunen all die zeit über durchaus nicht niedergeschmettert gefühlt hatte schienen einen augenblick antworten zu wollen ein blick auf die mutter aber deren erregung während sie sprach nur immer noch gewachsen war ließ ihn erkennen daß jedes wort die schwierigkeit der lage bloß steigern würde so verbeugte er sich denn ruhig und verließ das zimmer er war kaum hinaus als sich die kommerzienrätin von ihrem sofaplatz erhob und über den teppich hin auf und ab zu gehen begann jedesmal wenn sie wieder in die nähe des fensters kam blieb sie stehen und sah nach der mansarde und der immer noch in vollem lichte dastehenden blätter ihn hinüber bis ihr blick sich wieder senkte und dem bunten treiben der vor ihr liegenden straße zuwandte hier in ihrem vorgarten den linken arm von innen her auf die gitterstäbe gestützt stand ihr hausmädchen eine hübsche blondine die mit rücksicht auf leopolds moores beinah nicht angeschiert worden wäre und sprach lebhaft und unter lachen mit einem draußen auf dem trottoir steten cousin zog sich aber zurück als der eben vom buckenhagen kommende kommerzienrat in einer droschke vorfuhr und auf seine villa zuschritt einen blick auf die fenster reihe werfen sah sofort daß nur noch in seiner frau zimmer licht war was ihn mitbestimmte gleich bei ihr einzutreten um noch über den abend und seine mannigfachen erlebnisse berichten zu können die flaue stimmung der er anfänglich infolge der nationalzeitungskorrespondenz bei buckenhagens begegnet war war unter dem einfluß seiner liebenswürdigkeit rasch gewichen und das um so mehr als er den auch hier wenig gelittenen vogelsang schmunzeln preisgegeben hatte von diesem sieg zu erzählen trieb es ihn trotzdem er wußte wie jenny zu diesen dingen stand als er aber eintrat und die aufregung gewahr wurde darin sich seine frau ganz ersichtlich befand erstarb ihm das joviale guten abend jenny auf der zunge und ihr die hand reichen sagte er nur was ist vorgefallen jenny du siehst ja aus wie das leiden nein keine blasphemie du siehst ja aus als wäre dir die gerste verhagelt ich glaube treibe sagte sie während sie ihr auf und ab im zimmer fortsetzte du könntest dich mit deinen vergleichen etwas höher hinaufschrauben verhagelte gerste hat einen überaus ländlichen um nicht zu sagen bäuerlichen beigeschmack ich sehe das teubitz zossensche trägt bereits seine früchte liebe jenny die schuld liegt glaube ich weniger an mir als an dem sprach und bilderschatze deutscher nation alle wendungen die wir als ausdruck für verstimmungen und betrübnisse haben haben einen ausgesprochenen unterschichtscharakter und ich finde da zunächst nur noch den logerber dem die fälle weggeschwommen er stockte denn es traf ihn ein so böser blick daß er es doch für angezeigt hielt auf das suchen nach weiteren vergleichen zu verzichten auch nahm jenny selbst das wort und sagte deine rücksichten gegen mich halten sich immer auf derselben höhe du siehst daß ich eine alteration gehabt habe und die form in die du deine teilnahme kleidest ist die geschmackloser vergleiche was meiner erregung zugrunde liegt scheint deine neugier nicht sonderlich zu wecken doch doch jenny du darfst das nicht übel nehmen du kennst mich und weißt wie das alles gemeint ist alteration das ist ein wort das ich nicht gern höre gewiß wieder was mit anna kündigung oder liebesgeschichte wenn ich nicht ihre stand sie nein treibel das ist es nicht anna mag tun was sie will und meinetwegen ihr leben als spreewälderin beschließen ihr vater der alte schulmeister kann dann an seinem enkel erziehen was er an seiner tochter versäumt hat wenn mich liebesgeschichten alterieren sollen so müssen sie von anderer seite kommen also doch liebesgeschichten nun sage wer leopold alle wetter und man konnte nicht heraushören ob treibel bei dieser namensnennung mehr in schreck oder freude geraten war leopold ist das möglich es ist mehr als möglich es ist gewiß denn vor einer viertelstunde war er selber hier um mich diese liebesgeschichte wissen zu lassen merkwürdiger junge er hat sich mit corinna verlobt es war ganz unverkennbar daß die kommerzienrätin eine große wirkung von dieser mitteilung erwartete welche wirkung aber durchaus ausblieb treibels erstes gefühl war das einer heiter angeflogenen enttäuschung er hatte was von kleiner subrette oder vielleicht auch von jungfrau aus dem volk erwartet und stand nun vor einer ankündigung die nach seinen unbefangenen anschauungen alles andere als schreck und entsetzen hervorrufen konnte corinna sagte er und schlanklich verlobt und ohne mama zu fragen teufelsjunge man unterschätzt doch immer die menschen und am meisten die eigenen kinder was soll das dies ist keine stunde wo sich's für dich schickt in einer noch nach buckenhagen schmeckenden stimmung ernste fragen zu behandeln du kommst nach haus und findest mich in einer großen erregung und im augenblicke wo ich dir den grund dieser erregung mitteile findest du's angemessen allerlei sonderbare scherze zu machen du musst doch fühlen dass das einer lächerlich machung meiner person und meiner gefühle ziemlich gleich kommt und wenn ich deine ganze haltung recht verstehe so bist du weit ab davon in dieser sogenannten verlobung einen skandal zu sehen darüber möchte ich gewißheit haben ehe wir weitersprechen ist es ein skandal oder nicht nein und du wirst leopold nicht darüber zur rede stellen nein und bist nicht empört über diese person nicht dem geringsten über diese person die deiner und meiner freundlichkeit sich absolut unwert macht und nun ihre bettlade denn um viel was anderes wird es sich nicht handeln in das treibelsche haus tragen will treibel lachte sie jenny diese redewendung ist dir gelungen und wenn ich mir mit meiner fantasie die mein unglück ist die hübsche corinna vorstelle wie sie sozusagen zwischen die längsbretter eingeschirrt ihre bettlade hierher ins treibelsche haus trägt so könnte ich eine viertelstunde lang lachen aber ich will doch lieber nicht lachen und dir daß du so sehr fürs ernste bist nun auch ein ernsthaftes wort sagen alles was du da so hinschmetterst ist erstens unsinnig und zweitens empörend und was es außerdem noch alles ist blind vergeßlich überheblich davon will ich gar nicht reden jenny war ganz blaß geworden und zitterte weil sie wohl wußte worauf das blind und vergeßlich abzielte treibel aber der ein guter und auch ganz kluger kerl war und sich aufrichtig gegen all den hochmut aufrichtete fuhr jetzt fort du sprichst da von undank und skandal und blamage und fehlt eigentlich bloß noch das wort unehre dann hast du den gipfel der herrlichkeit erklommen undank willst du da klugen immer heiteren immer unterhaltlichen person die wenigstens sieben felgen treus in die tasche steckt nächststehender an verwandten ganz geschweigen willst du der die datteln und apfelsinen nachrechnen die sie von unserer majolikaschüssel mit einer venus und einem cupido drauf beiläufig eine lächerliche pinselei mit ihrer zierlichen hand heruntergenommen hat und waren wir nicht bei dem guten alten professor unsererseits auch zu gast bei willibald der doch sonst ein herzblatt ist und haben wir uns seinen braune berger der ebenso gut war wie meiner oder doch nicht viel schlechter nicht schmecken lassen und warst du nicht ganz ausgelassen und hast du nicht an dem klimperkasten der da in der putzstube steht deine alten lieder runtergesungen nein jenny komme mir nicht mit solchen geschichten da kann ich auch mal ärgerlich werden jenny nahm seine hand und wollte ihn hindern weiter zu sprechen nein jenny noch nicht noch bin ich nicht fertig ich bin nun mal im zuge skandal sagst du und blamage nun ich sage dir nimm dich in acht dass aus der bloß eingebildeten blamage nicht eine wirkliche wird und das ich sage das weil du solche bilder liebst der pfeil nicht auf den schützen zurückfliegt du bist auf dem besten wege mich und dich in eine unsterbliche lächerlichkeit hinein zu buxieren wer sind wir denn wir sind weder die montmorencis noch die lusignans von denen nebenher bemerkt die schöne melusine stammen soll was dich vielleicht interessiert wir sind auch nicht die bismarcks oder die arnims oder sonst was merkisches von adel wir sind die treibels blutlaugensalz und eisenfitriol und du bist eine geborene bürstenbinder aus der adlerstraße bürstenbinder ist ganz gut aber der erste bürstenbinder kann unmöglich höher gestanden haben als der erste schmidt und so bitt ich dich denn jenny keine übertreibungen und wenn es sein kann lass den ganzen kriegsplan fallen und nimm Corinna mit so viel fassung hin wie du helene hingenommen hast es ist ja nicht nötig dass sie schwiegermutter und schwiegertochter furchtbar lieben sie heiraten sich ja nicht es kommt auf die an die den mut haben sich dieser ernsten und schwierigen aufgabe aller persönlichst unterziehen zu wollen jenny war während dieser zweiten hälfte von treibels philippica merkwürdig ruhig geworden was in einer guten kenntnis des charakters ihres mannes seinen grund hatte sie wusste dass er in einem überhohen grade das bedürfnis und die gewohnheit des sich aussprechens hatte und dass sich mit ihm erst wieder reden ließ wenn gewisse gefühle von seiner seele heruntergeredet waren es war ihr schließlich ganz recht daß dieser akt innerlicher selbstbefreiung so rasch und so gründlich begonnen hatte was jetzt gesagt worden war brauchte morgen nicht mehr gesagt zu werden war abgetan und gestattete den ausblick auf friedlichere verhandlungen treibel war sehr der mann der betrachtung aller dinge von zwei seiten her und so war jenny denn völlig überzeugt davon dass er über nacht dahin gelangen würde die ganze leopoldsche verlobung auch mal von der kehrseite her anzusehen sie nahm deshalb seine hand und sagte treibel laß uns das gespräch morgen früh fortsetzen ich glaube daß du bei ruhigerem blute die berechtigung meiner anschauungen nicht verkennen wirst jedenfalls rechne nicht darauf mich andern sinnes zu machen ich wollte dir als dem manne der zu handeln hat selbstverständlich auch in dieser angelegenheit nicht vorgreifen lehnst du jedoch jedes handeln ab so handle ich selbst auf die gefahr deiner nichtzustimmung tu was du willst und damit warf treibel die tür ins schloss und ging in sein zimmer hinüber als er sich in den fauteuil warf brummte er vor sich hin wenn sie am ende doch recht hätte man konnte es anders sein der gute treibel er war doch auch seinerseits das produkt dreier im fabrikbetrieb im reicher gewordenen generationen und aller guten geistes und herzensans lagen unerachtet und trotz eines politischen gastspiels auf der bühne teubitz zossen der bourgeois steckte ihm wie seiner sentimentalen frau tief im geblüt ende des zwölften kapitels dreizehntes und vierzehntes kapitel am andern morgen war die kommerzienrätin früher auf als gewöhnlich und ließ von ihrem zimmer aus zu treibel hinüber sagen daß sie das frühstück allein nehmen wolle treibel schob es auf die verstimmung vom abend vorher ging aber darin fehl da jene ganz aufrichtig vorhatte die durch verbleib auf ihrem zimmer freigewordene halbe stunde zu einem brief an hildegard zu benutzen es galt eben wichtigeres heute als kaffee mußevoll und friedlich oder vielleicht auch unter fortgesetzter kriegführung einzunehmen und wirklich kaum daß sie die kleine tasse geleert und auf das tablett zurückgeschoben hatte so vertauschte sie auch schon den sofaplatz mit ihrem platz am schreibtisch und ließ die feder mit rasender schnelligkeit über verschiedene kleine bogen hingleiten von denen jeder nur die größe einer handfläche gott sei dank aber eben die herkömmlichen vier seiten hatte briefe wenn ihr die stimmung nicht fehlte gingen ihr immer leicht von der hand aber nie so wie heute und ehe noch die kleine konsoluhr die neunte stunde schlug schob sie schon die bogen zusammen klopfte sie auf der tischplatte wie ein spielkarten zurecht und überlas noch einmal mit halblauter stimme das geschriebene liebe hildegard seit wochen tragen wir uns damit unseren seit lange gehegten wunsch erfüllt und dich wieder mal unter unserem dache zu sehen bis in den mai hinein hatten wir schlechtes wetter und von einem lenz der mir die schönste jahreszeit bedeutet konnte kaum die rede sein aber seit beinah vierzehn tagen ist es anders in unserem garten schlagen die nachtigallen was du wie ich mich sehr wohl erinnere so sehr liebst und so bitten wir dich herzlich dein schönes hamburg auf ein paar wochen verlassen und uns deine gegenwart schenken zu wollen treibel vereinigt seine wünsche mit den meinigen und leopold schließt sich an von deiner schwester helene bei dieser gelegenheit und in diesem sinne zu sprechen ist überflüssig denn ihre herzlichen gefühle für dich kennst du so gut wie wir sie kennen gefühle die wenn ich recht beobachtet habe gerade neuerdings wieder in einem beständigen wachsen begriffen sind es liegt so dass ich so weit das in einem briefe möglich ausführlicher darüber zu dir sprechen möchte mitunter wie ich sie so blasse so gut ihr gerade diese blässe kleidet tut mir doch so das innerste herz weh und ich habe nicht den mut nach der ursache zu fragen otto ist es nicht dessen bin ich sicher denn er ist nicht nur gut sondern auch rücksichtsvoll und ich empfinde dann allen möglichkeiten gegenüber ganz deutlich dass es nichts anderes sein kann als heimweh ach mir nur zu begreiflich und ich möchte dann immer sagen reise helene reise heute reise morgen und sei versichert daß ich mich wie des wirtschaftlichen überhaupt so auch namentlich der weißzeugblätterei nach besten kräften annehmen werde gerade so ja mehr noch als wenn es für treibel wäre der in diesen stücken auch so diffizil ist diffiziler als viele andere berliner aber ich sage das alles nicht weil ich ja weiß daß helene lieber auf jedes andere glück verzichtet als auf das glück das in dem bewußtsein erfüllter pflicht liegt vor allem dem kinde gegenüber lizzi mit auf die reise zu nehmen wo dann doch die schulstunden unterbrochen werden müssten ist fast ebenso undenkbar wie lizzi zurückzulassen das süße kind wie wirst du dich freuen sie wiederzusehen immer vorausgesetzt daß ich mit meiner bitte keine fehlbitte tue denn fotografien geben doch nur ein sehr ungenügendes bild namentlich bei kindern deren ganzer zauber in einer durchsichtigen hautfarbe liegt der teint nuanciert nicht nur den ausdruck er ist der ausdruck selbst denn wie krola dessen du dich vielleicht noch erinnerst erst neulich wieder behauptete der zusammenhang zwischen teint und seele sei geradezu merkwürdig was wir dir bieten können meine süße hildegard wenig eigentlich nichts die beschränktheit unserer räume kennst du treibel hat außerdem eine neue passion ausgebildet und will sich wählen lassen und zwar in einem landkreise dessen sonderbaren etwas wendisch klingenden namen ich deiner geografie kennt es nicht zumute trotzdem ich wohl weiß daß auch eure schulen wie mir felgentreu freilich keine autorität auf diesem gebiete erst ganz vor kurzem wieder versicherte den unsrigen überlegen sind wir haben zurzeit eigentlich nichts als die jubiläumsausstellung in der die firma dreher aus wien die bewirtung übernommen hat und hart angegriffen wird aber was griffe der berliner nicht an daß die seidel zu klein sind kann einer dame wenig bedeuten und ich wüßte wirklich kaum etwas was vor der eingebildetheit unserer bevölkerung sicher wäre nicht einmal euer hamburg und daß ich nicht denken kann ohne daß mir das herz lacht ach eure herrliche buten alster und wenn dann abends die lichter und die sterne darin flimmern ein anblick der den der sich seiner freuen darf jedesmal dem irdischen wie entrückt aber vergiss es liebe hildegard sonst haben wir wenig aussicht dich hier zu sehen was doch ein aufrichtiges bedauern bei allen treibels hervorrufen würde am meisten bei deiner dich innig liebenden freundin und tante jenny treibel leopold reitet jetzt viel jeden morgen nach treptow und auch nach dem eierhäuschen erklagt daß er keine begleitung dabei habe hast du noch deine alte passion ich sehe dich noch so hinfliegen du wildfang wenn ich ein mann wäre dich einzufangen würde mir das leben bedeuten übrigens bin ich sicher das andere ebenso denken und wir würden längst den beweis davon in händen haben wenn du weniger wählerisch wärst sei es nicht förder und vergiss die ansprüche die du machen darfst deine j t jenny faltete jetzt die kleinen bogen und tat sie in ein couvert das vielleicht um auch schon äußerlich ihren friedenswunsch anzudeuten eine weiße taube mit einem ölzweich zeigte dies war umso angebrachter als hildegard mit helenen in lebhafter korrespondenz stand und recht gut wußte wie bisher wenigstens die wahren gefühle der treibels und besonders die der frau jenny gewesen waren die rätin hatte sich eben erhoben um nach der am abend vorher etwas angezweifelten anna zu klingen als sie wie von ungefähr ihren blick auf den vorgarten richtend ihrer schwiegertochter ansichtig wurde die rasch vom gitter her auf das haus zuschritt draußen hielt eine droschke zweiter klasse geschlossen und das fenster in die höhe gezogen trotzdem es sehr warm war einen augenblick danach trat helene bei der schwiegermutter ein und umarmte sie stürmisch dann warf sie sommermantel und gartenhut beiseite und sagte während sie ihre umarmung wiederholte ist es denn wahr ist es möglich jenny nickte stumm und sah nun erst dass helene noch im morgenkleide und der scheitel noch nicht eingeflochten war sie hatte sich also wie sie da ging und stand im selben moment wo die große nachricht auf dem holzhofe bekannt geworden war sofort auf den weg gemacht und zwar in der ersten besten droschke das war etwas und angesichts dieser tatsache fühlte jenny das eis hinschmelzen das acht jahre lang ihr schwiegermutterherz umgürtet hatte zugleich traten ihr tränen in die augen helene sagte sie was zwischen uns gestanden hat ist fort du bist ein gutes kind du fühlst mit uns ich war mitunter gegen dies und das untersuchen wir nicht ob mit recht oder unrecht aber in solchen stücken ist verlaß auf euch und ihr wisst sinn von unsinn zu unterscheiden von deinem schwiegervater kann ich dies leider nicht sagen indessen ich denke das ist nur übergang und er wird sich geben unter allen umständen lass uns zusammenhalten mit leopold persönlich das hat nichts zu bedeuten aber diese gefährliche person die vor nichts erschrickt und dabei ein selbstbewusstsein hat dass man drei prinzessinnen damit ausschlaffieren könnte gegen die müssen wir uns rüchten glaube nicht daß es uns leicht machen wird sie hat ganz den professoren tochter dünkel und ist imstande sich einzubilden daß sie dem hause treibel noch eine ehre antut eine schreckliche person sagte helene wenn ich an den tag denke mit dir mr nelson wir hatten eine todesangst dass nelson seine reise verschieben und um sie anhalten würde was daraus geworden wäre weiß ich nicht bei den beziehungen ottos zu der liverpooler firma vielleicht verhängnisvoll für uns nun gott sei dank daß es vorübergegangen vielleicht immer noch besser so so können wir seine famille austragen und den alten professor fürchte ich nicht den habe ich von alter zeit her am wendel er muss mit in unser lager hinüber und nun muss ich fort kind um toilette zu machen aber noch ein hauptpunkt eben habe ich an deine schwester hildegard geschrieben und sie herzlich gebeten uns mit nächstem ihren besuch zu schenken bitte helene füge ein paar worte an deine mama hinzu und tue beides in das kuvert und adressiere damit ging die rätin und helene setzte sich an den schreibtisch sie war so bei der sache dass nicht einmal ein triumphierendes gefühl darüber mit ihren wünschen für hildegard nun endlich am ziele zu sein in ihr auftauchte nein sie hatte angesichts der gemeinsamen gefahr nur teilnahme für ihre schwiegermutter als der trägerin des hauses und nur hass für corinna was sie zu schreiben hatte war rasch geschrieben und nun adressierte sie mit schöner englischer handschrift in normalen schwung und rundlinien frau konsul thora munk geborene thompson hamburg uhlenhorst als die aufschrift getrocknet und der ziemlich ansehnliche brief mit zwei marken frankiert war brach helene auf kloppte nur noch leise an frau jennys toilettenzimmer und rief hinein ich geh jetzt liebe mama den brief nehm ich mit und gleich danach passierte sie wieder den vorgarten weckte den roschkenkutscher und stieg ein zwischen neun und zehn waren zwei rohrpostbriefe bei schmitz eingetroffen ein fall der in dieser seiner gedoppeltheit noch nicht dagewesen war der eine dieser briefe richtete sich an den professor und hatte folgenden kurzen inhalt lieber freund darf ich darauf rechnen sie heute zwischen zwölf und eins in ihrer wohnung zu treffen keine antwort gute antwort ihre ganz ergebene jenny treibel der andere nicht viel längere brief war an corinna adressiert und lautete liebe corinna gestern abend noch hatte ich ein gespräch mit der mama daß ich auf widerstand stieß brauch ich dir nicht erst zu sagen und es ist mir gewisser denn je daß wir schweren kämpfen entgegen gehen aber nichts soll uns trennen in meiner seele lebt eine hohe freudigkeit und gib mir mut zu allem das ist das geheimnis und zugleich die macht der liebe diese macht soll mich auch weiterführen und festigen trotz aller sorge dein überglücklicher leopold corinna legte den brief aus der hand armer junge was er da schreibt ist ehrlich gemeint selbst das mit dem mut aber ein hasen ohr guckt doch doch nun wir müssen sehen halte was du hast ich gebe nicht nach corinna verbrachte den vormittag unter fortgesetzten selbstgesprächen mitunter kam die schmolke sagte aber nichts und beschränkte sich auf kleine wirtschaftliche fragen der professor seinerseits hatte zwei stunden zu geben eine griechische und eine deutsche romantische schule novelis und war bald nach zwölf wieder zurück er schritten seinem zimmer auf und ab wechselnd mit einem ihm in seiner schlusswendung absolut unverständlich gebliebenen novelis gedicht und dann wieder mit dem so feierlich angekündigten besuche seiner freundin jenny beschäftigt es war kurz vor eins als ein wagen gerumpel auf dem schlechten steinpflaster unten ihn annehmen ließ sie werde es sein und sie war es diesmal allein ohne fräulein honig und ohne den bologneser sie öffnete selbst den schlag und stieg dann langsam und bedächtig als ob sie sich ihre rolle noch einmal überhöre die steinstufen der außentreppe hinauf eine minute später hörte schmidt die klingel gehen und gleich danach meldete die schmolke frau kommerzien rätin treibel schmidt ging ihr entgegen etwas weniger unbefangen als sonst küßte ihr die hand und bat sie auf seinem sofa dessen tiefste kesselstelle durch ein großes lederkissen einigermaßen abplaniert war platz zu nehmen er selber nahm einen stuhl setzte sich ihr gegenüber und sagte was verschafft mir die ehre liebe freundin ich nehme an dass etwas besonderes vorgefallen ist das ist es lieber freund und ihre worte lassen mir keinen zweifel darüber daß fräulein corinna noch nicht für gut befunden hat sie mit dem vorgefallenen bekannt zu machen fräulein corinna hat sich nämlich gestern abend mit meinem sohne leopold verlobt ah sagte schmidt in einem ton der ebensogut freude wie schreck ausdrücken konnte fräulein corinna hat sich gestern auf unserer grune waldpartie die vielleicht besser unterblieben wäre mit meinem sohn leopold verlobt nicht umgekehrt leopold tut keinen schritt ohne mein wissen und willen am wenigsten einen so wichtigen schritt wie eine verlobung und so muss ich denn zu einem lebhaften bedauern von etwas abgekartetem oder einer gestellten falle ja verzeihung lieber freund von einem wohl überlegten überfall sprechen die starke wort gab dem alten schmidt nicht nur seine seelenruhe sondern auch seine ungewöhnliche heiterkeit wieder er sah daß er sich in seiner alten freundin nicht getäuscht hatte daß sie völlig unverändert die trotz lyrik und hochgefühle ganz ausschließlich auf äußerlichkeiten gestellte jenny bürstenbinder von ehedem war und daß seinerseits unter selbstverständlicher wahrung artigster formen und anscheinend vollem entgegenkommen ein ton superioren übermutes angeschlagen und in die sich nun höchstwahrscheinlich entspinnende debatte hineingetragen werden müsse das war er sich das war ja corinna schuldig ein überfall meine gnädigste frau sie haben vielleicht nicht ganz unrecht es so zu nennen und daß es so gerade auf diesem terrain sein mußte sonderbar genug das dinge der art ganz bestimmten lokalitäten unveräußerlich anzuhaften scheinen alle bemühungen durch schwanenhäuser und kegelbahnen im stillen zu reformieren in der sache friedlich beizukommen erweitern sich als nutzlos und der frühere charakter dieser gegenden in sonderheit unseres alten übel beläumdeten grunewalds bricht immer wieder durch immer wieder aus dem steckreif erlauben sie mir gnädigste frau daß ich den derzeitigen junker generis feminini herbeirufe damit er seiner schuld geständig werde jenny biß auf die lippen und bedauerte das unvorsichtige wort das sie nun dem spotte preis gab es war aber zu spät zur umkehr und so sagte sie nur ja lieber professor es wird das beste sein corinna selbst zu hören und ich denke sie wird sich mit einem gewissen stolz dazu bekennen dem armen jungen das spiel über den kopf weggenommen zu haben wohlmöglich sagte schmidt und stand auf und rief in das entree hinein corinna kaum daß er seinen platz wieder eingenommen hatte so stand die von ihm gerufene auch schon in der tür verbeugte sich artig gegen die kommerzienrätin und sagte du hast gerufen papa ja corinna das hab ich eh wir aber weitergehen nimm einen stuhl und setze dich in einiger entfernung von uns denn ich möcht es auch äußerlich markieren daß du vorläufig eine angeklagte bist rücke in die fensternische da sehen wird nicht am besten und nun sage mir hat es seine richtigkeit damit daß du gestern abend im grunewald in dem ganzen junker übermut einer geborenen schmidt einen friedlich und unbewaffnet seines weges sehenden bürgersohn namens leopold treibel seiner besten barschaft beraubt hast lächelte dann trat sie vom fenster her an den tisch heran und sagte nein papa das ist grundfalsch es hat alles den landesüblichen verlauf genommen und wir sind so regelrecht verlobt wie man nur verlobt sein kann ich bezweifle das nicht frauen corinna sagte jenny leopold selbst betrachtet sich als ihren verlobten ich sage nur das eine daß sie das überlegenheitsgefühl daß ihnen ihre jahre nicht meine jahre ich bin jünger daß ihnen ihre klugheit und ihr charakter geben daß sie diese überlegenheit dazu benutzt haben den armen jungen willenlos zu machen und ihn für sich zu gewinnen nein meine gnädigste frau das ist ebenfalls nicht ganz richtig wenigstens zunächst nicht daß es schließlich doch vielleicht richtig sein wird darauf müssen sie mir erlauben weiterhin zurückzukommen gut corinna gut sagte der alte fahre nur fort also zunächst also zunächst unrichtig meine gnädige frau denn wie kam es ich sprach mit leopold von seiner nächsten zukunft und beschrieb ihm einen hochzeitszug absichtlich in unbestimmten umrissen und ohne namen zu nennen und als ich zuletzt namen nennen mußte da war es blanke näse wo die gäste zum hochzeitsmale sich sammelten und es war die schöne hildegard munk die wie eine königin gekleidet als braut neben ihrem bräutigam saß und dieser bräutigam war ihr leopold meine gnädigste frau selbiger leopold aber wollte von alledem nichts wissen und ergriff meine hand und machte mir einen antrag in aller form und nachdem ich ihn an seine mütter erinnert und mit dieser erinnerung kein glück gehabt hatte da haben wir uns verlobt ich glaube das fräulein corinna sagte die rätin ich glaube das ganz aufrichtig aber schließlich ist das doch alles nur eine komödie sie wußten ganz gut daß er ihnen vor hildegard den vorzug gab und sie wußten nur zu gut daß sie je mehr sie das arme kind die hildegard in den vordergrund stellten desto gewisser um nicht so zu sagen desto leidenschaftlicher denn er ist nicht eigentlich ein mann der leidenschaften desto gewisser sag ich würde er sich auf ihre seite stellen und sich zu ihnen bekennen ja gnädigste frau das wußte ich oder wußtest doch beinah es war noch kein wort in diesem sinne zwischen uns gesprochen aber ich glaube trotzdem und seit einiger zeit schon dass er glücklich sein würde mich seine braut zu nennen und durch die klug und berechnend ausgesuchte geschichte mit dem hamburger hochzeitzug haben sie eine erklärung herbeizuführen gewußt ja meine gnädigste frau das hab ich und ich meine das alles war mein gutes recht und wenn sie nun dagegen und wie mir's scheint ganz ernsthaft ihren protest erheben wollen erschrecken sie da nicht vor ihrer eigenen forderung vor der zumutung ich hätte mich jedes einflusses auf ihren sohn enthalten sollen ich bin keine schönheit habe nur eben das durchschnittsmaß aber nehmen sie so schwer es ihnen werden mag für einen augenblick einmal an ich wäre wirklich so was wie eine schönheit eine botee der ihr herr sohn nicht hätte widerstehen können so würden sie von mir verlangt haben mir das gesicht mit ätzlauge zu zerstören bloß damit ihr sohn mein verlobter nicht in eine durch mich gestellte schönheit falle fiele corinna lächelte der alte nicht zu scharf die rätin ist unter unserm dach sie würden das nicht von mir verlangt haben so wenigstens nehme ich vorläufig an vielleicht in überschätzung ihrer freundlichen gefühle für mich und doch verlangen sie von mir daß ich mich dessen begebe was die natur mir gegeben hat ich habe meinen guten verstand und bin offen und frei und übe damit eine gewisse wirkung auf die männer aus mitunter auch gerade auf solche denen das fehlt was ich habe soll ich mich dessen entkleiden soll ich mein pfund vergraben soll ich das bißchen licht das mir geworden unter den scheffel stellen verlangen sie daß ich bei begegnungen mit ihrem sohne wie eine nonne dasitze bloß damit das haustreibel vor einer verlobung mit mir bewahrt bleibe erlauben sie mir gnädigste frau und sie müssen meine worte meinem erregten gefühle das sie herausgefordert zugute halten erlauben sie mir ihnen zu sagen daß ich das nicht bloß hochmütig und höchst verwerflich daß ich es vor allem auch ridicül finde denn wer sind die treibels berliner blaufabrikanten mit einem ratstitel und ich ich bin eine schmidt eine schmidt wiederholte der alte wilibald freudig gleich danach hinzufügend und nun sagen sie liebe freundin wollen wir nicht lieber abbrechen und alles den kindern und einer gewissen ruhigen historischen entwicklung überlassen nein mein lieber freund das wollen wir nicht wollen nichts der historischen entwicklung und noch weniger der entscheidung der kinder überlassen was gleichbedeutend wäre mit der entscheidung der fräule corinna dies zu hindern deshalb bin ich eben hier ich hoffte bei den erinnerungen die zwischen uns leben ihrer zustimmung und unterstützung sicher zu sein sehe mich aber getäuscht und werde meinen einfluß der hier gescheitert auf meinen sohn leopold beschränken müssen ich fürchte sagte corinna dass er auch da versagt was lediglich davon abhängen wird ob er sie sieht oder nicht er wird mich sehen vielleicht vielleicht auch nicht und darauf erhob sich die kommerzienrätin und ging ohne dem professor die hand gereicht zu haben auf die tür zu hier wandte sie sich noch einmal und sagte zu corinna corinna lassen sie uns vernünftig reden ich will alles vergessen lassen sie den jungen wieder los er paßt nicht einmal für sie und was das haustreibel angeht so haben sie's eben in einer weise charakterisiert daß es ihnen kein opfer kosten kann darauf zu verzichten aber meine gefühle gnädigste frau bah lachte jenny daß sie so sprechen können zeigt mir deutlich daß sie keine haben und daß alles bloßer übermut oder vielleicht auch eigensinn ist daß sie sich dieses eigensinns begeben mögen wünsche ich ihnen und uns denn es kann zu nichts führen eine mutter hat auch einfluss auf einen schwachen menschen und ob leopold lust hat seine flitterwochen in einem aalbecker fischerhause zu verbringen ist mir doch zweifelhaft und daß das haustreibel ihnen keine villa in capri bewilligen wird dessen dürfen sie gewiss sein und dabei verneigte sie sich und trat in das entrée hinaus corinna blieb zurück schmidt aber gab seiner freundin das geleit bis an die treppe adieu sagte die rätin ich bedauere lieber freund daß dies zwischen uns treten und die herzlichen beziehungen so vieler vieler jahre stören mußte meine schuld ist es nicht sie haben corinna verwöhnt und das töchterchen schlägt nun einen spöttischen und überheblichen ton an und ignoriert wenn nichts anderes so durch die jahre die mich von ihr trennen impietät ist der charakter unserer zeit schmidt ein schelm gefiel sich darin bei dem worte impietät ein betrübtes gesicht aufzusetzen ach liebe freundin sagte er sie mögen wohl recht haben aber nun ist es zu spät ich bedauere dass es unserem hause vorbehalten war ihnen einen kummer wie diesen um nicht zu sagen eine kränkung anzutun freilich wie sie schon sehr richtig bemerkt haben die zeit alles will über sich hinaus und strebt nach höheren staffeln die die vorsehung wahrlich nicht wollte jenny nickte gott bessere es lassen sie uns das hoffen und damit trennten sie sich in das zimmer zurückgekehrt umarmte schmidt seine tochter gab ihr einen kuß auf die stirn und sagte corinna wenn ich nicht professor wäre so würde ich am ende sozialdemokrat im selben augenblick erschien auch die schmolke sie hatte nur das letzte wort gehört und erratend um was es sich handle sagte sie ja das hat der schmolke auch immer gesagt ende des dreizehnten kapitels vierzehntes kapitel der nächste tag war ein sonntag und die stimmung in der sich das treibelsche haus befand konnte nur noch dazu beitragen dem tage zu seiner herkömmlichen ötheit ein beträchtliches zuzulegen jeder miet den andern die kommerzienrätin beschäftigte sich damit briefe karten und fotografien zu ordnen leopold saß auf seinem zimmer und las goethe was ist nicht nötig zu verraten und treibel selbst ging im garten um das bassin herum und unterhielt sich wie meist in solchen fällen mit der honig er ging dabei so weit sie ganz ernsthaft nach krieg und frieden zu fragen allerdings mit der vorsicht sich eine art präliminar antwort gleich selbst zu geben in erster reihe stehe fest dass es niemand wisse selbst der leitende staatsmann nicht er hatte sich diese phrase bei seinen öffentlichen reden angewöhnt aber eben weil es niemand wisse sei man auf sentiments angewiesen und darin sei niemand größer und zuverlässiger als die frauen es sei nicht zu leugnen daß das weibliche geschlecht was pythisches habe ganz abgesehen von jenem orakelhaften niederer observanz das noch so nebenher laufe die honig als sie schließlich zu worte kam fasste ihre politische diagnose dahin zusammen sie sähe nach westen hin einen klaren himmel während es im osten finster braue ganz entschieden und zwar sowohl oben wie unten wiederholte treibel o wie wahr und das oben bestimmt das unten und das unten bestimmt das oben ja fräulein honig damit haben wir's getroffen und chicka das hündchen das natürlich auch nicht fehlte blaffte dazu so ging das gespräch zu gegenseitiger zufriedenheit treibel aber schien doch eher abgeneigt aus diesem weisheitsquell andauernd zu schöpfen und zog sich nach einiger zeit auf sein zimmer und seine zigarre zurück ganz halensee verwünschend daß mit seiner kaffeeklappe diese häusliche mißstimmung und diese sonntags extra langeweile heraufbeschworen habe gegen mittag traf ein an ihn adressiertes telegramm ein dank für brief ich komme morgen mit dem nachmittagszug eure hildegard er schickte das telegramm aus dem er überhaupt erst von der erfolgten einladung erfuhr an seine frau hinüber und war trotzdem er das selbständige vorgehen derselbe etwas sonderbar fand doch auch wieder aufrichtig froh nunmehr einen gegenstand zu haben mit dem er sich in seiner fantasie beschäftigen konnte hildegard war sehr hübsch und die vorstellung innerhalb der nächsten wochen ein anderes gesicht als das der honig auf seinen garten spaziergängen um sich zu haben tat ihm wohl er hatte nun auch einen gesprächsstoff und während ohne diese depesche die mittagsunterhaltung wahrscheinlich sehr kümmerlich verlaufen oder vielleicht ganz ausgefallen wäre war es jetzt wenigstens möglich ein paar fragen zu stellen er stellte diese fragen auch wirklich und alles machte sich ganz leidlich nur leopold sprach kein wort und war froh als er sich vom tische erheben und zu seiner lektüre zurückkehren konnte leopolds ganze haltung gab überhaupt zu verstehen dass er über sich bestimmen zu lassen für der nicht mehr willens sei trotzdem war ihm klar dass er sich den repräsentationspflichten des hauses nicht entziehen und also nicht unterlassen dürfe hildegard am anderen nachmittag auf dem bahnhof zu empfangen er war pünktlich da begrüßte die schöne schwägerin und absolvierte die landesübliche fragenreihen nach dem befinden und den sommerplänen der familie während einer der von ihm engagierten gepäckträger erst die droschke dann das gepäck besorgte dasselbe bestand nur aus einem einzigen koffer mit messingbeschlag dieser aber war von solcher größe daß er als er hinaufgewuchtet war der dahinrollenden droschke den charakter eines hauses von zwei etagen gab unterwegs wurde das gespräch von seiten leopolds wieder aufgenommen erreichte seinen zweck aber nur unvollkommen weil seine stark hervortretende befangenheit seiner schwägerin nur grund zur heiterkeit gab und nun hielten sie vor der villa die ganze treibelei stand am gitter und als die herzlichsten begrüßungen ausgetauscht und die nötigsten toiletten arrangements in fliegender eile das heißt ziemlich mußevoll gemacht worden waren erschien hildegard auf der veranda wo man inzwischen den kaffee serviert hatte sie fand alles himmlisch was auf empfang strenger instruktionen von seiten der frau konsul thora munk hindeutete die sehr wahrscheinlich unterdrückung alles hamburgischen und achtung vor berliner empfindlichkeiten als erste regel empfohlen hatte keine parallelen wurden gezogen und beispielsweise gleich das kaffee service rundweg bewundert eure berliner muster schlagen jetzt alles aus dem felde selbst sèvres wie reizend diese grec porte leopold stand in einiger entfernung und hörte zu bis hildegard plötzlich abbrach und allem was sie gesagt nur noch hinzusetzte scheidet mich im übrigen nicht dass ich in einem fort von dingen spreche für die sich ja morgen auch noch zeit finden würde grec porte und sèvres und meissen und zwiebelmuster aber leopold ist schuld er hat unsere konversation in der droschke so streng wissenschaftlich geführt daß ich beinahe in verlegenheit kam ich wollte gern von litzi hören und denkt euch er sprach nur von anschluß und radialsystem und ich genierte mich zu fragen was es sei der alte treibel lachte die kommerzienrätin aber verzog keine miene während über leopolds blasses gesicht eine leichte röte flog so verging der erste tag und hildegards unbefangenheit die man sich zu stören wohl hütete schien auch noch weiter leidliche tage bringen zu sollen alles um so mehr als es die kommerzienrätin an aufmerksamkeiten jeder art nicht fehlen ließ ja sie verstieg sich zu höchst wertvollen geschenken was sonst ihre art nicht war ungeachtet all dieser anstrengungen aber und trotzdem dieselben wenn man nicht tiefer nachforschte von wenigstens halben erfolgen begleitet waren wollte sich ein recht eigentliches behagen nicht einstellen selbst bei treibel nicht auf dessen rasch wiederkehrende gute laune bei seinem glücklichen naturell mit einer art sicherheit gerechnet war ja diese gute laune sie blieb aus mancherlei gründen aus unter denen gerade jetzt auch der war daß die zossen teupitzer wahlkampagne mit einer totalen niederlage vogelsangs geendigt hatte dabei mehrten sich die persönlichen angriffe gegen treibel anfangs hatte man diesen wegen seiner großen beliebtheit rücksichtsvoll außer spiel gelassen bis die taktlosigkeiten seines agenten ein weiteres schonen unmöglich machten es ist unzweifelhaft ein unglück so hieß es in den organen der gegenpartei so beschränkt zu sein wie leutnant vogelsang aber eine solche beschränktheit in seinen dienst zu nehmen ist eine missachtung gegen den gesunden menschenverstand unseres kreises die kandidatur treibel scheitert einfach an diesem affront es sah nicht als so heiter aus bei den alten treibels was hildegard allmählich so sehr zu fühlen begann daß sie halbe tage bei den geschwistern zubrachte der holzhof war überhaupt hübscher als die fabrik und litze geradezu reizend mit ihren langen weißen strümpfen einmal waren sie auch rot wenn sie so herankam und die tante hildegard mit einem knicks begrüßte flüsterte diese der schwester zu quite english hellen und man lächelte sich dann glücklich an ja es waren lichtblicke wenn litze aber dann wieder fort war war auch zwischen den schwestern von unbefangener unterhaltung keine rede mehr weil das gespräch die zwei wichtigsten punkte nicht berühren durfte die verlobung leopolds und den wunsch aus dieser verlobung mit guter manier herauszukommen ja es sah nicht heiter aus bei den treibels aber bei den schmids auch nicht der alte professor war eigentlich weder in sorge noch in verstimmung lebte vielmehr umgekehrt der überzeugung daß ich nun alles bald zum bessern wenden werde diesen prozeß aber still sich vollziehen zu lassen schien ihm ganz unerläßlich und so verurteilte er sich was ihm nicht leicht wurde zu unbedingtem schweigen die schmolke war natürlich ganz entgegengesetzter ansicht und hielt wie die meisten alten berlinerinnen außerordentlich viel von sich aussprechen je mehr und je öfter desto besser ihre nach dieser seite hin abzielenden versuche verliefen aber resultatlos und corinna war nicht zum sprechen zu bewegen wenn die schmolke begann ja corinna was soll denn nun eigentlich werden was denkst du dir denn eigentlich auf all das gab es keine rechte antwort vielmehr stand corinna wie am roulette und wartete mit verschränkten armen wohin die kugel fallen würde sie war nicht unglücklich aber äußerst unruhig und unmutig vor allem wenn sie der heftigen streitszene gedachte bei der sie doch vielleicht zu viel gesagt hatte sie fühlte ganz deutlich daß alles anders gekommen wäre wenn die rätin etwas weniger herbheit sie selber aber etwas mehr entgegenkommen gezeigt hätte ja da hätte sich dann ohne sonderliche mühe frieden schließen und das bekenntnis einer gewissen schuld weil alles bloß berechnung gewesen allenfalls ablegen lassen aber freilich im selben augenblicke wo sie neben dem bedauern über die hochmütige haltung der rätin vor allem und in erster reihe sich selber der schuld zieh in eben diesem augenblicke mußte sich doch auch wieder sagen daß ein wegfall alles dessen was ihr vor ihrem eigenen gewissen in dieser angelegenheit als fragwürdig erschien in den augen der rätin nichts gebessert haben würde diese schreckliche frau trotzdem sie beständig so tat und sprach war ja weit ab davon ihr wegen ihres spiels mit gefühlen einen ernsthaften vorwurf zu machen das war ja nebensache da lag es nicht und wenn sie diesen lieben und guten menschen wie sehr doch möglich war aufrechtig und von herzen geliebt hätte so wäre das verbrechen genau dasselbe gewesen diese rätin mit ihrem überheblichen nein hat mich nicht da getroffen wo sie mich treffen konnte sie weiß diese verlobung nicht zurück weil es mir an herz und liebe gebricht nein sie weiß sie nur zurück weil ich arm oder wenigstens nicht dazu angetan bin das treibelsche vermögen zu verdoppeln um nichts nichts weiter und wenn sie vor andern versichert oder vielleicht auch sich selber einredet ich sei ihr zu selbstbewusst und zu professorlich so sagt sie das nur weil sie gerade passt unter andern verhältnissen würde meine professorlichkeit mir nicht nur nicht schaden sondern ihr umgekehrt die höhe der bewunderung bedeuten so gingen corinnas reden und gedanken und um sich ihnen nach möglichkeit zu entziehen tat sie was sie seit lange nicht mehr getan und machte besuche bei den alten und jungen professorenfrauen am besten gefiel ihr wieder die gute ganz von wirtschaftlichkeit in anspruch genommene frau rindfleisch die jeden tag ihrer vielen pensionäre halber in die große markthalle ging und immer die besten quellen und die billigsten preise wußte die dann später der schmolke mitgeteilt in erster linie den ärger derselben zuletzt aber ihre bewunderung vor einer höheren wirtschaftlichen potenz weckten auch bei frau emmanuel schulze sprach corinna vor und fand dieselbe vielleicht weil friede bergsnahe bevorstehende ehescheidung ein sehr dankbares thema bildete auffallend nett und gesprächig immanuel selbst aber war wieder so groß sprecherisch und zynisch daß sie doch fühlte den besuch nicht wiederholen zu können und weil die woche so viele tage hatte so mußte sie sich zuletzt zu museum und nationalgalerie bequemen sie hatte keine rechte stimmung dafür im corneliussaal interessierte sie vor dem einen großen wandbilde nur die ganz kleine bredelle wo mann und frau den kopf aus der bettdecke strecken und im ägyptischen museum fand sie eine merkwürdige ähnlichkeit zwischen ramses und vogelsang wenn sie dann nach hause kam fragte sie jedes mal ob er da gewesen sei was heißen sollte war leopold da worauf die schmolke regelmäßig antwortete nein corinna keine menschenseele wirklich leopold hatte nicht den mut zu kommen und beschränkte sich daran jeden abend einen kleinen brief zu schreiben der dann am andern morgen auf ihrem frühstückstische lag schmidt sah lächelnd darüber hin und corinna stand dann wie von ungefähr auf um das brief hin in ihrem zimmer zu lesen liebe corinna der heutige tag verlief wie alle die mama scheint in ihrer gegnerschaft verharren zu wollen nun wir wollen sehen wer siegt hildegard ist viel bei helene weil niemand hier ist der sich recht um sie kümmert sie kann mir leid tun also junges und hübsches mädchen alles das reflutat solcher anzettelungen meine seele verlangt dich zu sehen und in der nächsten woche werden entschlüsse von mir gefaßt werdende volle klarheit schaffen mama wird sich wundern nur soviel ich erschrecke vor nichts auch vor dem äußersten nicht das mit dem vierten gebot ist recht gut aber es hat seine grenzen wir haben auch pflichten gegen uns selbst und gegen die die wir über alles lieben die leben und tod in unseren augen bedeuten ich schwanke noch wohin denke aber england da haben wir liverpool und mr nelson und in zwei stunden sind wir an der schottischen grenze schließlich ist es gleich wer uns äußerlich vereinigt sind er es durchlängst ihn uns wie mir das herz dabei schlägt ewig der deine leopold gorinna zerriss den brief in kleine streifen und warf sie so draußen ins kochloch es ist am besten so dann vergesse ich wieder was er heute geschrieben und kann morgen nicht mehr vergleichen denn mir ist als schrieb er jeden tag dasselbe sonderbare verlobung aber soll ich ihm einen vorwurf machen dass er kein held ist und mit meiner einbildung ihn zum helden umschaffen zu können ist es auch vorbei die niederlagen und demütigungen werden nun wohl ihren anfang nehmen verdient ich fürchte anderthalb wochen waren um und noch hatte sich im schmidschen hause nichts verändert der alte schwieg nach wie vor marzell kam nicht und leopold noch weniger und nur seine morgenbriefe stellten sich mit großer pünktlichkeit ein corinna las sie schon längst nicht mehr überflog sie nur und schob sie dann lächelnd in ihre morgenrocktasche wo sie zersessen und zerknittert wurden sie hatte zum troste nichts als die schmolke deren gesunde gegenwart ihr wirklich wohl tat wenn sie es auch immer noch vermied mit ihr zu sprechen aber auch das hatte seine zeit der professor war eben nach hause gekommen schon um elf denn es war mittwoch wo die klasse für ihn wenigstens um eine stunde früher schloß corinna sowohl wie die schmolke hatten ihn kommen und die drückertür geräuschvoll ins schloß fallen hören nahmen aber beide keine veranlassung sich weiter um ihn zu kümmern sondern blieben in der küche drin der helle juli sonnenschein lag und alle fensterflügel geöffnet waren an einem der fenster stand auch der küchentisch draußen an zwei haken hing ein kassenartiges blumenbrett eine jener merkwürdigen schöpfungen der holzschneidekunst wie sie berlin eigentümlich sind kleine löcher zu sternblumen zusammengestellt anstrich dunkelgrün in diesem kasten standen mehrere geranium und goldlacktöpfe zwischen denen hindurch die sperlinge huschten und sich in großstädtischer dreistigkeit auf den am fenster stehenden küchentisch setzten hier pickten sie vergnügt an allem herum und niemand dachte daran sie zu stören corinna dem mörser zwischen den knien war mit zimmelstoßen beschäftigt während die schmolke grüne kochbirnen der länge nach durchschnitt und beide gleiche hälften in eine große braune schüssel eine sogenannte reibe satte fallen ließ freilich zwei ganz gleiche hälften waren es nicht konnten es nicht sein weil natürlich nur eine hälfte den stengel hatte welcher stengel denn auch veranlassung zu beginn einer unterhaltung wurde wonach sich die schmolke schon seit lange sehnte sieh corinna sagte die schmolke dieser hier dieser lange das ist so recht ein stengel nach dem herzen deines vaters corinna nickte den kann er anfassen wie ne makaroni und hochhalten und alles von unten her aufessen es ist doch ein merkwürdiger mann ja das ist er ein merkwürdiger mann und voller schrullen und man muss ihn erst ausstudieren aber das merkwürdigste das ist doch das mit den langen stengeln und daß wir sie wenn es semmelpudding und birnen gibt nicht schälen dürfen und daß der ganze kriebsch mit kerne und alles drin bleiben muß er ist doch ein professor und ein sehr kluger mann aber das muß ich dir sagen corinna wenn ich meinem guten schmolke der doch nur ein ganz einfacher mann war mit so lange stengel und ungeschält und den ganzen kriebsch drin gekommen wäre ja da hätt es was gesetzt denn so gut er war wenn er dachte sie denkt wohl das ist gut genug dann wurde er falsch und machte sein dienstgesicht und sah aus als ob er mich arretieren wollte ja liebe schmolke sagte corinna das ist eben einfach die alte geschichte vom geschmack und das sich über geschmäcker nicht streiten läßt und dann ist es wohl auch die gewohnheit und vielleicht auch von gesundheits wegen lachte die schmolke nach höhere kind wenn einem so die hacheln in die kehle kommen und man sich verschluckert und man mitunter zu einem ganz fremden menschen sagen muß bitte kloppen sie mir mal ein bißchen aber hier ordentlich ins kreuz nein corinna da bin ich doch mehr für eine ausgekehrte malvasier die runter geht wie butter gesundheit stengel und schale was da von gesundheit ist das weiß ich nicht doch liebe schmolke manche können ob's nicht vertragen und fühlen sich geniert namentlich wenn sie wie papa hinterher auch noch die soße löffeln und da geht es nur ein mittel dagegen alles muß dranbleiben der stengel und die grüne schale die beiden die haben das adstringenz was das adstringenz das heißt das was zusammenzieht erst bloß die lippen und den mund aber dieser prozeß des zusammenziehens setzt sich dann durch den ganzen innern menschen hinfort und das ist dann das was alles wieder in ordnung bringt und vor schaden bewahrt ein sperling hatte zugehört und wie durchdrungen von der richtigkeit von corinnas auseinandersetzungen nahm einen stengel der zufällig abgebrochen war in den schnabel und flog damit auf das andere dach hinüber die beiden frauen aber verfielen in schweigen und nahmen erst nach einer viertelstunde das gespräch wieder auf das gesamtbild war nicht mehr ganz dasselbe denn corinna hatte mittlerweile den tisch abgeräumt und einen blauen zuckerbogen darüber ausgebreitet auf welchem zahlreiche alte semmeln lagen und daneben ein großes reibeisen dieses letztere nahm sie jetzt in die hand stemmte sich mit der linken schulter dagegen und begann nun ihre reibe tätigkeit mit solcher vehemenz daß die geriebene semmel über den ganzen blauen bogen hin steubte dann und wann unterbrach sie sich und schüttete die bröcken nach der mitte hin zu einem berg zusammen aber gleich danach begann sie von neuem und es hörte sich wirklich an als ob sie bei dieser arbeit allerlei mörderische gedanken habe die schmolke sah ihr von der seite her zu dann sagte sie corinna wen zerreibst du denn eigentlich die ganze welt und das ist viel und ich mit mich zuerst das ist recht denn wenn du erst recht zerrieben und recht mürbe bist dann wirst du wohl wieder zu verstande kommen nie man muß nie nie sagen corinna das war ein hauptsatz von schmolke und das muß wahr sein ich hab noch jedesmal gefunden wenn einer nie sagte dann ist es immer dich vorm umkippen und ich wollte dass es mit dir auch so wäre corinna seufzte sie corinna du weißt dass ich immer dagegen war denn es ist ja doch ganz klar dass du deinen vetter marzell heiraten mußt liebe schmolke nur kein wort von dem ja das kennt man das ist das unrechtsgefühl aber ich will nichts weiter sagen und will nur sagen was ich schon gesagt habe dass ich immer dagegen war ich meine gegen leopold und dass ich einen schreck kriegte als du mir sagtest aber als du mir dann sagtest daß die kommerzienrätin sich ärgern würde da gönnt ich ihrs und dachte warum nicht warum soll es nicht gehen und wenn der leopold auch bloß ein wickelkind ist corinnchen wird ihn schon aufpäppeln und ihn zu kräften bringen ja corinna so dachte ich und habe es dir auch gesagt aber es war ein schlechter gedanke denn man soll seinen mitmenschen nicht ärgern auch wenn man ihn nicht leiden kann und was mir zuerst kam der schreck über deine verlobung das war doch das richtige du musst einen klugen mann haben einen der eigentlich klüger ist als du du bist übrigens gar nicht mal so klug und der was männliches hat so wie schmolke und vor dem du respekt hast und vor leopold kannst du keinen respekt haben liebst du ihn denn noch immer ach ich denke ja gar nicht daran liebe schmolke na corinna dann ist es zeit und dann mußt du nu schicht damit machen du kannst doch nicht die ganze welt auf den kopf stellen und dein und anderer leute glück worunter auch dein vater und deine alte schmolke ist verschütten und verderben wollen bloß um der alten kommerzienrätin mit ihrem puff scheiteln und ihren brillantbommeln einen tort anzutun es ist eine geldstolze frau die den apfelsinenladen vergessen hat und immer bloß öte potöte tut und den alten professor anschmachtet und ihn auch willibald nennt als ob sie noch vom hausbote versteck miteinander spielten und hinterm dorf stünden denn damals hatte man noch dorf auf dem boden und wenn man drunter kam sah man immer aus wie ein schornsteinfeger ja sieh corinna das hat alles seine richtigkeit und ich hätte ihr so was gegönnt und ärger genug wird sie wohl auch gehabt haben aber wie der alte pastor thomas zu schmolke und mir in unserer traurrede gesagt hat liebet euch untereinander denn der mensch soll sein leben nicht auf den hass oder auf die liebe stellen dessen schmolke und ich auch immer eingedenk gewesen sind so meine liebe corinna sag ich es auch zu dir man soll sein leben nicht auf den hass stellen hast du denn wirklich einen solchen hass auf die rätin das heißt einen richtigen ach ich denke ja gar nicht daran liebe schmolke ja corinna da kann ich dir bloß noch mal sagen dann ist es wirklich die höchste zeit daß was geschieht denn wenn du ihn nicht liebst und ihr nicht hast dann weiß ich nicht was die ganze geschichte überhaupt noch soll ich auch nicht und damit umarmte corinna die gute schmolke und diese sah denn auch gleich in einem flimmer in corinnas augen daß nun alles vorüber und daß der sturm gebrochen sei na corinna denn wir wollen's schon kriegen und es kann noch alles gut werden aber nu gib die form her daß wir ihn eintun denn eine stunde muss er doch wenigstens kochen und vorm tisch sag ich deinem vater kein wort weil er sonst vor freude nicht essen kann ach der esse doch aber nachtisch sag ich's ihm wenn er auch um seinen schlaf kockt und habe dir nur nichts davon sagen wollen aber nun kann ich es ja sieben kutschen und die beiden kälber von professor kuh waren brautjungfern natürlich brautjungfern möchten sie immer alle sein denn auf die guckt alles beinah noch mehr als auf die braut weil die ja schon weg ist und meistens kommen sie auch bald ran und bloß den pastor konnte ich nicht recht erkennen thomas war es nicht aber vielleicht war es suchant bloß daß er ein bißchen zu dicklich war ende des vierzehnten kapitels theodor fontane frau jenny treibel diese liebe worksaufnahme ist in der public domain der pudding erschien punkt zwei und schmidt hatte sich denselben munden lassen in seiner behaglichen stimmung ging es ihm durchaus daß corinna für alles was er sagte nur ein stummes lächeln hatte denn er war ein liebenswürdiger egoist wie die meisten seines zeichens und kümmerte sich nicht sonderlich um die stimmung seiner umgebung solange nichts passierte was dazu angetan war ihm die laune direkt zu stören und nun laß abdecken corinna ich will eh ich mich ein bißchen ausstrecke noch einen brief an marcell schreiben oder doch wenigstens ein paar zeilen er hat nämlich die stelle distelkamp der noch immer alte beziehungen unterhält hat michs heute vormittag wissen lassen und während der alte das sagte sah er zu corinna hinüber weil er wahrnehmen wollte wie diese wichtige nachricht auf seiner tochter gemüt wirke er sah aber nichts vielleicht weil nichts zu sehen war vielleicht auch weil er kein scharfer beobachter war selbst dann nicht wenn er's ausnahmsweise mal sein wollte corinna während der alte sich erhob stand ebenfalls auf und ging hinaus um draußen die nötigen orders zum abräumen an die schmolke zu geben als diese bald danach eintrat setzte sie mit dem absichtlichen und ganz unnötigen lärmen durch den alte dienerinnen ihre dominierende hausstellung auszudrücken lieben die herumstehenden teller und bestecke zusammen derart daß die messer und gabelspitzen nach allen seiten hinausstarrten und drückte diesen stachelturm im selben augenblick wo sie sich zum hinausgehen anschickte fest an sich peken sie sich nicht liebe schmolke sagte schmidt der sich gerne mal eine kleine vertraulichkeit erlaubte nein herr professor von piken ist keine rede nicht mehr schon lange nicht und mit der verlobung ist es auch vorbei vorbei wirklich hat sie was gesagt ja wie sie die semmel zu den puding rieb ist es mit eins rausgekommen es stieß ihr schon lange das herz ab und sie wollte bloß nichts sagen aber nu ist ihr zu langweilig geworden das mit leopolden immer bloß keine billetter mit vergißmeinnicht draußen und veilchen drin da sieht sie nun doch wohl daß er keine rechte courage hat und daß seine furzt vor der mama noch größer als seine liebe zu ihr nun das freut mich und ich habe es auch nicht anders erwartet und sie wohl auch nicht liebe schmolke der marzell ist doch ein anderes kraut und was heißt gute partie die marzell ist archäologe versteht sich sagte die schmolke die sich dem professor gegenüber grundsätzlich nie zur unvertrautheit mit fremdwörtern bekannte marzell sage ich ist archäologe vorläufig rückt er an hedrichtsstelle gut angeschrieben ist er schon lange seit jahr und tag und dann geht er mit urlaub und stipendium nach mykene die schmolke rückte auch jetzt wieder ihr volles verständnis und zugleich ihre zustimmung aus und vielleicht fuhr schmid fort auch nach dierünns oder wo schliemann gerade steckt und wenn er von da zurück ist und mir einen zeus für diese meine stube mitgebracht hat und er wies dabei unwillkürlich nach dem ofen oben als dem einzigen für zeus noch leeren fleck wenn er von da zurück ist sag ich so ist ihm eine professur gewiß die alten können nicht ewig leben und sehen sie liebe schmolke das ist das was ich eine gute partie nenne versteht sich herr professor wovor sind denn auch die examens und all das und schmolke wenn er auch kein studierter war sagte auch immer o nun will ich an marzell schreiben und mich dann ein viertelstündchen hinlegen um halb vier den kaffee aber nicht später um halb vier kam der kaffee der brief an marzell ein rohrpostbrief zu dem sich schmidt nach einigem zögern entschlossen hatte war seit wenigstens einer halben stunde fort und wenn alles gut ging und marzell zu hause war so las er vielleicht in diesem augenblick schon die drei lapidaren zeilen aus denen er seinen sieg entnehmen konnte gymnasialoberlehrer bis heute war er nur deutscher literaturlehrer an einer höheren mädchenschule gewesen und hatte manchmal grimmig in sich hineingelacht wenn er über den kodex argenteus bei welchem worte die jungen dinger immer kicherten oder über den helian und beowulf hatte sprechen müssen auch hinsichtlich corinnas waren ein paar dunkle wendungen in den brief eingeflochten worden und alles in allem ließ sich annehmen daß marzell binnen kürzester frist erscheinen würde seinen dank auszusprechen und wirklich fünf war noch nicht heran als die klingel ging und marzell eintrat er dankte dem onkel herzlich für seine protektion und als dieser das alles mit der bemerkung ablehnte daß wenn von solchen dingen überhaupt die rede sein könne jeder dankesanspruch auf distelkamp falle sagte marzell nun dann also distelkamp aber daß du mir's gleich geschrieben dafür werd ich mich doch auch bei dir bedanken dürfen und noch dazu mit rohrpost ja marzell das mit rohrpost das hat vielleicht anspruch denn eh wir alten uns zu was neuem bequemen das dreißig pfennig kostet da kann mitunter viel wasser die spree herunter fließen aber was sagst du zu corinna lieber onkel du hast da so eine dunkle wendung gebraucht ich habe sie nicht recht verstanden du schriebst kenneth von leoparden sei auf dem rückzug ist leopold gemeint und muß es corinna jetzt als strafe hinnehmen daß sich leopold den sie so sicher zu haben glaubte von ihr abwendet es wäre so schlimm nicht wenn es so läge denn in diesem falle wäre es die demütigung von der man doch wohl sprechen muß noch um einen grad größer und so sehr ich corinna liebe so muß ich doch zugeben daß ihr ein denkzettel wohl nottäte marzell wollte zum guten raten nein verteidige sie nicht sie hätte so was verdient aber die götter haben es doch milder mit ihr vor und diktieren ihr statt der ganzen niederlage die sich in leopolds selbstgewolltem rückzuge aussprechen würde nur die halber niederlage zu nur die daß die mutter nicht will und daß meine gute jenny trotz lyrik und obligater träne sich ihrem jungen gegenüber doch mächtiger erweist als corinna vielleicht nur weil corinna sich noch rechtzeitig besann und nicht alle minen springen lassen wollte vielleicht ist es so aber wie es auch liegen mag marzell wir müssen uns nun darüber schlüssig machen wie du zu dieser ganzen tragikomöde dich stellen willst so oder so ist dir corinna die du vorhin so großmütig verteidigen wolltest verleidet oder nicht findest du daß sie wirklich eine gefährliche person ist voll oberflächlichkeit und eitelkeit oder meinst du daß alles nicht so schlimm und ernsthaft war eigentlich nur bloße marotte die verziehen werden kann darauf kommt es an ja lieber onkel ich weiß wohl wie ich dazu stehe aber ich bekenne dir offen ich hörte erst gern deine meinung du hast es immer gut mit dir gemeint und wirst corinna nicht mehr loben als sie verdient auch schon aus selbstsucht nicht weil du sie ja gern im hause behieltest und ein bißchen egoist bist du ja wohl verzeih ich meine nur so dann und wann und in einzelnen stücken sage dreist in allen ich weiß das auch und getröste mich damit daß sie in der welt öfters vorkommt aber das sind abschweifungen von corinna soll ich sprechen und will ja auch ja marcell was ist da zu sagen ich glaube sie war ganz ernsthaft dabei hat dirs ja auch damals ganz frank und frei erklärt und du hast es auch geglaubt mehr noch als ich das war die sachlage so stand es vor ein paar wochen aber jetzt darauf möchte ich mich verwetten jetzt ist sie gänzlich umgewandelt und wenn die treibels ihren leopold zwischen lauter juwelen und goldbarren setzen wollten ich glaube sie nehmen ihn nicht mehr sie hatte eigentlich ein gesundes und ehrliches und aufrichtiges herz auch einen feinen ehrenpunkt und noch einer kurzen abgirrung ist ihr mit einem male klar geworden was es eigentlich heißt wenn man mit zwei familienporträts und einer väterlichen bibliothek in eine reiche familie hineinraten will sie hatten fehler gemacht sich einzubilden das ginge so weil man ihrer eitelkeit beständig zuckerbrot gab und so tat als bewerbe man sich um sie aber bewerben und bewerben ist ein unterschied gesellschaftlich das geht eine weile nur nicht fürs leben in eine herzogsfamilie kann man allenfalls hineinkommen in eine bourgeois familie nicht und wenn er der bourgeois auch wirklich übers herz brächte seine bourgeois gewiß nicht am wenigsten wenn sie jenny treibel ne bürstenbinder heißt rundheraus corinnas stolz ist endlich wachgerufen was mich hinzusetzen gott sei dank und gleichviel nun ob sie's noch hätte durchsetzen können oder nicht sie mag es und will es nicht mehr sie hat es satt was vor dem halb berechnung halb übermut war das hiet's jetzt in einem andern licht und ist ihr gesinnungssache geworden da hast du meine weisheit und nun laß mich noch einmal fragen wen gedenkst du dich zu stellen hast du lust und kraft dir die torheit zu verzeihen ja lieber onkel das hab ich natürlich soviel ist richtig es wäre mir ein gut teil lieber die geschichte hätte nicht gespielt aber da sie nun einmal gespielt hat nehm ich mir das gute daraus corinna hat nun wohl für immer mit der modernität und dem krankhaften gewicht legen aufs äußerliche gebrochen und hat statt dessen die von ihr verspotteten lebensformen wieder anerkennen gelernt in denen sie groß geworden ist der alte nickte mancher fuhr marcell fort würde sich's anders dazu stellen das ist mir völlig klar die menschen sind eben verschieden das sieht man alle tage da hab ich beispielsweise ganz vor kurzem erst eine kleine reizende geschichte von heise gelesen in der ein junger gelehrter ja wenn mir recht ist sogar ein archäologisch angekränkelter also eine art spezialkollege von mir eine junge baroness liebt und auch herzlich und aufrichtig wiedergeliebt wird er weiß es nur noch nicht recht ist ihrer noch nicht ganz sicher und in diesem unsicherheitszustande hört er in der zufälligen verborgenheit einer taxushecke wie die mit einer freundin im park lustwandelnde baronesse eben dieser freundin allerhand confessions macht von ihrem glück und ihrer liebe plaudert und sich's nur leider nicht versagt ein paar scherzhaft übermütige bemerkungen über ihre liebe mit einzuflechten und dies hören und sein ränzeln schnüren und sofort das weite suchen ist für den liebhaber und archäologen eins mir ganz unverständlich ich lieber onkel hätte es anders gemacht ich hätte nur die liebe herausgehört und nicht den scherz und nicht den spott und wäre anstatt abzureisen meiner geliebten baronesse wahnsinnig glücklich zu füßen gestürzt von nichts sprechend als von meinem unendlichen glück da hast du meine situation lieber onkel natürlich kann man auch's anders machen ich bin für mein teil indessen herzlich froh daß ich nicht zu den feierlichen gehöre respekt vor dem ehrenpunkt gewiß aber zuviel davon ist vielleicht überall vom übel und in der liebe nun schon ganz gewiß bravo habe sie übrigens nicht anders erwartet und sieh auch darin wieder daß du meiner leiblichen schwester sohn bist sieh das ist das schmidtsche in dir daß du so sprechen kannst keine kleinlichkeit keine eitelkeit immer aufs rechte und immer aufs ganze komm her junge gib mir einen kuß einer ist eigentlich zu wenig denn wenn ich bedenke daß du mein neffe und kollege und nun bald auch mein schwiegersohn bist dem corinna wird er wohl nicht nein sagen dann sind auch zwei backenküsse kaum noch genug und die genugtuung sollst du haben marcell corinna muß an dich schreiben und sozusagen beichten und vergebung der sünden bei dir anrufen um gottes willen onkel mache nur nicht so was zunächst wird sie's nicht tun und wenn sie's tun wollte so würde ich doch das nicht mit ansehen können die juden so hat mir friedebert erst vor kurzem erzählt haben ein gesetz oder einen spruch wonach es als ganz besonders strafwürdig gilt einen mitmenschen zu beschämen und ich finde das ist ein kolossal feines gesetz und beinah schon christlich und wenn man niemand beschämen soll nicht einmal seine feinde ja lieber onkel wie käm ich dann dazu meine liebe cousine corinna beschämen zu wollen die vielleicht schon nicht weiß wo sie vor verlegenheit hinsehen soll denn wenn die nicht verlegenen mal verlegen werden dann werden sie's auch ordentlich und ist einer in solch peinlicher lage wie corinna da hat man die pflicht ihm goldene brücken zu bauen ich werde schreiben lieber onkel du bist ein guter kerl marcell komm her noch einen aber sei nicht zu gut das können die weiber nicht vertragen nicht einmal die schmolke und marcell schrieb wirklich und am andern morgen lagen zwei an corinna adressierte briefe auf dem frühstückstisch einer in kleinem format mit einem landschaftsbildchen in der linken ecke teich und trauerweide worin leopold zum ach wievielsten male von seinem unerschütterlichen entschlusse sprach der andere ohne malerische zutat von marcell dieser lautete liebe corinna der papa hat gestern mit mir gesprochen und mich zu meiner innigsten freude wissen lassen das verzeihe es in seine eigenen worte vernunft wieder anzusprechen fange und so setzte er hinzu die rechte vernunft käme aus dem herzen darf ich es glauben ist ein wandel eingetreten die bekehrung auf die ich gehofft der papa wenigstens hat es mich dessen versichert er war auch der meinung dass du bereit sein würdest dies gegen mich auszusprechen aber ich habe feierlich dagegen protestiert denn mir liegt gar nicht daran unrechts oder schuldgeständnisse zu hören das was ich jetzt weiß wenn auch noch nicht aus deinem munde genügt mir völlig macht mich unendlich glücklich und löscht alle bitterkeit aus meiner seele manch einer würde mir in diesem glück nicht folgen können aber ich habe da wo mein herz spricht nicht das bedürfnis zu einem engel zu sprechen im gegenteil mich bedrücken vollkommenheiten vielleicht weil ich nicht an sie glaube mängel die ich menschlich begreife sind mir sympathisch auch dann noch wenn ich unter ihnen leide was du mir damals sagtest als ich dich an dem mr nelson abend von treibels nach hause begleitete das weiß ich freilich noch alles aber es lebt nur in meinem ohr nicht in meinem herzen in meinem herz entsteht nur das eine das immer darin stand von anfang an von jugend auf ich hoffe dich heute noch zu sehen wie immer dein marcell corinna reichte den brief ihrem vater der las nun auch und blies dabei doppelte dampfwolken als er aber fertig war stand er auf und gab seinem liebling einen kuß auf die stirn du bist ein glückskind sieh das ist das was man das höhere nennt das wirklich ideale nicht das von meiner freundin jenny glaube mir das klassische was sie jetzt verspotten das ist das was die seele frei macht das kleinliche nicht kennt und das christliche vorahnt und vergeben und vergessen lehrt weil wir alle des ruhmes mangeln ja corinna das klassische das hat sprüche wie bibelsprüche mitunter beinahe noch etwas darüber da haben wir zum beispiel den spruch werde der du bist ein wort das nur ein grieche sprechen konnte freilich dieser werdeprozess der hier gefordert wird muß sich verlohnen aber wenn ich meine väterliche befangenheit nicht täuscht bei dir verlohnt es sich diese treibelei war ein irrtum ein schritt vom wege wie jetzt wie du wissen wirst auch ein lustspiel heißt noch dazu von einem kammergerichtsrat das kammergericht gott sei dank war immer literarisch das literarische macht frei jetzt hast du das richtige wiedergefunden und dich selbst dazu werde der du bist sagte der große pindar und deshalb muß auch marcell um der zu werden der er ist in die welt hinaus an die großen städten und besonders an die ganz alten die ganz alten das ist immer wie das heilige grab dahin gehen die kreuzzüge der wissenschaft und sei dir erst von mykene wieder zurück ich sage ihr denn du wirst ihn begleiten die schliemann ist auch immer dabei so müßte keine gerechtigkeit sein wenn er nicht übers jahr privat dozent wert oder extra ordinarius corinna dankte ihm daß er sie gleich miternenne vorläufig indes sei sie mehr für haus und kinderstube dann verabschiedete sie sich und ging in die küche setzte sich auf einen schemel und ließ die schmolke den brief lesen nun was sagen sie liebe schmolke ja corinna was soll ich sagen ich sage bloß was schmolke immer sagte manchen gibt es der liebe gott im schlaf du hast ganz unverantwortlich und beinahe schauderöse gehandelt und kriegst ihn nun doch du bist ein glückskind das hat mir papa auch gesagt na da muß es wahr sein corinna denn was ein professor sagt es immer wahr aber nu keine flausen mehr und keine witzchen davon haben wir nu genug gehabt mit dem armen leopold der mir doch eigentlich leid tun kann denn er hat ja nicht sich selber gemacht und der mensch am ende wie er ist nein corinna nu wollen wir ernsthaft werden und wenn meinst du denn daß es losgeht oder in die zeitung kommt morgen nein liebe schmolke so schnell geht es nicht ich muß ihn doch erst sehen und ihm einen kuß geben versteht sich versteht sich eher geht es nicht und da muß ich doch auch dem armen leopold erst abschreiben er hat mir ja erst heute wieder versichert daß er für mich leben und sterben will ach jott der arme mensch am ende ist er auch ganz froh möglich ist es noch am selben abend wie sein brief es angezeigt kam marcell und begrüßte zunächst den in seine zeitungslektüre vertieften onkel der ihm denn auch vielleicht weil er die verlobungsfrage für erledigt hielt etwas zerstreut und das zeitungsblatt in der hand mit den worten entgegentragt und nun sage marcell was sagst du dazu summus episkopus der kaiser unser alter wilhelm entkleidet sich davon und will es nicht mehr und kögel wird es oder vielleicht stöcker ach lieber onkel erstlichst glaube ich es nicht und dann ich werde ja doch schwerlich im dom getraut werden hast recht ich habe den fehler aller nicht politiker über einer sensationsnachricht die natürlich hinterher immer falsch ist alles wichtigere zu vergessen corinna sitzt drüben in ihrem zimmer und wartet auf dich und ich denke mir es wird wohl das beste sein er macht es untereinander ab ich bin auch mit der zeitung noch nicht ganz fertig und ein dritter geniert bloß auch wenn es der vater ist corinna als marcell eintrat kam ihm herzlich und freundlich entgegen etwas verlegen aber doch zugleich gewillt die sache nach ihrer art zu behandeln also so wenig tragisch wie möglich von drüben her fiel der abendschein ins fenster und als sie sich gesetzt hatten nahm sie seine hand und sagte du bist so gut und ich hoffe daß ich dessen immer eingedenk sein werde was ich wollte war nur torheit wolltest du es denn wirklich sie nickte und liebtest ihn ganz ernsthaft nein aber ich wollte ihn ganz ernsthaft heiraten und mir noch marcell ich glaube auch nicht daß sie sehr unglücklich geworden wäre das liegt nicht in mir vielleicht auch wohl nicht sehr glücklich aber wer ist glücklich kennst du wen ich nicht ich hätte malstunden genommen und vielleicht auch reitunterricht und hätte mich an der riviera mit ein paar englischen familien angefreundet natürlich solche mit einer und wäre mit ihnen nach korsika oder nach sizilien gefahren immer so der blutrache nach denn ein bedürfnis nach aufregung würd ich doch wohl zeitlebens gehabt haben leopold ist etwas schläfrig ja so hätt ich gelebt du bist immer dieselbemals dich schlimmer als du bist kaum aber freilich auch nicht besser und deshalb glaubst du mir auch wohl wenn ich dir jetzt versichere daß ich froh bin aus dem allem heraus zu sein ich habe von früh an den sinn für äußerlichkeiten gehabt und haben vielleicht noch aber seine befriedigung kann doch zu teuer erkauft werden das habe ich jetzt einsehen gelernt marcell wollte noch einmal unterbrechen aber sie litt es nicht nein marcell ich muß noch ein paar worte sagen sieh das mit dem leopold das wäre vielleicht gegangen warum am ende nicht einen schwachen guten unbedeutenden menschen zur seite zu haben kann sogar angenehm sein kann einen vorzug bedeuten aber diese mama diese furchtbare frau gewiß besitz und geld haben einen zauber wär es nicht so so wäre mir meine verwirrung erspart geblieben aber wenn geld alles ist und herz und sinn verengt und zum überfluß hand in hand geht mit sentimentalität und tränen dann entbührt sich's hier und das hinzunehmen wäre mir hart angekommen wenn ich's auch vielleicht ertragen hätte denn davon gehe ich aus der mensch in einem guten bett und in guter pflege kann eigentlich viel ertragen den zweiten tag danach stand es in den zeitungen und zugleich mit den öffentlichen anzeigen trafen karten ein auch bei kommerzienrats treibö der nach vorgängigem einblick in das couvert ein starkes gefühl von der wichtigkeit dieser nachricht und ihrem einfluß auf die wiederherstellung häuslichen friedens und passabler laune hatte säumte nicht in das damenzimmer hinüber zu gehen wo jenny mit hildegard frühstückte schon beim eintreten hielt er den brief in die höhe und sagte was kriege ich wenn ich euch den inhalt dieses briefes mitteile fordere sagte jenny in der vielleicht eine hoffnung wämmerte einen kuß keine albernheiten treibel nun wenn es nicht von dir sein kann dann wenigstens von hildegard zugestanden sagte diese aber nun lies und treibel las die am heutigen tage stattgehabte verlobung meiner tochter ja meine damen welcher tochter es gibt viele töchter noch einmal also ratet ich verdopple den von mir gestellten preis also meiner tochter corinna mit dem doktor marcel wetterkopp oberlehrer und leutnant der reserve im brandenburgischen fuselieregiment nummer fünfunddreißig habe ich die ehre hiermit ganz ergebenst anzuzeigen doktor willibald schmidt professor und oberlehrer an gymnasien zum heiligen geist jenny durch hildegards gegenwart behindert begnügte sich ihrem gatten einen triumphierenden blick zuzuwerfen hildegard selbst aber die sofort wieder auf die suche nach einem formfehler war sagte nur ist das alles soviel ich weiß pflegt es sache der verlobten zu sein auch ihrerseits noch ein wort zu sagen aber die schmidt wetterkops haben am ende darauf verzichtet doch nicht eure hildegard auf dem zweiten blatt das ich unterschlagen habe haben auch die brautleute gesprochen ich überlasse dir das schriftstück als andenken an deinen berliner aufenthalt und als beweis für den allmählichen fortschritt hiesiger kulturformen natürlich stehen wir noch eine gute strecke zurück aber es macht sich allmählich und nun bitte ich um meinen kuß hildegard gab ihm zwei und so stürmisch daß ihre bedeutung klar war dieser tag bedeutete zwei verlobungen der letzte sonnabend im juli war als marcells und corinnas hochzeitstag angesetzt worden nur keine langen verlobungen betonte willibald schmidt und die brautleute hatten begreiflicherweise gegen ein beschleunigtes verfahren nichts einzuwenden einzig und allein die schmolke dies mit der verlobung so eilig gehabt hatte wollte von solcher beschleunigung nicht viel wissen und meinte bis dahin sei ja bloß noch drei wochen also nur gerade noch zeit genug um dreimal von der kanzel zu fallen und das ginge nicht das sei zu kurz darüber redeten die leute schließlich aber gab sie sich zufrieden oder tröstete sich wenigstens mit dem satze geredet wird doch am siebenundzwanzigsten war ein kleiner polterabend in der schmetschen wohnung den tag darauf hochzeit im englischen hause prediger thomas traute drei uhr fuhren die wagen vor der nikolaikirche vor sechs brautjungfern unter denen die beiden kuschenkälber und die zweifeligen treus waren letztere wie schon hier verraten werden mag verlobten sich in einer tanzpause mit den zwei referendarien vom quartett denselben jungen herren die die halenseepartie mitgemacht hatten der natürlich auch geladene jodler wurde von den kus heftig in angriff genommen widerstand aber weil er als eckhaussohn an solche sturmangriffe gewöhnt war die kuschen töchter selber fanden sich ziemlich leicht in diesen er war der erste nicht er werde der letzte nicht sein sagte schmidt und nur die mutter zeigte bis zuletzt eine starke verstimmung sonst war das eine durchaus heitere hochzeit was zum teil damit zusammenhing daß man von anfang an alles auf die leichte schulter genommen hatte und wollte vergeben und vergessen hüben und trüben und so kam es denn auch daß um die hauptsache vorwegzunehmen alle treibels nicht nur geladen sondern mit alleiniger ausnahme von leopold der an demselben nachmittag nach dem eierhäuschen ritt auf vollzählig erschienen waren allerdings hatte die kommerzienrätin anfänglich stark geschwankt ja sogar von taktlosigkeit und affront gesprochen aber ihr zweiter gedanke war doch der gewesen den ganzen vorfall als eine kinderei zu nehmen und dadurch das schon hier und da laut gewordene gerede der menschen auf die leichteste weise tot zu machen bei diesem zweiten gedanken blieb es denn auch die rätin freundlich lächelnd wie immer trat in pontifikalibus auf und bildete ganz unbestritten das glanz und repräsentationsstück der hochzeitstafel selbst die honig und die wulsten waren auf corinnas dringenden wunsch eingeladen worden erstere kam auch die wulsten dagegen entschuldigte sich brieflich weil sie lizzi das süße kind doch nicht allein lassen könne dicht unter der stelle das süße kind war ein fleck und marcel sagte zu corinna eine träne und ich glaube eine echte von den professoren waren außer den schon genannten kuhs nur distelkamp und rindfleisch zugegen da sich die mit jüngerem nachwuchs gesegneten sämtlichen kösen ahlbeck oder stolpemünde befanden trotz dieser personaleinbuße war an tosten kein mangel der distelkampsche war der beste der felgentreusche der logisch ungeheuerlichste weshalb ihm ein hervorragender vom ausbringer allerdings unbeabsichtigter lacherfolg zuteil wurde mit dem herumreichen des konfekts war begonnen und schmidt ging eben von platz zu platz um den älteren und auch einigen jüngeren damen allerlei liebenswürdiges zu sagen als der schon vielfach erschienene telegrafenbote noch einmal in den saal und gleich danach an den alten schmidt herantrat dieser von dem verlangen erfüllt den überbringer so vieler herzenswünsche schließlich wie den götischen sänger königlich zu belohnen füllte ein neben ihm stehendes becherglas mit champagner und kredenzte es dem boten der es unter vorgängiger verbeugung gegen das brautpaar mit einem gewissen lehrte großer beifall dann öffnete schmidt das telegramm überflog es und sagte vom stammverwandten volk der briten lesen lesen to dr marcell wetterkopp lauter england expects that every man will do his duty unterzeichnet john nelson im kreise der sachlich und sprachlich eingeweihten brach ein jubel aus und treibel sagte zu schmidt ich denke mir marcell ist bürger dafür corinna selbst war ungemein erfreut und erheitert über das telegramm aber es gebracht ihr bereits an zeit ihrer glücklichen stimmung ausdruck zu geben denn es war acht uhr und um neuneinhalb ging der zug der sie zunächst bis münchen und von da nach verona oder wie schmidt mit vorliebe sich auszudrücken pflegte bis an das grab der julia führen sollte schmidt nannte das übrigens alles nur kleinkram und vorschmack sprach überhaupt ziemlich hochmütig und orakelte zum von messenien und dem taugetos darin sich gewiß noch ein paar grabkammern finden würden wenn nicht von aristomenes selbst oder von seinem vater und als er endlich schwieg und distel kam beim vergnügtes lächeln über seinen mahl wieder sein steckenpferd tummelnden freund schmidt zeigte nahmen wahr daß marcell und corinna den saal inzwischen verlassen hatten die gäste blieben noch aber gegen zehn uhr hatten sich die reihen doch stark gelichtet jenni die honig helene waren aufgebrochen und mit helene natürlich auch otto trotzdem er gern noch eine stunde zugegeben hätte nur der alte kommerzienrat hatte sich emanzipiert und saß neben seinem bruder schmidt eine anekdote nach der andern aus dem schatzkästlein deutscher nation hervorholend lauter blutrote von deren reinem glanze zu sprechen vermessenheit gewesen wäre treibel trotzdem goldammer fehlte sah sich dabei von verschiedenen seiten her unterstützt am ausgiebigsten von adular krola dem denn auch fachmänner wahrscheinlich den preis zuerkannt haben würden längst brannten die lichter zigarrenwölkchen kräuselten sich in großen und kleinen ringen junge paare zogen sich mehr und mehr in ein paar saalecken zurück in denen ziemlich unmotiviert vier fünf florbeerbäume zusammenstanden und eine gegen profan blicke schützende hecke bildeten hier wurden auch die kuschen gesehen die noch einmal vielleicht auf rat der mutter einen energischen vorstoß auf den jodler unternahmen aber auch diesmal umsonst zu gleicher zeit klimperte man bereits auf dem flügel und es war sichtlich der zeitpunkt nahe wo die jugend ihr gutes recht beim tanz behaupten würde diesen gefahrdrohenden moment ergriff der schon vielfach mit du und bruder operierende schmidt mit einer gewissen feldherren geschicklichkeit und sagte während er krola eine neue zigarrenkiste zuschob hören sie sänger und bruder carpe diem wir lateiner legen den akzent auf die letzte silbe nutze den tag über ein kleines und irgendein klavier pauker wird die gesamtsituation beherrschen und uns unsere überflüssigkeit fühlen lassen also noch einmal was du tun willst tue bald der augenblick ist da krola du musst mir einen gefallen tun und jennys lied singen du hast es hundertmal begleitet und wirst es wohl auch singen können ich glaube dem wagnersche schwierigkeiten sind nicht darin und unser treibel wird es nicht übel nehmen daß wir das herzenslied seiner eheliebsten in gewissem sinne profanieren denn jedes schaustellen eines heiligsten ist das was ich profanierung nenne hab ich recht treibel oder täusche ich mich in dir ich kann mich in dir nicht täuschen in einem manne wie du kann man sich nicht täuschen du hast ein klares und offenes gesicht und nun komm krola mehr licht das war damals ein großes wort unseres olympiers aber wir bedürfen seiner nicht mehr wenigstens hier nicht hier sind lichter die hülle und fülle komm ich möchte diesen tag als ein ehrenmann beschließen und in freundschaft mit aller welt und nicht zum wenigsten mit dir mit adola krola dieser der an hunderttafeln wetterfest geworden und im vergleich zu schmidt noch ganz leidlich imstande war schritt ohne langes sträuben auf den flügel zu während ihm schmidt und treibel arm in arm folgten und ehe der rest der gesellschaft noch eine ahnung haben konnte daß der vortrag eines liedes geplant war legte krola die zigarre beiseit und hob an glück von allen deinen losen eines nur erwähl ich mir was soll gold ich liebe rosen und der blumenschlichte zier und ich höre waldes rauschen und ich seh ein flatternd band aug in auge blicke tauschen und ein kuß auf deine hand geben nehmen nehmen geben und dein haar um spielt der wind ach nur das nur das ist leben wo sich herz zum herzen findet alles war heller jubel denn krolas stimme war immer noch voll kraft und klang wenigstens verglichen mit dem was man sonst in diesem kreise hörte schmidt weinte vor sich hin aber mit einem male war er wieder da bruder sagte er das hat mir wohl getan bravissimo treibel unsere jenny hat doch recht es ist was damit es ist was drin ich weiß nicht genau was aber das ist es eben es ist ein wirkliches lied alle echte lyrik hatte etwas geheimnisvolles ich hätte doch am ende dabei bleiben sollen treibel und krola sahen sich an und nickten dann zustimmend und die arme corinna jetzt ist sie bei trepin erste etappe zu julias grab julia capulet wie das klingt es soll übrigens eine ägyptische sarkiste sein was eigentlich noch interessanter ist und dann alles in allem ich weiß nicht ob es recht ist die nacht so durchzufahren früher war das nicht der brauch früher war man natürlicher ich möchte sagen sittlicher schade dass meine freundin jennifer ist die sollte darüber entscheiden für mich persönlich steht es fest natur ist sittlichkeit und überhaupt die hauptsache geld ist unsinn wissenschaft ist unsinn alles ist unsinn professor auch wer es bestreitet ist ein bekkus nicht wahr kuh kommen sie meine herren komm krola wir wollen nach hause gehen